Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge der großen Generationenlog 2023 und zwar dieses Mal zur Folge 6. Ich bedanke mich weiterhin für den riesen Support für die gesamte Videoserie hier, zumal die letzten paar Parts jeweils über 2 Stunden gingen und auch das heutige Video wird wieder sehr sehr groß werden. Es gab einfach unglaublich viele spannende Momente in der Genlog und ich will die euch natürlich nicht vorenthalten und deswegen ist mir die Videolänge ehrlich gesagt relativ egal. Aber gut, ich würde sagen wir starten jetzt mal, für die Leute allerdings die Genlog noch gar nicht kennen, hier doch mal kurz zur Erklärung, wie das Projekt funktioniert hat. Ich wollte praktisch eine ultimative Nazlog durchspielen durch das gesamte Franchise, also vom Pokémon Gelb bis Pokémon Kamesin, durch insgesamt 15 Pokémon Spiele durch, auch durch die ganzen Remakes. Das Ganze war der schwierigste Run, den ich jemals probiert habe bei weitem und auch mit gigantischem Abstand mein erfolgreichstes Switch Projekt, was ich jemals live gestreamt habe. Es gab hier unglaublich viele spannende Momente und ich habe mir auch noch etliche Zusatzregeln auferlegt, um jede Generation so schwer zu machen wie möglich. Und sobald ich halt irgendwo down gegangen bin, vollkommen egal bei welchem Kampf, musste ich komplett wieder bei Spiel 1 anfangen und das gesamte Projekt lief über Wochen und Monate und ich habe da hunderte und aber hunderte Stunden reingesteckt und dann auch noch diese Videoserie produziert. Ich würde aber sagen, wir fangen jetzt mal an mit der heutigen Folge und wir befinden uns mittlerweile bei der 7. Generation auf dem 3DS in Pokémon Ultra Sonne, eines der schwierigsten Pokémon Spiele überhaupt und ich befand mich an dem Punkt im zweiten Versuch der Genlock mittlerweile, aber nur mit 37 Toten insgesamt in diesem Versuch, also Versuch 2 lief wirklich extrem gut bis dahin und ich hatte mich halt wirklich komplett durch Gen 6 gekämpft, aber Gen 7 hat dann nochmal eine Schippe drauf gesetzt. Selbstverständlich habe ich mir aber auch mal wieder die siebte Generation so gut wie möglich zur Hölle gemacht mit einigen Zusatzregeln und die will ich jetzt noch kurz durchsprechen. Wir beginnen zunächst mal wieder mit verbotenen Pokémon, die ich bei der Nazlock nicht spielen durfte und das waren diese hier. Zunächst mal habe ich mir Mimikma verboten, denn ganz ehrlich, die Fähigkeit Kostümspuk sorgt dafür, dass man immer einmalig nicht verletzt werden kann und Geist Fee ist eine der besten Typenkombinationen aller Zeiten, also war das für mich ganz klar deutlich zu stark. Was ich mir aber auch verboten habe, ist Agro Stellar und das ist halt ein sehr sehr defensives Wasser Gift Pokémon, was den halben Run schießen würde. Das war ja auch im Competitive Bereich immer sehr sehr grenzwertig und ich bezweifle sehr stark, dass die Game Free KI damit gut klarkommen könnte. Was ich mir aber auch verboten habe, war das Pokémon Goofer und das ist an sich nicht mega spielstark, allerdings ist es ein Konter Pokémon, ähnlich wie Wohingenau könnte man sagen und damit kann man auch viele Matchups cheesen und vielleicht sogar stellenweise Legis besiegen, wenn man es wirklich clever anstellen sollte. Und da ich solche Cheese Strategien für die Genlock nicht so toll fand, habe ich mir das ebenfalls verboten. Ich habe mir aber auch sämtliche Ultra Bestien verboten, weil die in meinen Augen so stark sind wie Legis oder Megapokémon bspw. und dementsprechend hätte es keinen Sinn gemacht, wenn ich die spielen dürfte und Megapokémon bspw. habe ich selbstverständlich auch mal wieder nicht verwendet. Ich habe aber auch hier wieder im Randomizer dafür gesorgt, dass er die Gegner sämtliche Megas, Ultra Bestien, Legis und Megalegis bspw. bekommen können, die im Pokédex existiert haben. Und das krasse ist halt sogar, dass selbst die heftigen Formen wie Megarequaza aus Pokémon Gen 6 immer noch in Gen 7 enthalten waren und dementsprechend konnten die nach wie vor als Gegner kommen, plus die jetzt so Pokémon wie Ultra Necrozma und Co. die jetzt noch dazu kamen. Gen 7 ist die komplette Eskalation, aber das war's noch nicht mal. Was ich mir auch verboten habe, sind nämlich die Z-Attacken. Ich hatte es ja bereits im Intro erwähnt, ich wollte von denen Abstand nehmen. Die Sache ist halt, das sind One-Shot-Attacken, mit denen man praktisch auch Legis einfach so schnell besiegen kann und das würde diesen Run hier zu stark trivialisieren. Ich habe aber dafür gesorgt, dass Trainer mit Z-Steinen im Spiel immer auch Z-Steine bekommen werden im Randomizer, um die nicht abzuwerten, also die Gegner konnten nicht theoretisch One-Shotten, auch sogar in der Pokémon-Liga theoretisch. Ja und was ich auch noch dazu erwähnen sollte, sind die Herrscher-Pokémon. Ihr müsst wissen, die Herrscher habe ich bewusst nicht gerandomized. Denn die Sache ist, man muss hier einige Male gegen wilde Pokémon antreten, die halt sehr krasse Movesets haben und die sogar Helfer rufen können. Das ersetzt hier so ein bisschen die 8 Arena-Orden könnte man sagen und Game Freak hat die unglaublich schwer designt. Das Ganze also zu randomizen, würde die Herrscher eher abwerten, also habe ich das nicht gemacht, wir wollen es ja nicht so einfach haben. Ich würde aber sagen, das war's jetzt mit den ganzen Restriktionen und wir kommen jetzt mal zum eigentlichen Spiel, aber ich kann eine Sache festhalten, Gen 7 ist sehr sehr viel härter, als alles zuvor dagewesene. Aber auch in Gen 7 begann es mal wieder, Magda war meine Starter-Pokémon und ich hatte hier die Auswahl zwischen Magneton, Tengu-List und Gold King. Und da Magneton leider verboten war für die Gen-Log, habe ich mich für Tengu-List entschieden, weil das zwar nicht mega spielstark ist, aber das hat zumindest mit Pflanzen- und Unlicht-Coverage gestartet und es hatte die spielstarke Psycho-Immunität, die ja auch bereits bei Gen 6 sehr wichtig gewesen war. Und nachdem ich dann Tali zum ersten Mal besiegt hatte, der dieses Mal ein kleines Porygon 1 gespielt hat, durfte ich sogar noch ein weiteres Pokémon direkt entcountern und das war gar nicht mal so schlecht, denn ich habe dann sehr Pyroial bekommen und das ist zwar zugegebenermaßen einer der schlechteren Starter-Pokémon, es war aber halt zumindest ein vollentwickeltes Pokémon mit recht soliden Basiswerten, also war ich ganz zufrieden. Man muss dann aber direkt nochmal gegen Tali antreten, bevor man weitere Pokémon fangen darf und er spielt dann ebenfalls 2 Pokémon in nem 2 gegen 2, was bei Nuzlocke ehrlich gesagt komplett unfair ist. Das ist definitiv ein Kampf, den man nicht zählen lassen sollte, da der eigentlich nichts mit Skills zu tun hat, man hat ja bis dahin praktisch gar keine Pokémon bekommen, in meinem Fall hatte der allerdings ein Alpollo, was ich sehr effektiv mit Tengulist angreifen konnte und ja das Ding hatte zwar Hypnose, um relativ anstrengend zu werden, es konnte aber Tengulist nicht wirklich Schaden machen, also war das gar nicht mal so wichtig. Sein zweites Pokémon aber war dann Magma und das hatte halt Glut. Und da bin ich dann noch so lange in Tengulist geblieben wie möglich, um Magma hier so viel Schaden zu machen wie es geht und Tali konnte auch Mist playen. Das Problem ist nur, dass Magma hatte auch Smog und das war nicht wirklich ne krasse Mist play Attacke, ich hatte ja auch schwäche Gift mit beiden Pokémon. Aber gut, ich konnte Magma dann relativ gut vorschwächen mit Tengulist und dann später finishen mit Seppel Royale, ohne hier Pokémon zu verlieren. Aber wie gesagt, für Nuzlocke ist diese Stelle hier ehrlich gesagt komplett unfair, also sollte man so ne Challenge hier einfach danach starten. Daraufhin konnte ich aber dann zumindest noch 2 weitere Pokémon catchen und die waren wirklich gut an dem Punkt, denn ich hab dann Trompec gefunden und Geowatz. Trompec kann man später zu Toucanon machen, eines der Vogel Pokémon von Gen 7 und das Ding kann Schnabelkanone, wo sich Gegner dran verbrennen können. Ne sehr interessante Signature Attacke mit der man stellenweise schwierige Herrscherprüfungen in den letzten Jahren ziemlich gut durchspielen kann und deswegen war das ein mächtiger Encounter, aber auch Geowatz hat mich gefreut. Wie gesagt, Bodengesteins-Pokémon haben natürlich viele Schwächen und auch 2x4 Schwächen, aber Geowatz im Early Game ist trotzdem gut, allein schon weil es ziemlich stark war und Normalattacken resistieren konnte. Nachdem ich aber dann die Trainerschule durchgespielt hatte, wo es noch ein paar kleine Tutorial-Kämpfe gab, durfte ich sogar nochmal Encountern und es war dann ebenfalls ein ziemlich gutes Pokémon. Denn ich habe dann auch noch Elphoon bekommen. Ein voll entwickeltes Pflanze-Fee-Pokémon, was erstmal nicht so stark aussieht, das hat aber die Fähigkeit Strolch und damit hat man Priorität auf Statusattacken, wie beispielsweise Stachelspure. Das heißt man kann praktisch jedes Pokémon safe paralysieren, wenn man treffen sollte, auch Überlegis oder Herrscher und das ist recht spielstark. Dann folgte aber auch schon der erste kleine Miniboss und zwar Elima und das ist ein Trainer, der später nochmal auftauchen wird, aber hier hatte er nur 2 Pokémon, er war also noch nicht so stark. Und er hatte hier ein Mehikel, was ich erstmal ganz gut wollen konnte, über Tengulist mit Finte. Ich habe aber dort schon ein bisschen Schaden genommen und das zweite Pokémon war dann recht gefährlich für Tengulist, weil er hatte tatsächlich noch einen Ariados und Tengulist hatte mal 4 Schwäche gegen Käfer, da muss man also vorsichtig sein. Ich konnte aber, sobald Ariados reinkam, einfach in Trompec wechseln, was Käferattacken resistieren konnte, um das Ding dann sehr effektiv anzugreifen. Es gibt aber eine Sache, die ich hier kurz erwähnen möchte und das sind EVs und DVs. Die Bossgegner in Ultrasonne können damit später komplett eskalieren. Zu Beginn des Spiels geht es noch halbwegs, aber vor allem bei Inselkönigin oder späteren härteren Bosskämpfen, auch bei der Pokémon Liga zum Beispiel, kann es manchmal echt ne Weile dauern, bis man Gegner down hat, weil die so gute Verteidigungswerte haben, aber auch so stark sind, dass praktisch alles zur Bedrohung werden kann. Und wenn die dann auch Überlegis bekommen beispielsweise, kann es wirklich unfair werden. Aber Elima war noch fair. Und nach Elima konnte ich dann vor der ersten Herrscherprüfung nochmal 3 weitere Pokémon encountern und die waren auch gar nicht mal so übel. Denn ich habe dann auch noch Zoroark gefunden, Mantidea und Kecleon. Zoroark ist auch hier mal wieder ein recht gutes Undicht-Pokémon gewesen, was da den Gegner ein bisschen verarschen kann, indem es sich als anderes Teammitglied ausgibt, was ganz hinten im Team ist und Mantidea war ein ziemlich gutes Pflanzen-Pokémon aus Gen 7. Ich hatte aber halt schon 2 Pflanzen und deswegen war das dann nicht so krass. Nun aber zur ersten Herrscherprüfung von Mango Spector und das ist ein Normal-Pokémon und die ist an sich noch nicht so schwer, wenn man auch kurz davor Durchbruch bekommt als TM, also eine ziemlich starke Kampfattacke fürs Early-Game. Ich will euch aber anhand vom ersten Herrscher mal zeigen, wie die Herrscherevents eigentlich aufgebaut sind, weil die halt komplett die Arena-Orden ersetzen und dementsprechend ziemlich wichtig sind für das Spiel. Man hat zunächst mal einen Herrscher, in dem Fall Mango Spector und der kommt zuerst rein. Und der bekommt dann Buffs immer, die festgelegt sind vom Spiel. Mango Spector beispielsweise bekommt einen Boost auf seine Verteidigung um eine Stufe. Spätere Herrscher werden allerdings immer heftigere Buffs bekommen und die letzten paar Herrscher bekommen sogar Omni-Boosts, also das ist dann komplett übertrieben, ein Buff auf alle Werte auf einmal. Ja und der Herrscher trägt halt normalerweise ein Item, um das ganze noch ein bisschen schwieriger zu machen und er hat ein gutes Moveset. Und nachdem der Herrscher dann eine Runde im Kampf gestanden hat, dann kann der Herrscher zwischen den Runden einen Partner rufen und dann heißt es 2 gegen einen. In dem Fall wäre das Mangunior, die Vorentwicklung von Mango Spector, ja und die Partner haben auch ein gutes Moveset für gewöhnlich oder sogar mächtige Support-Attacken, um das ganze komplett zur Hölle zu machen. Und wenn man den Partner erfolgreich besiegen sollte, dann können spätere Herrscher sogar noch einen zweiten Partner rufen, der vielleicht sogar noch schlimmer ist oder ähnlich anstrengend. Das sind wirklich schwierige Story-Events, aber wie gesagt, Mango Spector war halt noch nicht so krass. Ich habe hier geleadet mit Tengulist bei dem Kampf, weil das Durchbruch lernen konnte und so konnte ich Mango Spector direkt sehr effektiv angreifen und gut vorschwächen. Und dann kam zwar der Partner Mangunior rein, aber das ist halt nur ein kleines Basispokémon, was keine so große Gefahr ausgestrahlt hat. Ich wurde allerdings mit Grimassa angegriffen, um eine Innit zu senken und die könnten hier Biss spammen, um einen flinschen zu lassen und es kann recht gemein sein. Da Tengulist aber bis resistieren konnte, haben die hier einfach nur Tackle eingesetzt, was in Ordnung war und dann konnte ich Durchbruch nochmal drücken und dann später in Geovats wechseln für Intensität, was dann nicht nur den Herrscher gekillt hat, sondern auch Mangunior zur Hälfte besiegt hat. Und dann war der Kampf mehr oder weniger gelaufen. Wie gesagt, der erste Herrscher ist noch ziemlich simpel und nicht wirklich eine große Bedrohung, aber das wird hinten raus einfach immer härter und bereits der zweite ist ziemlich ernst. Bevor es aber direkt weiter ging mit der zweiten Prüfung ist vorher noch einiges passiert und so musste ich jetzt erstmal vier weitere Pokémon einfangen, um mein Team zu stärken. Und ich hab dann Kaifel bekommen, Kurtl, Squawkler und Makabaja und das war halt ein bisschen durchwachsen. Kurtl ist ein recht defensives Feuer-Pokémon, das war ganz gut, vor allem auf physischer Seite kann das einiges tanken, Kurtl hatte aber auch die Fähigkeit Dürre, um sofort die Sonne rauszulegen und das war halt ebenfalls ziemlich gut. Und Kaifel beispielsweise kann später zu Mammutel werden, was sehr stark ist, das ist einer der besten Ice-Types, allerdings konnte ich das halt noch nicht entwickeln. Squawkler kann zu Squawkro werden, eines der besten Boden-Pokémon überhaupt, noch krasser als Mammutel und es hat nur wenig Schwächen und so, wir hatten es ja beispielsweise in Oras, aber leider konnte ich das auch noch nicht entwickeln. Und Makabaja kann später zu Echner-Troll werden, ein wirklich guter Geist mit guter Defensive mal wieder, also eigentlich prima für eine Nazlog, aber das entwickelt sich erst Mitte Level 30, es hat mir auch fürs Erste überhaupt nichts gebracht. Wenigstens wurde ich aber dann nach der Encounter-Welle erstmal ein bisschen geschont. Ich musste nämlich zunächst mal gegen die Ultra-Forschau antreten und gegen die muss man einige Male im Run antreten, die haben aber immer nur einen Pokémon. Und in dem Fall war es ein Lucario ohne krasses Moveset. Und danach ging es dann gegen Tali kurz danach, der drei Pokémon gespielt hat, also mal wieder mein Haupt-Rivale, der hat aber hier wirklich Pech gehabt mit dem Randomizer und deswegen hatte er nur einen Kokuna, einen Lectroball und einen Shaloko. Einfach zwei Pokémon ohne Moveset und Lectroball war wegen Geowatz nicht gefährlich. Wo es dann aber wieder deutlich härter wurde, war bei Inselkönig Hala und das darf man niemals unterschätzen. Jedes Mal wenn man eine der Hauptinseln fertig hat und es gibt vier Stück in diesem Spiel, muss man gegen einen Inselkönig kämpfen und der wäre in dem Fall Typ Kampf gewesen, aber im Randomizer war es natürlich Zufall. Und die Pokémon von diesen Inselköniginnen sind auf kompletten Steroiden. Die haben absurde EVs und DVs und einfach lächerliche Werte. Und Hala hatte hier bereits insgesamt drei Pokémon und einen Z-Stein auf seinem Ace. Und das ist jetzt wichtig. In meinem Randomizer war es so, dass Pokémon mit Z-Stein ihren Z-Stein behalten im Randomizer und die haben immer einen passenden Z-Stein bekommen für ihr gerandomistes Pokémon bzw. für einen von dessen Moves. Und das kann stellenweise Status-Attacken treffen, dann hatte ich Glück gehabt, aber es konnte auch extrem starke Schadens-Moves treffen, die dann praktisch zu One-Shot-Attacken wurden. Das war theoretisch auch denkbar. Inselkönig Hala fordert dich heraus. Popspross, danke schön, okay. Finte. Er hat hier Random Feenbrise, okay. Das ist ein bisschen funny, muss ich sagen. Es lohnt sich halt nicht wirklich ein Wechsel, um ehrlich zu sein. Wir töten. Der Crit war äußerst praktisch an der Stelle. Jetzt ist leider Alex schon ein bisschen vorgeschwächt, aber ich denke, das war ein guter Trade, ist in Ordnung. Was hätte ich rein wechseln sollen? Zygarde. Oh mein Gott. Wie soll ich den besiegen? Zygarde Optimum, bitte nicht. Oh, es ist das Hund der Zygarde, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Dick, Safeguard, Bulldoze, Dragon Breath. Okay, der ist trotzdem sehr stark. Ja, auch die Hundeformen sollten wir nicht zu sehr unterschätzen. Wir machen erst einmal einfach Neutral Finte. Es kommt ein Z-Move, also können die Z-Move auslösen. Okay, Z-Bodyguard. Okay, nochmal. Er macht Schaufler, okay, das ist in Ordnung, das resistieren wir. Wieviel macht Schaufler? Alter, machst du Schaden, Junge. Ich mache absolut kein Damage. Ja, Dragon Breath killt mich, ich muss raus, wir gehen in Eugen, würde ich sagen. Da habe ich erwähnt, wie gut die EVs und DVs meiner Gegner hier sind, falls noch jemand gezweifelt hat. Es ist sehr unfair. Ihr glaubt, ihr resistiert? Juckt Generation 7 nicht. Tod seid ihr trotzdem. Rasierblatt. Kann missen. Den muss ich jetzt riskieren. Ich brauche den Damage gerade. Elf Damage geht. Boah, ich mache halt wirklich null Damage, ne? Ich hoffe, dass wir jetzt keinen Trank bei ihm sehen. Ich habe zu sehr Angst vor Trank. Dann brauche ich den maximalen Schaden, Rasierblatt. Ja, dachte ich mir, dass wir Trank gespannen. Es ist Gen 7. Alles ist so asozial wie irgendwie möglich. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen. Junge, der ist wieder voll. Er ist wieder im Game-Bereich. Wir haben einiges erreicht jetzt. Der hat 54 KP, 71 Defense. Das ist kompletter Loser eigentlich. Ich mache keinen Schaden. Die haben perfekte EVs und DVs. Es ist so unfair. Ja, wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt hoffen, dass Sascha hier was reißt. Es kommt ziemlich sicher wieder, Schaufler. Wehe, der macht jetzt auf meinen Switch Dragon Breath. Er macht Biss. Oh Gott, Biss hat mich fast ausgelöscht. Ah, das ist der vorderste Level 1 Move. Okay, das heißt, er hat keinen Dragon Breath. Okay, das heißt, dass Alex nochmal angreifen darf. Ich sollte in der Situation jetzt versuchen, noch Schaden zu machen. Die Frage ist, ob Zertrümmerer oder Durchbruch. Ich versuche Durchbruch, glaube ich. Dann wiederum, wir werden mit Trompeg nicht so viel Schaden machen. Ich glaube, Zertrümmerer ist tatsächlich wertvoller. Es kommt wieder Biss. Okay, perfekt. Wir flischen. Gar nicht gut. Okay, ich werde auf gar keinen Fall Trompeg opfern. Der ist noch zu wichtig für den Run. Wir gehen in Eugen. Es war so schön mit dir. Wir haben dreimal Schaufler gefressen und haben insgesamt 37 Schaden genommen. Wir werden ziemlich sicher nochmal den Move überleben. Es kommt wieder Schaufler, wie wir erwartet hatten. Wir werden nochmal angreifen können. Außer er krittet mich jetzt ehrenlos weg. Aua. Das hat wirklich weh getan jetzt. Okay. Schlecht. An dem Punkt bleibt nur noch ein Play übrig, gefühlt. Wir müssen in Basti für Intensität. Damit können wir auch den maximalen Schaden raushauen und nicht gewonshottet werden. Greta macht was. Es ist halt immer noch ein RNG-Move. Er macht Bodyguard, weil wir nicht in Kill-Range sind. Gut. 7 ist okay. Ein bisschen mehr wäre schön gewesen. Hat er noch einen Trank? Okay. Okay, okay. Alles gut. Der ist tot. Jetzt die Frage, was das letzte Pokémon ist. Ich wollte nicht sofort in Basti gehen, weil das Problem ist, dass ich nicht wissen konnte, ob er Biss einfach einsetzt, neutral und mich damit outspeedet für Flinch und damit gleichzeitig die Robustheit bricht. Plus die Gefahr, dass er nach einer schwachen Intensität einfach nochmal einen Trank zündet. Das Wichtigste ist, dass Trompeg überlebt hat. Das war extrem huge. Dass er in Biss reingewechselt hat, hat wehgetan. Sodacheater. Das Wasser-Pokémon. Toll. Mit Siedewasser. 30% auf Burn into Robustheit out. Wir haben zwar hier Dürre auf unserem Kurtel. Allerdings wird Kurtel Sodacheater nicht ansatzweise besiegen können. Ich kann es nicht ändern. Ich muss die Intensität riskieren. Und die muss jetzt gut ausfallen. Oder Steinwurf. Aber... Nee, eigentlich brauche ich mehr Damage. Es kommt das Siedewasser. Bitte kein Burn. Ein KP. Kein Burn. Hau raus jetzt. Ne 4! Ne 4! Ne 4 war zu wenig. Verfolgung mit 40er Pass-Stärke ist. Mein bestes Out. Dass wir hier Trompeg aufgeben, tut extrem weh. Es kommt gnadenlos, das Siedewasser. Alter Haller ist so ein Boss, Junge. Respekt, Haller. Drei Kills. Keros kommt für Dürre. Macht Rauchwolke und betet, dass irgendwas Gutes passiert. Siedewasser, wie viel Damage? 30. Okay, das geht. Wir schaffen zwei Rauchwolken. Wieder Siedewasser. Er trifft halt auch alles, ne? Minus zwei. So, wir haben noch drei Runden Sonne. Keros wegschmeißen oder hart in Pascal? Wenn wir eine dritte Rauchwolke schaffen, überlege ich nochmal Keros zu behalten. Wir schaffen sie. Okay. Rein in Pascal. Es kommt Miss. Ja, daran geht weiter. Ich kaffe nicht alles Opfern. Ich habe fast keine Pokémon mehr. Es kommen nicht viele Encounter bald. Miss. Okay. Der Switch war perfekt. Die Frage ist, wie oft man jetzt Silber blickt. Ich tendiere aber zu einmal. Wir sind langsamer. Spricht nicht gerade für Soroak. Oh mein Gott. Ich könnte jetzt nochmal in Kurtel gehen und jetzt die Sonne neu rausholen. Dann wäre Keros weg. Es wäre sicherer. Halber Schaden. Keros, du hast es gut gedient. Mach nochmal die Sonne. Zeig nochmal deinen besten Trick. Strahlen der Sonnenschein. Das war's für Keros. Aua. Okay. Sollte jetzt Soroak den Kill nicht schaffen, gibt es immer noch die Chance, dass Basti nochmal einen Move rauskriegt. Siedewasser hittet. Instant der Burn. Das war's. Damit scheitert die Gen-Log in Generation 7 beim ersten Inselkönig. Das ist bodenloser Betrug. Okay. Wir gehen jetzt in Silberblick. Basti hat noch die Chance. Oh mein Gott. Er hat gerade selbst Silberblick gemissplayt. Ich denke, Basti macht jetzt schon sehr guten Schaden. Wenn er nochmal reinkommen sollte. Wir machen jetzt Verfolgung. Swam und hoffen. Siedewasser hittet. Das Karls Zeit ist gleich abgelaufen. Verfolgung. Ein weiterer Treffer und wir sind weg. Daneben. Komm schon. Kämpf um dein Leben. Kämpf um dein Leben. Du kannst es noch schaffen. Okay. Letzte Chance. Letzte Chance. Wenn Basti den Kill schafft, dann überleben wir mit einem Pokémon. Es geht noch. Basti hat einen KP. Das kann reichen. Er ist auf minus 3 Genauigkeit. Okay. Ich habe jetzt lange überlegt, welchen Move wir drücken hier. In dieser wundervollen Situation. Intensität mit einer hohen Nummer reicht natürlich safe. Steinwurf. Ja. Ist halt die Sache, dass es missen kann. Durchbruch. Ist ja, denke ich, die beste Option. Sollte killen. Aber wäre schon hart, wenn er auf einem KP hängen bleibt und wir verlieren. Er misst die Kratz-Furie. Oh mein Gott. Es killt. Wir gewinnen. Wir überleben Hala. Ich denke, zu diesem Kampf hier muss ich nicht mehr viel sagen, oder? Ich bin einfach auf dem letzten Pokémon gelandet, auf einem KP und habe nur durch Glück überleben können. Inselkönig Hala hat mich einfach komplett zerstört und fünf meiner Pokémon gekillt. Ich hätte hier fast die Gen-Log verloren. Und das zeigt einfach, wie heftig Gen 7 sein kann, vor allem in meinem Randomizer. Dass auch Pokémon wie Zygarde, wenn auch in der schwächeren Form, aber trotzdem halt Zygarde, ein Kavaligi, bei einem der ersten Kämpfe überhaupt kommen können, ist halt ziemlich brutal. Und wenn es dann auch noch beim Inselkönig ist, bei den heftigen EVs und DVs, dann ist es halt sehr schwer sowas zu killen. Und auch Sudachita beispielsweise, weil weiß Gott nicht geschenkt mit Siedewasser, das war ein sehr starker Gegner. Ich habe hier einfach fünf komplette Teammitglieder verloren und das waren mit meine besten Pokémon überhaupt. Und ich wusste halt, es werden gleich diverse Prüfungen kommen auf der zweiten Insel, die extrem hart werden, wenn mir die richtigen Pokémon fehlen. Das waren keine guten Aussichten. Und ich will hier kurz dazu sagen, das Spiel hier ist verdammt lang. Und spätere mächtige Bossgegner werden immer häufiger solche Werte haben. Hala ist, was das angeht, kein Einzelfall. Und die gesamte Pokémon-Liga beispielsweise, die ist halt auch so aufgebaut. Und ich durfte dann auch nach Hala einfach nur ein weiteres Pokémon einfangen und das war dann nur Sengo. Ein Normal-Pokémon aus der dritten Generation, was halt wirklich nicht so gut ist. Ja, das hat einen guten Angriff-Stat, aber halt leider auch nicht mehr. Und auch nicht die heftigste Carverage. Ja, und da bin ich aufgebrochen zur zweiten Insel. Ich habe aber auch gute Neuigkeiten. Sobald man Mantag surfen kann, kann man Gischt-Punkte sammeln und zwar unendlich viele. Und dann kann man zu sehr guten Attackentutoren gehen, um seine Pokémon aufzuwerten. Und damit konnte ich meine restlichen Pokémon ein bisschen stärken und mich dann aufmachen zum nächsten richtigen Kampf. Und das war dann der Kampf gegen Dexio, aber der hat nur zwei Pokémon gespielt. Er hat hier geleadet mit Otaru und ich habe hier Sengo gespielt, Geowatz, Elphoon, Sepiroyal, Kecleon und Skorgler, also mit das Beste, was ich noch hatte. Und Otaru konnte ich outen über Elphoon, was sogar jetzt Gigasauger hatte schon, wegen halt dem sehr starken Tutor. Als zweites hatte er dann aber was Starkes, und zwar Shadrago. Und dort bin ich dann lieber rübergewechselt auf Geowatz, um das physisch ganz gut zu wallen, allerdings hatte Shadrago auch Biss, um mich flinschen zu lassen, und Intensität, also die beste Attacke von Geowatz, war halt immer noch Zufall. Das konnte halt stellenweise wirklich wenig Schaden machen. Und nachdem ich dann wirklich auch noch geflinscht bin, bin ich lieber rübergewechselt wieder auf Elphoon, um damit den Kampf zu Ende zu führen, und ich habe dort zumindest nichts weiteres verloren. Ich wollte aber den Kampf unbedingt einblenden, denn ich durfte dann nach Dexio ein weiteres Pokémon fangen, und das war dann einfach Shadrago. Ich habe direkt nach Dexios Shadrago ein eigenes gefunden, und das hat mich sehr gefreut. Mein Team war ja an dem Punkt einfach nicht mehr so stark gewesen, und einen Drachen zu haben, der Feuer, Wasser, Pflanze und Detektro resistiert, das war natürlich praktisch. Klar, das war kein Pseudo-Legendary, aber trotzdem spielstark. Das Spiel gönnt einem aber auch wirklich überhaupt keine Pause. Und so musste ich dann ein weiteres Mal gegen Tali direkt antreten, und ich hatte halt wirklich in der Zwischenzeit nur diesen einen weiteren Encounter bekommen. Und Tali hat dann schon vier Pokémon gespielt, also der wurde auch immer stärker. Er begann zunächst mal ziemlich fair mit einem Perlu, wo ich rüber wechseln konnte in Sepi Royale, um das sehr effektiv anzugreifen, aber sein zweites Pokémon war schon deutlich besser, und das war jetzt zum ersten Mal ein Mega, nämlich Megavisa Floor. Ich find's mega gut, dass sie bei Gen 7 die Megasteine noch drin gelassen haben, ab der achten Generation wurden die ja leider komplett entfernt ohne Grund, man konnte aber tatsächlich im Postgame halt die Megasteine kriegen als Spieler, einfach beim Kampf bauen, und daher waren halt wirklich alle Mega-Formen in Gen 7 einprogrammiert, und ich konnte die in den Randomizer einbauen. Ich konnte aber Megavisa Floor hier ganz gut besiegen über Sepi Royale mal wieder, da ich Eisenschweif drauf hatte, ebenfalls durch den Tutor, und auch Synthese durch den Tutor. Denn damit konnte ich mich immer wieder gegenheilen, und ja, Eisenschweif hat nur 75 Genauigkeit, was ziemlich frustrierend sein kann, aber man trifft halt immer mal wieder, und irgendwann hat's ausgereicht. Und der Rest des Kampfes lief dann ziemlich gut für mich. Denn es kam dann auch Verkokel rein, aber dort konnte ich in Geowatz wechseln, und mal wieder eine sehr starke Intensität abfeuern, und sein letztes Pokémon war dann nur in Carpador ohne vernünftiges Moveset. Also insgesamt war der Rivale hier ziemlich fair, aber Tali wird halt theoretisch auch in diesem Run hier, doch mehrfach auftreten und immer und immer stärker werden. An dem Punkt wurde es aber langsam ziemlich bedrohlich, weil ich wusste, ich bin mittlerweile kurz vor der zweiten Prüfung, und das wird eine Wasser-Käfer-Prüfung sein, und ich hatte kaum vernünftige Pokémon dafür übrig. Und meine nächsten beiden Encounter waren dann Cognodon und Ignivore, beides Pokémon mit Wasserschwäche, die nicht mal vollentwickelt waren. Ramaydon kann später ein sehr starkes Gesteins-Pokémon werden, was aber eine komplette Glass Cannon ist, das war nicht so toll für die Challenge, und Ramoth kann zwar theoretisch extrem spielstark sein, allerdings erst auf wirklich späten Level und es hat sich für eine ganze Weile nicht entwickelt. Das entwickelt sich sogar erst auf Level 59. Also hat mir auch das fürs Erste überhaupt nichts gebracht. Beim letzten kleinen Bosskampf vor der nächsten Prüfung hatte ich dann aber sogar ein bisschen Glück, und zwar muss ich dann auch gegen Gladio antreten, den zweiten Rivalen könnte man sagen, und dem sein bestes Pokémon war mega, aber nette, das hatte aber keine vernünftige Attacke gegen meinen Sengu, weil das halt Typ normal war und immun war gegen Geist. Und ansonsten hatte der nur Viscargo und Yanmar, und die waren nicht wirklich stark. Bevor ich aber dann letztendlich gegen den zweiten Herrscher antreten musste, durfte ich nur noch ein weiteres Pokémon encountern, und der Encounter war dann wirklich wichtig. Ich hatte immer noch ein katastrophales Matchup gegen den Herrscher, und wusste nicht so ganz, was ich machen soll, wenn der Encounter nicht gut werden sollte. Und dann habe ich Deden gefunden. Deden ist eigentlich kein so krasses Pokémon, aber es ist ein Pikachu-Fake mit Typ Elektro, und es hatte dementsprechend ein gutes Matchup gegen den Wasserherrscher, und es hatte sogar auch schon die Attacke Parabol-Ladung, die aktiv KP wiederherstellen kann, während sie Schaden macht. Das ist ein bisschen wie Gigasauger, also eigentlich genau das, was ich wollte. Aber wie gesagt, die Basiswerte von Deden waren halt einfach nicht so krass, und deswegen war ich ein bisschen skeptisch. Und hier jetzt eine kurze Erklärung zur zweiten Prüfung. Man muss dort gegen Aranestro antreten, ein Wasser-Käfer-Pokémon mit gutem Bulk, was aber normalerweise nicht allzu schnell ist. Allerdings bekommt es hier durch die Prüfung einen Plus-Eins-Init-Push, also ist es doch nicht mehr so lahm, und es kämpft im permanenten Regen, um seine Wasser-Attacken zu stärken. Und ja, es kann zwar nur Blubber-Spam, nicht unbedingt die beste Attacke, aber im Regen mit Step und so weiter, tut das dann schon ganz gut weh. Und es trägt auch bei dieser Prüfung hier, einfach eine Anti-Elektro-Beere, um einmalig eine Elektro-Attacke abzuschwächen. Also selbst wenn man sehr starke Elektro-Attacken haben sollte, macht man gar nicht mal so viel Schaden zunächst mal. Und natürlich konnte Aranestro auch mal wieder Partner rufen, und zwar in dem Fall seine Vorentwicklung Arakwa, und auch Maskeregen, die ebenfalls mit angreifen können. Und das war schon wirklich, wirklich hart, für eine so frühe Stelle im Spiel. Und genau deswegen wollte ich die Herrscher hier nicht randomisen, weil die potenziell einfach nur leichter werden würden. Ja, und mein Team für diesen Kampf hier sah so aus. Ihr merkt schon, das hätte eigentlich ein bisschen besser sein müssen. Ich wollte mit Makabaja leaden, für Dunkelnebel, um erstmal den In-Init-Push vom Herrscher wegzunehmen, das war zumindest die Idee, und dann wollte ich Makabaja praktisch opfern, um in Sengo zu kommen, was Schockwelle einsetzen könnte theoretisch, um die Anti-Elektro-Behre zu verbrauchen vom Herrscher, damit dann Deden vernünftigen Schaden machen kann, über Parabol-Ladungen. Ihr seht aber auch schon, ich hatte beispielsweise auch Geowatz zum Beispiel dabei, weil ich einfach nichts krasseres mehr hatte. Die Catches waren nicht gut, und bei Hala waren halt unglaublich viele Pokémon gestorben. Aber wie die Prüfung dann gelaufen ist, das seht ihr jetzt. Aranestro-Herrscher greift an. Er steigert seine In-Init. Wir haben einen perfekten Plan. Wird der funktionieren? Mal sehen. Erstmal Dunkelnebel. Er macht Blubber. Es kommt kein Biss. Damit wird er wohl seine Fähigkeit behalten. Das ist schon mal nicht gut. So, welcher Mitschreiter kommt? Es kommt Arakwa. Also seine Fähigkeit können wir leider mit Mumien nicht mehr auslöschen. Florian ist tot. Kommt Klebenetz. Arakwa macht auch Blubber. Okay, das ist ja schon mal nett. Klebenetz ist nicht da. Wir gehen in Finn. Machen Schockwelle auf Aranestro. Und dann sind wir weiter. Und auf jeden Fall schneller als alles. Das macht 1kp Schaden natürlich. Aber das ist in Ordnung. Blubber. Okay, das Blubber gespam ist sehr extrem hier. Klebenetz kommt. Okay, mein nächstes Play wird sein Schlitzer auf Aranestro. Um noch ein bisschen Chip-Damage zu machen. Vielleicht reden wir ja von viel Schaden. Wir reden von okay viel Schaden. Blubber. Blubber. Okay, das war was zu erwarten war. Dann folgt jetzt Carsten. Und macht hoffentlich einen Multikill. Wir sollten schneller sein. Parabol Ladung. Ja, wir sind schneller. Perfekt. Das war Decent Damage gegen beide. Blubber. Jetzt tankt das bitte weg. In it sinkt. Okay, das ist nicht nach Plan verlaufen. Boah, Blubber. So, da ist die eine Gratis-Beere. Plus Backentaschen. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt leider wechseln, weil die Innit-Senkung kam. Die hat extrem wehgetan. Auf einmal hätten wir lieber ein gutes Opfer dabei gehabt. Das ist halt die Sache immer. Achso, direkt nochmal. Parabol Ladung würde gehen, theoretisch. Stimmt, wir könnten Araqua einfach outspeeden. Okay, der Speed Drop hat extrem wehgetan. Aber, wir müssten Araqua noch safe outspeeden. Aranestro mit viel, viel Glück. Parabol Ladung. Wir outspeeden immer noch beide. Holy shit. Okay, das ist huge. Blubber. Jetzt bitte nicht noch eine Innit-Senkung. Okay. Araanestro ruft Mitstreiter. Jetzt kommt Maske Regen rein. Hallo. Bedroher. Der ist irrelevant. Okay, Maske Regen hat uns nichts, um uns sofort zu töten, könnte aber mit Stunt Spore echt ekelhaft werden. Ich vermute, es kommt aber Tailwind. Wir machen Parabol Ladung. Jetzt kommt Tailwind, ja. Okay, nice. Damit haben wir gewonnen. Und raus. Wir leben nach minimalen Verlusten. Und raus. Alter, dieses kleine D-Den hat mir so hart den Arsch gerettet. Und diese eine Citro-Beere, die wir random gedroppt bekommen haben, wovor wir unendliche haben, dann nach der sechsten Prüfung. Das hat alles so sehr geholfen. Wangenrubbler kommt jetzt, ja, der kommt spät. Ich durfte nur Level 19 haben, logischerweise, weil der Herrscher Level 20 war. Deswegen hatten wir Wangenrubbler nicht. Ich war selten so dankbar für einen einzelnen Encounter, wie für dieses Denn-Den. Das hat einfach im Alleingang die Gendog hier gerettet und Aranestro war damit besiegbar. Hätte ich dieses Pokémon nicht Encountert, sondern beispielsweise eine weitere schlechte Basisform oder so, hätte ich praktisch gar keine Chance gehabt. Aber in dem Fall konnte ich Aranestro besiegen, ich habe aber zwei Pokémon währenddessen verloren, und zwar Makabaja und Sengu. Aber ich denke, das waren auch kluge Opfer. Bevor man aber dann sofort weiter muss zur nächsten Prüfung, darf man auch mal einige weitere Pokémon Encountern, da man dann surfen kann auf der Overworld mit Lapras und man schaltet auch die Angel frei. Und ich habe dann all das hier bekommen. Ich habe Draschel gefunden, Moli Morba, Geradax, Hariyama und Taupsee. Da waren durchaus gute Pokémon dabei, die nächste Prüfung allerdings wird Feuer Geist sein und da hatten diese Pokémon hier nicht die besten Matchups. Draschel allerdings wird später zu Brutalander werden auf Level 50 mal wieder, wieder halt ein starkes Pseudo Legendary mit Bedroher, eines der besten Pokémon für Naslok überhaupt und auch Hariyama hat mich gefreut, weil es halt ein Kampftank ist, der einiges wegsteckt und auch sehr stark angreifen kann, mit sogar guter Coverage für die Tutoren. Aber für die nächste Prüfung war da jetzt nicht so viel dabei. Wenigstens konnte ich damit Hariyama aber erst mal die Ultra-Forscher zerstören, die dieses Mal nur ein Chilabelle hatten, also hatte das eine fette Kampfschwäche. Und dann durfte ich doch vier weitere Pokémon encountern, um mich auf die dritte Prüfung vorzubereiten. Und ich habe natürlich extrem gehofft, jetzt beispielsweise mächtige Wasser-Pokémon oder so zu finden, mit denen ich eine gute Chance haben werde. Tja und was habe ich dann bekommen? Ein Bibor, ein Wablu, ein Glurak und ein Kangama. An sich keine schlechte Encounter-Welle. Ihr müsst wissen, die vierte Prüfung wird Typ Pflanze sein und dort sind Bibor und Glurak zum Beispiel ziemlich spielstark sogar. Also selbst Bibor hat mich ein bisschen gefreut. Und Glurak ist ja sogar ein mächtiger Feuerstarter mit sehr guten Basiswerten. Und ich hatte ja sogar Kangama gekriegt als Normal-Tank, der auch gar nicht mal so übel ist, ebenfalls mit guter Coverage durch die Tutoren. Aber wie gesagt, für die Feuer-Geist-Prüfung war da halt nicht so viel dabei. Aber wie ist denn die dritte Prüfung jetzt genau aufgebaut? Man kämpft zunächst mal gegen den Herrscher, Alola-Knogger und der ist wie gesagt Feuer-Geist, also eine ziemlich coole Alola-Form, wie ich finde, aber auch mächtig. Und das Ding bekommt einen Plus-2-Init-Push, also es ist dann nicht mal mehr langsam. Wer aber denken sollte, dass Knogger halt gar nicht mal so stark ist, hat sich auch geschnitten, denn das Ding trägt einen Kampfknochen, was seine Angriffswerte pushen kann. Und es hat auch ein sehr gutes Moveset und auch beispielsweise Scanner, um einfach eine Runde abzuwarten, bis sein Partner reinkommt. Das ist ziemlich gemein. Und der Partner ist in dem Fall Amphira, ein Feuer-Gift-Pokémon, mit dem auch nicht zu spaßen ist. Das ist also ebenfalls keine leichte Prüfung. Es wird aber sogar noch lächerlicher. Bevor man gegen Alola-Knogger, also den Herrscher, antreten kann mit seinem Amphira zusammen, muss man zunächst mal ein anderes Alola-Knogger besiegen, was kein Herrscher ist und dann auch noch einen Random-Trainer, und zwar einen Wanderer, der die Prüfung kurz unterbricht. Also der hat dann auch noch mal einen Pokémon und das ist sogar gerandomized in meinem Randomizer. Und dann fängt erst der Herrscher an. Und dazwischen wird man natürlich nicht geheilt, wir wollen es ja nicht zu leicht haben. Und meine Taktik für das Ganze sah halt ein bisschen wackelig aus. Ich habe mal wieder ein paar Pokémon mitgenommen, wie Deden oder Elphoon, um den Herrscher potenziell zu verkrüppeln und auch sowas wie Hariyama mit Abschlag, um vielleicht den Kampfknochen wegzuschlagen. Das war zumindest in der Theorie eine gute Idee. Und dann natürlich so Pokémon wie Shardrago oder Geowatz, die einfach gut waren bisher, weil ich halt nicht wirklich perfekte Auts hatte, genau für diese Prüfung hier. Okay, Knorga kommt zuerst. Wir machen erst einmal Parabol-Ladung. Tastflug triggert. Jetzt kommt die Keule. Okay, das ist in Ordnung. Wir gehen, würde ich sagen, auf auf Basti. Basti ist ein Safe-Kill zumindest. Das Safe ist gar nichts bei Intensität. Er misst, Gott sei Dank. Okay, nice. Intensität. Fünf. Reicht fünf? Fünf ist zu wenig. Fünf reicht. Okay, Gott sei Dank. Gut, gut. Der Wanderer hat Mediras. Ich würde sagen, der hat nichts gegen uns. Aber Geduld. Wir müssen aufpassen. Scham. Einfach, weil wir können. Das schadet nicht. Das machen wir jetzt einfach. So, und jetzt machen wir Parabol-Ladung. Und werden uns die KP wiederherstellen, so ein bisschen. Ja, das ist gut. So kriegen wir Carsten wieder auf Full-Life auf Dauer. So, und jetzt gehen wir für Kill. Und sind wieder ziemlich auf Full-Life. Okay, ich bin gespannt, wie der Herrscher läuft. Knogger, Herrscher greift an. Nicht schön. Dann wollen wir mal sehen, ob das alles so hinhaut, wie ich es mir gedacht habe. Wangenrubbler. Wir kriegen ihn raus, sind schneller. Und er macht keinen Scanner. Interessant. Tastfluch. Paralyse. Kommt nicht. Flammrad. Der denn lebt. Okay. Jetzt die Frage, wie wir darauf aufbauen. Backentaschen. Knogger ruft Mitstreiter. Der ist am Vierer. So, wir haben Paralyse drauf. Huge. Also beide müssen nicht mehr sterben, weil dadurch, dass die Ersttaktik funktioniert hat. Jetzt die Frage, wenn wir jetzt in Tierno gehen, wird Tierno nicht mehr konstant seinen Abschlag rauskriegen. Das kann ich nicht machen. Okay, das Ganze hat besser funktioniert als erwartet. In dem Fall opfern wir hier Jan. Und gucken mal, vielleicht kriegt ja Jan noch ein, zwei Attacken raus. Mal gucken. Je nachdem, was geschieht. Gift Schock. Okay, das wird wehtun. Paralyse. Passiert. Okay, nice. Leftovers recovern ein bisschen. Und wir gehen auf Biss. Gegen Knogger. Er macht Folterknecht nur. Sehr schön. Trottel. Wie viel macht Biss? Ordentlich was. Okay. Leider keine Fullpara oder Flinch. Das ist unlucky. Okay, nächste Runde werden wir gedoppelt. Okay, ich habe gerade lange überlegt, ob ich Shardrago vielleicht sogar auf Krampf am Leben lassen will, aber es ist zu risky. Wenn ich jetzt rübergehe auf Tierno, wechselt er in Attacken rein. Das geht nicht. Also müsste ich mit einem Damage-Dealer weitermachen oder doch Carsten opfern, was natürlich dumm ist. Aber die beiden anderen Damage-Dealer wollen nicht, dass er sein Kampfknochen noch hat. Also muss ich leider in den bitteren Apfel beißen und hier Katapult machen. Ein weiterer Biss geht obviously nicht wegen Folterknecht. Katapult geht noch raus. Wenn er jetzt noch mal Fullpar hat, dann hätte ich es im Leben lassen können, aber nee. Dann machen wir jetzt mit Tierno das Abschlag-Play auf Knorga. Es kommt Giftwolke. Oh mein Gott, du Trottel. Ja, nice. Danke für Adrenalin. Tod. Das war das Beste, was hätte passieren können. Amphira hat uns gerade den Kill absolut gesaved. Ich denke, es war gut möglich, Shardrago am Leben zu lassen, aber es ist ein cleveres Opfer einfach, 100% safe zu gehen. Wir gehen in Basti jetzt. Intensität, Amphira stehen tot. Gebürnt in den Kampf zu gehen, war leider nicht erlaubt in meinen Aslock-Regeln. Deswegen konnte ich Adrenalin nicht schon im Vorhinein mitnehmen. Folterknecht. Ich brauche nur eine Intensität. Oh, oder auch nicht. Vier. Das war etwas cringe. Egal. Katapult. Basti räumt nur noch den Dreck weg. Oh ja. Und damit gewinnen wir mit dem Opfer von Shardrago, das ich sehr gerne gebracht habe. Gegen den dritten Herrscher. Und gegen den vierten bin ich schon ganz gut vorbereitet. Ich habe schon Ideen. Auch die dritte Prüfung habe ich irgendwie überleben können. Der Tod von Shardrago hat natürlich wehgetan, das war ein wirklich solides Drachen-Pokémon, aber ich bin halt bei so einer Challenge hier immer der Meinung, dass man lieber Save was opfern sollte, anstatt den gesamten Run zu riskieren. Ihr wisst, da hängen Wochen an Arbeit dran und da habe ich lieber Shardrago abgestoßen. Traurig war es aber dennoch. Aber vor allem, dass hier Adrenalin getriggert wurde von Hariyama, war schon ein bisschen witzig. Die vierte Prüfung kommt dann aber wirklich direkt kurz danach, mit praktisch gar nichts dazwischen. Man darf nochmal zwei weitere Pokémon entcountern, in dem Fall waren das bei mir Mammolida und Sazenia, nicht wirklich die krassesten Buffs, aber auch keine mega schlechten Pokémon und dann ging es auch direkt los. Und Prüfung Nummer 4 funktioniert folgendermaßen. Man hat den Herrscher Mantidea, ein reines Pflanzen-Pokémon, das ich ja selbst schon gefangen hatte zu Beginn des Runs und dieses Pokémon bekommt mal wieder einen Push auf die Init um zwei Stufen. Und das ist jetzt auch der letzte Herrscher, der nur Init-Pushs bekommt, also alle späteren bekommen krassere Pushs. Aber wie auch immer. Mantidea hat mal wieder sehr starke Coverage, beispielsweise hat das Ding Solarklinge als Step-Move, den es sogar einmalig über ein Kraut sofort aufladen kann, ohne dass Sonnentag draußen ist und um das Ganze noch heftiger zu machen, kann es mal wieder zwei verschiedene Partner rufen. Und zwar Kecleon und Kurelei. Und die sind bekannt dafür, Sonnentag rauszulegen und vor allem Kurelei ist dann besonders anstrengend, da es Mantidea einfach immer wieder vollheilen kann. Und wenn halt die Sonne draußen ist, dann kann der Herrscher ohne Pause Solarklinge spammen, ohne Downsides und das ist schon ziemlich gemein. Nun war das aber zumindest mal wieder eine Prüfung, wo ich mich halbwegs vorbereitet gefühlt habe, denn ich hatte zumindest ein gutes Team dafür. Ich hatte mal wieder Deden, um Pokémon zu verkrüppeln, keine Frage, vor allem halt wieder den Herrscher, ich hatte aber auch Biobo und Glurak, um halt praktisch alles vom Herrscher zu resistieren und sehr effektiv anzugreifen. Und vor allem Feuerattacken von Glurak in der Sonne sind halt doppelt gut theoretisch. Da allerdings Kecleon, einer der Supporter vom Herrscher, theoretisch Antikraft spammen kann, um sehr effektiv die beiden Pokémon anzugreifen, habe ich auch Hariyama mitgenommen, um das sehr effektiv zu zerstören. Und dann halt noch ein paar Normal-Types, weil ich halt nichts besseres hatte. Herrscher Nummer 4, Mantidea greift an. Auch hier habe ich meine Strategie gewählt. Clever und Weise. Es kann gar nicht schief gehen. Carsten, wieder der MVP. So, die Idee ist, wir haben Spiedenturn-Bomb für Scham. Wir sind langsamer. Okay, das ist nicht geplant. Okay, aber wir leben. Ich wusste, dass es sehr knapp wird, falls wir nicht outspeeden. Ich hatte gehofft, dass wir outspeeden. Das macht es jetzt sehr viel spannender, als es geplant war. Aber gut, kann ich immer alles nach Plan verlaufen. Wir müssten eigentlich schneller sein. Ich habe über 100 Init und der kommt nur auf ungefähr 90. Aber das scheint zu reichen mit EVs und DVs. Dann sind die Herrscher echt krass. Egal, er ist auf minus 2. Das kann uns schon mal keiner mehr nehmen. Ne, der hat 45 Init und geht hier auf plus 2 Init. Das heißt, der kommt auf 90. Wir haben eigentlich über 100. und wir wurden trotzdem outspeedet. Das ist schon lächerlich eigentlich. Dadurch, dass Kecleon jetzt gleich Sonnentag machen wird und wir ihn nach dem Sonnentag nicht mehr paralysieren können, bin ich jetzt darauf angewiesen, sofort Wangengrubbler zu machen, damit man Tidea noch die Paralyse bekommt. Er lädt die Solarklinge auf, das war zu erwarten. Paralyse ist drauf und es kommt Sonnentag. Nein, es kommt ihr Schlag, verdammt. Kleber bitte. Oh Gott, okay. Es läuft nicht so wie nach Plan, aber wir haben für den schlimmsten möglichen Fall auch mitbedacht alles. Wir hätten schon absurd gehighranged werden müssen, um One-Hit zu sein. Ich sehe jetzt hier zunächst mal den Wechsel in Bibor, um die Solarklinge vierfach wegzustecken. Wenn Bibor hier stirbt bei der Challenge, ist das sowieso ein gutes Opfer fürs Team, würde ich sagen. Oh ja, das ist gar kein Damage mehr. Ihr Schlag kommt wieder. Kecleon heute gar nicht interessiert am Sonnentag irgendwie. Das ist merkwürdig. Es gefällt mir nicht, dass Kecleon so aktiv am Kampf teilnimmt. Okay, es ist eine komplexe Situation. Ich würde aber Bibor jetzt noch nicht wegopfern, denn wir haben hier Erholung drauf. Ich denke, wir können später Bibor wieder vollheilen und haben das als zweite Winning Condition gegen Mantidea neben Glurak. Das heißt, wir gehen jetzt auf Alfred und hoffen, dass Alfred noch die ein oder andere Sandwirbelattacke vielleicht auf Mantidea feuern kann, wenn wir Glück haben. Mal gucken. Es kommt Fußtritt direkt. Okay, das ist nicht ideal, aber passt schon. Ich habe noch nie das Kecleon so offensiv kämpfen sehen. Das ist sehr weird, aber egal. Minus 1 Init könnte noch okay sein. Wir machen Sandwirbel auf Mantidea. Ich würde sagen, Geradax hat mir nur einen Sandwirbel schon mehr gemacht, als wir jemals erwartet hätten. Da kommt der Sunny Day. Okay. Und wir haben einen zweiten Sandwirbel auf Mantidea. Vielleicht trifft er ja nichts mehr. Wir opfern hier einfach Geradax. Das ist eh kein gutes Pokémon. Er misst sogar. Nice. Ihr Schlag? Gut. Jetzt könnte man anfangen, darüber nachzudenken, Alfred am Leben zu lassen, weil das gut performt hat. Ich denke, wir sollten nicht zu greedy werden. Wenn Geradax hier stirbt, ist das okay für mich. Ich gehe auf Kopfnuss für Chip Damage auf Caglion, damit Hariyama eine leichtere Zeit hat. Vielleicht kommt der Flinch. Da können wir noch ein bisschen mehr nachdenken. Paralyse? Okay. Ihr Schlag kommt allerdings. Ja gut. Wir haben Geradax hier geopfert. Das ist in Ordnung. So. Jetzt möchte ich auf jeden Fall das Caglion tot sehen. Durchbruch auf Caglion. Solarklinger auf minus zwei. Wird immer noch ganz gut wehtun wahrscheinlich. Das geht voll. So, Caglion ist definitiv tot. Jetzt kommt Kurelai gleich. Wir werden jetzt versuchen, B-Boy wieder in den Kampf zu bewegen. Es gibt eine kleine Chance, dass B-Boy jetzt wieder healthy wird. Komm, Miss. Er trifft. Okay. Ja, das ist schade. Dann müssen wir jetzt abwägen. Warte, mit den Leftovers. Ja, das passt eigentlich, ne? Oh, und Konfi kommt nicht sofort. Ja, dann alles gut. Alles gut, alles gut. Erholung. B-Boy ging es nie besser. Perfekt. Okay, nice. Es wundert mich gerade, dass Konfi nicht sofort kommt. Wir nehmen die Chance an. Wir gehen auf Damien. Konfi kommt immer noch nicht. Mache ich noch eine Rauchwolke? Ne, ich habe jetzt die Chance zu killen. Wir nehmen die Chance. Rein da. Woos Tritt kommt. Macht Minus-Damage. Okay. Okay, da ist jetzt der Partner. Das heißt, wir werden den Kill nicht hinbekommen. Kurelai wird gegenhealen. Ist in Ordnung. Wir verkrüppeln weiter das Mantidea mit Rauchwolken. Oh, da ist Sunny Day. Jetzt machen wir mehr Damage. Aber Mantidea wird einfach Synthese spammen, ne? Hat aber nur 5 Mal Synthese. Oh, Blütenhülle. Ehrlich gesagt spielt das überhaupt keine große Rolle. Wir werden jetzt einfach langsam Kurelai töten, damit Mantidea nicht weiter supportet und irgendwann werden wir gewinnen. Das Missplay eben in die Fähigkeit rein hat kein bisschen gemettert. Weg damit. Aber der hat stehend verloren. Synthese. Irgendwann kommt der Crit. Und tot. Damit haben wir die vierte Prüfung bestanden. Und das sogar wieder ziemlich souverän, würde ich sagen. Wunderschön. Glurak und Bibor waren sehr, sehr wichtig. Als Encounter. Auch hier konnte ich wieder sehr froh sein, dass ich halt Bibor und Glurak entcountert hatte. Die waren einfach beide mega gut. Und auch Deden hat hier mal wieder einen sehr, sehr krassen Job gemacht. Es ist aber leider zumindest Geradaks gestorben, aber ich denke auch das war wieder ein gutes taktisches Opfer. Es macht einfach Sinn bei diesen Herrscherkämpfen, immer ein, zwei Tode einzuplanen, die nicht mega wehtun, um halt die Siegeswahrscheinlichkeit drastisch zu erhöhen. Und das war hier mal wieder so ein bisschen der Fall. Nachdem ich aber dann mit den drei großen Prüfungen auf der zweiten Insel fertig war, war die Insel noch lange nicht durchgespielt. Denn es gab auch noch weitere Gebiete und zu denen kommen wir jetzt. Und zunächst mal konnte ich einen Pokémon fangen, aber das war nur Kingler. Ein weiteres Pokémon, was ich garantiert nicht spielen wollte, einfach weil es unglaublich langsam ist und gar nicht mal so stark, wie man denken würde. Und am Ende von dem kleinen Tunnel, bevor ich noch weitere Pokémon encountern durfte, musste ich dann gegen zwei Rüpel antreten von Team Skull. Und der Rivale ist mir hier zu Hilfe gekommen, also Tali, für ein 2 gegen 2. Und Doppelkämpfe zusammen mit der KI sind halt immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn die Gegner halt ein gutes Team bekommen sollten. Und dann ist das hier passiert. Doppelkampf gegen Team Skull Rüpel, zusammen mit Tali. gegen Groudon und Ledian. Primal Groudon und Ledian. Okay, was haben wir als Partner? Ein mächtiges Krabbi. Ja, das kann der toll werden. So, der hat zwei verschiedene Boden-Moves. Gegen die ist Glurak Immun und Flammensturm. Also Glurak ist Winning Condition so ein bisschen. Problem ist, in der Sonne tut alles immer weh. Also, Safe sind wir lange nicht. Und ich denke, wir bleiben eine Runde drin. Und Mogel heben das Groudon. Weil es free ist. Dann kommt Reflektor. Den kann ich auf lange Sicht eh nicht verhindern. Ist in Ordnung. Metallklaue. So, jetzt versuchen wir Ledian erstmal loszuwerden. Feuerschlag. Es kommt die Erdkräfte. Wahrscheinlich auf Krabbi, weil er Kill Range ist. Exakt. Krabbi wurde ausgelöscht. Silberhauch. Bitte kein Omni-Boost. Okay, sehr gut. Feuerschlag. Sollte killen. Wegen Sonne halt. Karadonis. Das ist nicht unbedingt das, was hier gerade gut ist, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich denke, wir machen trotz der Sonne erstmal den Reflektor weg. Flammensturm. Oh. Alter, okay. So, Reflektor ist weg. Dann gehen wir rüber auf Cherizard. Und Groudon sieht ziemlich schlecht jetzt aus. Grimasse Misplay, sehr schön. Ja, das ist entschieden, würde ich sagen. Feuerschlag. Off-Speed ist kein Thema. Ist er tot? Oh, das hat gar nichts gemacht. Achso, stimmt. Der ist ja Feuer. In der Form. Ja, okay. Aber das macht keinen Unterschied. Mega! Okay. Durchbruch macht aber auch nicht wirklich mehr. Wir probieren es aus, I guess. Komm. Ich denke mal, dass Talie hier eh killt. Exakt. Okay. Ist doch eigentlich ein netter Buff im Vergleich zu Krabbi, oder? Danke Talie für die Unterstützung. Ich dachte, Talie wird ein kompletter Loser dieses Mal. Hier ist mein Randomizer mal wieder komplett eskaliert. Einfach Primal Groudon bei den Rüpen und Megalatias bei Talie. Ja, zumindest hatte ich einen starken Partner, muss man sagen, der später reinkam und ich habe Primal Groudon ohne Verluste umspielen können. Ich hatte aber auch kein so schlimmes Matchup. Man darf aber halt nicht vergessen, dass solche krassen Pokémon noch jederzeit bei heftigen Bossgegnern kommen könnten, wo ich nicht mal einen Partner habe. Und davor hatte ich natürlich massiven Respekt. Weil das hier hat einfach mal wieder gezeigt, wie krass die Liegedichte ist bei meinem Randomizer. Nach der Höhle durfte ich aber dann wieder drei weitere Pokémon encountern, bevor es zu weiteren Bossgegnern ging und die waren dann wirklich gut. Denn ich habe dann Rabigata bekommen, Quapo und Zenlong. Ein Pokémon, was viele Leute wahrscheinlich gar nicht kennen werden. Rabigata ist eines der besten Undicht-Pokémon aller Zeiten und dass Undicht-Pokémon wichtig waren für meinen Randomizer, das wusste ich ja bereits, also habe ich mich darüber sehr gefreut, aber auch Zenlong mal zu sehen im Randomizer war durchaus ziemlich cool. Weil wie gesagt, das ist halt ein Pokémon, was ich persönlich nicht jeden Tag spiele und Normal-Drache ist eine sehr besondere Typen-Kombination. Und das war für später definitiv eine nette Option. Danach kam dann aber wieder Bossgegner und da kommen wir zunächst mal zu Fran von Team Skull. Und das ist ein Vorstand vom bösen Team, könnte man sagen. Und die spielte nur zwei Pokémon, aber die hatte trotzdem kein schlechtes Team. Ich hatte erstmal einen sehr guten Start gegen Fran, denn sie hat begonnen mit einem Hariyama, was sich sehr krass in Wirbelwind verrannt hat. Und das ist so eine Sache bei der Game-Free-KI. Es kam mir schon ein, zwei Mal vor bei der Gen-Log auch, wenn die Gegner Wirbelwind oder Brüller beispielsweise haben, können die das stellenweise wirklich extrem spammen. Ich glaube, die KI kommt darauf nicht so wirklich klar und Hariyama hat dementsprechend häufig einfach keinen Schaden gemacht. Ich meine, gegen meinen Rabigator wollte es dann angreifen, aber dort bin ich natürlich rausgewechselt. Und dann wurde Glurak zwar ein bisschen angechippt, aber Hariyama war nicht gefährlich. Ihr anderes Pokémon war aber deutlich besser, weil das war dann Lugia. Die Bezahlung bei Team Sky muss wirklich gut sein, wenn erst die Rüpel, Primal Groudon hatten und jetzt Fran auch noch Lugia. Ich konnte aber mit Rabigator hier zumindest Gewissheit einsetzen und Drachenstoß von Lugia ganz gut wegstecken. Das ist aber auch eine Attacke, die zurückschrecken lassen kann, was hier einmal passiert ist, jedoch hatte nur eine Genauigkeit von 75%, ähnlich wie Eisenschweif. Und Lugia hatte halt keinen Step darauf. Und dementsprechend konnte ich Lugia mit Rabigator dennoch besiegen, das war aber trotzdem gruselig. Und das war halt alles nur das Vorgeplänkel von dem Inselkönig, der direkt danach kam. Aber immerhin ist bei Lugia nichts down gegangen. Nachdem aber bereits Hala der komplette Albtraum war, der ja 5 Pokémon gekillt hatte, hatte ich massive Angst vor Mylar. Mylar war jetzt die zweite Inselkönigin, die normalerweise Gesteins-Pokémon trainiert und die hat genauso wie Hala nur 3 Pokémon gespielt, aber die hatte halt auch mal wieder Pokémon auf kompletten Steroiden mit verrückten EVs und DVs und sie hatte auch mal wieder einen Z-Stein auf ihrem Ace. Die Wazpa war Gott sei Dank noch unter Level 30, also waren unterlevelte Pokémon hier durchaus möglich. Aber dreimal dürft ihr raten, Leute, mit was sie dann geliedert hat. Mylar ist die zweite Inselkönigin, bitte tu nicht, was uns Hala angetan hat. Lugia, Alter, ich habe gerade Lugia bekämpft, willst du mich verarschen? Er hat Drachenstoß und Extra Sensory. Ich schlage vor, wir Volt switchen. Oh, er outspeedet. Wir haben wirklich absurde Werte, die Inselkönige. Ich mache null Damage. Okay, es wird anstrengend. Trotz Plus-Speed-Wesen und allem war das echt krass eigentlich, dass wir outspeedet wurden. Ich mache hier einen Sandwirbel, ehrlich gesagt, weil er wird Drachenstoß spammen, das haben wir eben schon gesehen bei Fran, die hatte auch einen Lugia. Und der Kampf wird sich ziehen wegen den guten EVs und DVs auf den Königspokémon und das Problem ist, er hat Erzwinger. Wir haben nur fünfmal Gewissheit, basically. Und die Spamtränke. Sandwirbel lohnt sich. Vielleicht sogar noch ein zweites Mal Sandwirbel, ehrlich gesagt, ja. Er trifft natürlich trotzdem alles, okay. Also wenn er in seinem ganzen Leben jetzt noch einmal die Attacke trifft, wäre schon lächerlich. Komm, noch mal Sandwirbel. Alter, das ist so absurd. Ja, natürlich. Und Crit tot. Alles klar. Okay. Das könnte der Anfang vom Ende sein. Das war komplett lächerlich. Also wirklich komplett lächerlich. Noch in der perfekten Runde an meinem Beeren-Saft vorbei. Auch vorbeigecrittet, ne? Okay, das Beste, was ich tun kann, ist in Carsten zu gehen. Wir machen Nuzzle und gucken, was passiert. Er trifft den Sondersensor. Aber, der haut uns jetzt in die Backentaschen. Die extrem wertvoll sind. Er wird paralysiert. Und das sogar sehr effektiv. Und ist beim Parabol-Ladung. Sie spielt einen Hyperheiler. Alter, diese Kämpfe sind der reine Scam gegen die Herrscher. Äh, gegen die Könige. Nochmal, Nuzzle. Sie trifft jeden Move. Sie trifft einfach jeden Move. Okay, nach der Parabol-Ladung werden wir auf jeden Fall nochmal überleben. Außer sie kritet wieder komplett lächerlich. Leider kein Crit. Lugia wäre tot gewesen. Und sie trifft wieder, trotz Paralyse und allem. Und grittet mich fast tot. Was ist denn los hier? So, Lugia geht gleich wieder auf Full-Life, übrigens. Ähm. Ja gut, wir machen das Beste draus und greifen weiter an mit Parabol-Ladung. Es kommt kein Trank. Das ist merkwürdig, aber ich bin sehr dankbar, dass sich das Ding nicht noch voll halt. Warum kommt kein Trank? Also, sie hat auf jeden Fall für ihr Ace dann einen Trank scheinbar. Einfach nur. Rex Blizzard hat sie jetzt noch mega. Alter, ich dachte schon. Okay. Oh mein Gott, Hagelalarm. Kilt mich das? Jetzt noch? Nee, oder? Oh. Ich war mir gerade nicht sicher, ob wir aufs Rein-Switchen Hagelalarm-Schaden fressen. Das hätte uns umgebracht. Vielleicht hat er nur Hyper-Heiler oder einen richtigen Trank pro Pokémon. Es kommt auf jeden Fall Ice-Shard. Wir können nicht Vault wechseln. Wir gehen auf Damien für Feuerschlag mit Step. Es muss Ice-Shard kommen eigentlich. Problem ist, jetzt kommt Grass-Whistle. Und ich resistiere nicht mal Eis. Fun Fact, Glurak hat in der ersten Generation Eis-Schwäche, weil in Gen 1 Feuer-Pokémon nicht Eis resistieren. Wild, oder? Okay, Swagger ist hier richtig kacke in der Generation, weil Verwirrung genervt wurde. Zu 66% greifen wir an. Komm, mach. Nice. Lurak ist jetzt Gott. Dankeschön, Maila. Dass Rabigator gestorben ist, tut echt weh. Charmaine, danke, dass du ein Opfer spielst. Ich würde sagen, wir spielen hier einfach extra safe und gehen rüber auf Tiano. Brauchen auch kein Mobile-Heap hier. Okay, ja, das war eine sehr, sehr betrügerische Maila. Aber wir leben noch, immerhin. Lugia war ja komplett lächerlich. Das war der dümmste Tod ever, also der unverdienteste, lächerlichste Tod aller Zeiten. Literally, nach zwei Sandwirbeln hat sie alles noch getroffen, mehrfach gekrittet und Rabigator getötet. Also, der Kill gegen Rabigator war komplett lächerlich. Es kam hier ernsthaft noch ein zweites Lugia direkt hinterher. Und das auch noch bei Maila. Und natürlich hat es Drachenstoß gekrittet gegen Rabigator, was davor noch gegen ein Lugia gewonnen hatte. Das war so unglaublich unfair und betrug. Ich habe dafür fast keine Worte. Eines meiner besten Pokémon ist hier einfach sinnlos gestorben und ich habe Rabigator nicht mehr weiterspielen dürfen. Und ich hatte es doch gerade erst gefangen und mich darüber gefreut. Aber gut, zumindest war das restliche Team von Maila relativ fair und es kam nicht wieder zu einem Massensterben. Es hätte ja auch Hala 2.0 werden können. Bevor ich aber dann wieder ordentlich Pokémon einfangen konnte, um mein Team wieder deutlich besser zu machen, musste ich erst mal zur Ether Foundation. Und dort trifft man dann zum ersten Mal auf Samantha, also Lillys Mutter und bekommt ein bisschen Story mit und dann erscheint eine Ultra Bestie und das ist ein Lego. Und man könnte das ein bisschen vergleichen mit den Herrschern kämpfen, das ist aber deutlich, deutlich einfacher. Anego ist nämlich ein Gift-Gesteins-Pokémon, das bei diesem Fight einen Plus-2-Boost bekommt auf seine physische Defense, aber die Malfiir-Schwäche gegen Boden bleibt halt trotzdem bestehen. Ich habe also dort einfach mit Geowatz geleadet und das komplett zerstört. Und Geowatz konnte ja sogar Gesteins-Attacken und Gift-Attacken resistieren. Und die Gift-Attacken hat es sogar vierfach resistiert. Da konnte Anego einfach gar nichts gegen tun. Man muss aber aufpassen, weil wenn man gegen Ultra-Bestien Pokémon verlieren sollte, werden die Ultra-Bestien immer stärker durch ihre Fähigkeit. Und bei Random-Boss-Kämpfen könnte sowas hier halt auch auftreten. Wenigstens konnte ich dann aber noch ein weiteres Pokémon fangen auf der zweiten Insel, bevor es weiterging zur dritten, aber das war dann nicht wirklich gut. Denn ich habe da nur Enthorn bekommen und Enthoron ist einfach kein wirklich gutes Wasser-Pokémon. Es geht schon klar für die Verhältnisse von der ersten Generation halt, aber bei Gen 7 war es nichts besonderes mehr. Da aber der Run hier bisher ja eigentlich viel zu einfach war, musste ich dann sofort auf der dritten Insel ein weiteres Mal gegen Tali antreten, ohne noch weitere Encounter und der hat dann schon fünf Pokémon gespielt. Also es wird jetzt immer und immer härter und der hat jetzt auch schon das erste Pokémon gehabt auf Level 30, was Sey vollentwickelt war. Tali ist mal wieder da, das letzte Mal vorm Champfight tatsächlich schon. Mit allerdings fünf Pokémon, eins ist Sey vollentwickelt, Pion Draghi. Okay, da ich sehr misstrauisch bin, was die EVs und DVs angeht bei dieser Gen, werden wir hier nicht Volt wechseln, ist das Risiko nicht wert. Wir gehen hart in Bastille, predicten Gifts an, er assistiert in Vierfach und spammen dann mit Dampfwalze. Da müssten wir recht schnell killen. Es kommt einfach Hornclaws, okay. Dampfwalze. Oh, noch ein Clownwärtser. Er wird sehr, sehr greedy gerade. Das sollte ordentlich Damage machen. Alter, das ist ja nichts. Okay. Käferbiss. 110 Defense halt. Ja, aber der hat nur 70 KP wert. Wir haben schon gute EVs und DVs, denke ich. Dampfwalze. Wir werden speeden jetzt auf jeden Fall. Theoretisch könnten jetzt alles Loser sein, die noch reinkommen. Toheido. Mega Toheido im Regen. Normales Toheido. Gut. Eisfang, Swagger, Screech, Assurance. Es kommt ziemlich sicher Eiszahn. Wir gehen hart rüber in Mattes und machen Durchbruch. Oh, Eiszahn, Miss. Und Temposchub. Quick Break. Er macht Swagger, okay. Ja, wie gesagt, ist genervt hier. Wir werden zu 66% angreifen. Und kommen durch. Danke für den Buff. Toheido ist tot. Und wir stehen auch im Regen mit Mattes. Also, sieht ganz nice aus. Demethorus. Ich habe keinen Ice-Move. Oh, das ist ein Problem. Ich habe keinen guten Move gegen den. Okay, es gefällt mir nicht, aber Demethorus ist ein echter Gegner und ich habe keine Ice-Coverage. Ich denke, ich werde den Hit mit Bubble Beam im Regen schon brauchen. Ich muss ihn probieren. Das Problem ist, wir können sterben. Sondersensor into Selbstverletzung wird sehr, sehr wehtun. Okay, aber es geht. Es geht. Verwirrung mettert natürlich, wenn es klar wichtig ist. Okay, verdammt. Ich kann jetzt nicht einfach so in Dave rein switchen und ein Feuerroder am Anfang zu spammen. Wir werden outspeedet, logischerweise. Nee. Ich muss jemanden opfern. Und da ich Basti nicht opfern kann, logischerweise, weil er bei der nächsten Prüfung Gott sein wird, muss Mattes jetzt sterben. Schade. Wenn ein Wunder passiert, machen wir Erholung, Maron wäre. Schade. Keine Wunder heute. Mattes ist tot. Es kann sein, dass wir hier Game Over gehen. Ich gehe in Dave. Wir machen Giftblick und spammen dann Feuerroder. Paralyse ist sehr wertvoll. Wie viel macht er mir? Ja, das ist ein guter Stück. Alter, ich flinche. Ja, das Spiel bedrückt nur noch. Okay. Okay. Giftblick ist draußen. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Wie viel macht Feuerroder? Wir haben 135 Space Attack. Paralyse mettert. Gut, dann hat es das gelohnt. Wir outspeeden natürlich nicht. Dafür war der Giftblick nicht. Okay, das ist guter Damage. Guter, guter Damage. Dann 62 Leben. Volltreppen. Jeder Trainer versucht so sehr zu verarschen, wie irgendwie denkbar. Ich schwöre, wenn ich jetzt drin bleibe, werde ich totgecrittet. Ich wechsle hier in Glurak und versuche zu töten mit Aerial Ace. Er hat zwar Rockthrow, aber wir outspeeden und killen eigentlich. Das Problem ist, wir haben ein echtes Thema gleich, wenn er jetzt anfängt, Tränke zu spammen. Aber dann ist gefühlt eh vorbei. Alles richtig gemacht. Und jetzt Aerial Ace Kill. Bitte. Behe, du versaust es, Damien. Och, gut, 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 gut. Perfektes Play. Whatsapp ist das nächste. Man mag es kaum glauben, Chat, aber es regnet und ich habe Elektroschwäche. Gehen wir in Basti. Ist eh der Save-Switch und wir haben Katapult. Katapult. Können froh sein, dass er nicht von Anfang an nur Dampfwalze gespammt hat. Wobei, da hätten wir auch nicht flinchen können. Na, ich nehme alles zurück. Ich glaube, Extra Sensory hat ihm geholfen. Zapdos. Stark, Carly. Aber wir haben den Hardcounter, I guess, oder? Es gibt so viele Legis. Es ist absurd. Und so viele Megas und alles. Ich denke, der ist Two-Shot, oder? Ja, knapp. Zapdos auf Disrespect-Basis mit einer Bodenattacke zu töten, ist satisfying. Und raus. Ja, Tadi war heftig. Sehr, sehr harter Fight. Aber wir haben es geschafft. Tarnsteine. Nicht worth. Demeteros ist eines der besten Pokémon aller Zeiten. zumindest Competitive gesehen. Und das hat man hier mal wieder ganz gut erkennen können. Es hatte nicht mal wirklich ein heftiges Moveset, muss man sagen. Es wäre noch deutlich krasser gegangen und es war trotzdem eine Riesengefahr. Vor allem auch wegen den guten EVs und DVs von den Gegnern, die halt nichts wirklich leichter machen. Ja, und dann kam auch noch Zapdos später, also sogar noch ein zweites Legi. Und wie gesagt, dieser Bosskampf hier war noch größtenteils unter Level 30. Das hätten auch alles Basisformen sein können, außer sein erstes Pokémon. Aber ab Level 30 werden Legis noch deutlich häufiger auftreten. Und leider ist hier mein Quapo gestorben, es kam also zu einem weiteren Tod. Aber das hätte noch deutlich schlechter ausgehen können. Anschließend konnte ich aber endlich wieder Pokémon encountern, um mich auf die nächste Prüfung vorzubereiten. Und ich wusste, das wird eine Elektrostahlprüfung. Ich habe also extrem gehofft, dass ich irgendwelche Boden-Pokémon finde, um der Vierfier effektiv angreifen zu können. Und was habe ich dann bekommen? Ein Porrenta, ein Broccoloss, ein Araquah, ein Pantimimi und ein Wischu. Man muss schon sagen, da waren gute Pokémon dabei, aber halt leider nichts von Typ Boden. Broccoloss allerdings ist ein sehr gutes Gesteins-Pokémon, was man nur durch Tausch entwickeln kann, also was gut aus in der Endform zu finden, ähnlich wie Geowatz zuvor. Und Araquah hat mich hier besonders gefreut. Araquah wird ja wie gesagt zu Araquanid, wir hatten das ja schon als Herrscher gesehen. Und das ist ein ziemlich bulkiges Wasser-Käfer-Pokémon, was immer wieder unterschätzt wird. Das ist ziemlich spielstark und gehört in meinen Augen zu den besten Käfer-Pokémon, die es jemals gegeben hat. Das fand ich also ziemlich praktisch und den gebufften Blutsauger hatte ich auch schon als TM. Und Vishu war halt ebenfalls gut. Dass ich das hier in der Endform bekommen habe und nicht in der Basisform war wichtig, weil sich das normalerweise erst sehr spät entwickelt, es hat allerdings Belebekraft als Fähigkeit und bekommt deswegen KP dazu, wenn es auswechselt. Und im ersten Pokémon Center auf der dritten Insel bekommt man sogar U-Turn, also Kehrtwende, um das noch deutlich spielstärker zu machen. Und das konnte zumindest der nächsten Herrscher in der Theorie mit Step sehr effektiv angreifen. Und das war ja schon mal was. Leider ist aber auch der fünfte Herrscher ziemlich asozial. Denn es handelt sich dabei um Torgademaru, ein Elektro-Stahl-Pokémon wie gesagt. Und das hat eigentlich nicht die heftigsten Werte, es bekommt allerdings durch die Prüfung einen Push um zwei Stufen auf seine physische Defense. Und plötzlich ist es dadurch dann einfach extrem gefährlich. Weil Attacken wie Dampfhalze von Geowatz beispielsweise gar nicht mehr so viel Schaden machen können. Oder auch die Kampfattacken von Vichu. Das Ding hat also einiges wegstecken können und es hatte auch Eisenschädel, Elektro-Pixer und Sprungfeder als gute Attacken, die meine sehr effektiven Outs einfach stellenweise sehr effektiv angreifen konnten. Und ganz wichtig Leute, die Attacke Schutzstacheln. Und damit konnte es einfach stallen, um safe seinen Partner reinzuholen oder um einfach massiv rumzutrollen. Wir werden gleich noch sehen, inwiefern das extrem nervig sein kann. Ja und die Partner waren Panzer Aeron und Deden und gerade Panzer Aeron ist schrecklich. Das konnte einfach Rückenwind einsetzen, um den Herrscher schneller zu machen und dann kann Eisenschädel von Toggedemaru einfach die ganze Zeit auch noch flinchen lassen, weil es dann praktisch alles outspeedet. Panzer Aeron hatte allerdings auch Folterknecht, um komplett rumzutrollen, vor allem in Kombination mit den Schutzstacheln von Toggedemaru, da kann man nicht mehr mehr Dampf als es spammen oder so. Ja und es hatte auch noch Stahlflügel, um richtig anzugreifen beispielsweise. Und dann auch noch Tarnsteine, das ist grauenvoll und Deden ist auch nicht besser. Es hat so Attacken wie Superzahn, um einfach die Pokémon massiv zu schwächen, die man einwechselt. Das ist auch mal wieder eine sehr sehr harte Prüfung und meine Taktik dagegen sah so aus. Ich hatte halt immer noch Geowatz, aber mit der Stahlschwäche war das halt gar nicht mal so gut dagegen. Und dann habe ich halt auch noch meine Kampf-Pokémon mitgenommen, also Hariyama und Vishu, um damit zumindest einfach sehr effektiv anzugreifen und dann hatte ich praktisch gar nichts Gutes mehr. Ich habe wieder Deden mitgeschleppt, sowie auch tatsächlich Skorgler, was immerhin Dampfwalze mit Step ansetzen konnte und das war ja auch Boden, ohne Stahlschwäche zumindest. Und ich habe noch Kangama mitgeschleift, was ein bisschen helfen konnte eventuell. Ich hatte also wieder das Beste aus der Situation gemacht, aber so toll sah es jetzt nicht für mich aus. Und Rabigator beispielsweise hat hier einfach massiv gefehlt. Togedemaru, Herrscher, greift an. Diesmal gefällt mir meine Strat nicht so sehr. Wenn wir hier wegflinschen, habe ich riesige Probleme. Basti, versau es nicht. Oh, das ist ein schlechter Start. Ich habe sehr gehofft, das passiert nicht. Panzer Eron ist schon da. Basti, versau es nicht. Wir müssen jetzt zum Angriff kommen. Okay. Richtig und wichtig. Das ist sehr solider Chip-Damage, direkt in der ersten Runde und er verliert ein gutes Stück Init. Es wird sehr hart werden. Wir opfern hier Basti. Er hat wirklich gut gedient. Ohne ihn wäre die Gen-Log längst beendet. Aber ohne Opfer gibt es keinen Sieg. Vielleicht passiert hier ein Wunder und er schafft nochmal Dampfwalze. Natürlich nicht. Das war's. So, was macht Panzer Eron diese Runde? Ich hoffe doch Stahlflügel. Sehr schön, weil er Killrange sieht. Emil kommt jetzt rein. Mit Ebolid und Dampfwalze. Dampfwalze. Oh Gott, er spendt sehr, sehr dreist Schutzstacheln jede zweite Runde. Ich habe gehofft, dass das nicht passiert. Jetzt kommt Tailwind. Jetzt haben wir ein Problem. Togedomaru spielt perfekt, wie ein Spieler. Das war gar kein Damage. Tarnsteine. Ist, denke ich, okay. Würde mich jetzt nicht so sehr tangieren, ehrlich gesagt. Dampfwalze hittet wieder. Für ein bisschen weiteren Chip. Noch mehr Init geht verloren. Da ist jetzt die Zitrobeere. Ich predikte jetzt Schutzstacheln und mache in dieser Runde einfach Sandwirbel auf Panzer Eron, um überhaupt irgendwas hinzukriegen, diese Runde. Und Folterknecht ebenfalls repredicted. Perfekt, perfekt. Okay, es kommt aber Iron Head. Das war nicht predicted. Und wir flinschen. Okay, gibt Schlimmeres. Dann kann ich jetzt nicht mehr Sandwirbeln. Dann muss ich jetzt weiter Dampfwalze probieren. Ach so, weil wir geflinscht sind. Okay, ja gut. Dann so. Stahlflügel. Das ist nicht gut. Der kämpft jetzt richtig. Okay. Panzer Eron ist ein bisschen verkrüppelt. Rückenwind hat sich gelegt. Jetzt wieder Dampfwalze. Die kämpfen so ehrenlos zusammen, ne? Ja, das ist echt disgusting. Ja, aber es ist die beste Strat, die wir hatten. Ich habe nichts besseres auf der Box. Okay, das Beste, was ich tun kann, ist Sandwirbel jetzt abzufeuern. Auf Togedemaru. Aber er trifft Stahlflügel. Damit ist leider Emil tot. Okay, das sieht nicht gut aus. Vielleicht doch Panzer Eron töten. Wir haben Tiano mit Feuerschlag. Wenn du uns immer perfekt prediktet, können wir nicht gewinnen. Dann scheitert hier die Gen-Log. Wir gehen jetzt auf Hariyama. Machen Feuerschlag auf Panzer Eron. Predikten Schutzstacheln. Folterknecht. Und dann Durchbruch auf Togedemaru. Für den maximalen Damage. Der Schaden gegen Panzer Eron wird später nett sein. Zum Glück sind mir die Tarnsteine relativ egal. Bitte mach irgendwas Geiles. Burn auf Panzer Eron wäre so geil. Panzer Eron macht Stahlflügel. Kein Taunt, okay. Und Togedemaru macht jetzt random Sprungfeder einfach. Es ist so ein Scam. Okay. Aber das ist ein netter Chip-Damage. Oh Gott, wenn wir sterben am Sprungfeder jetzt. Aber das ist ohne Step. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist Durchbruch auf Togedemaru. Und hoffen, dass wir die Runde überleben. Wir kriegen mehr Schaden als erwartet. Okay, das war gut. Boah, wir wären wahrscheinlich gestorben. Ich kriege Paralyse. Jetzt werde ich auch noch weggehackt. Alter, ist das lächerlich. Okay, wir werden weggecheatet. Ich kann nichts tun. Jetzt werden wir hart weggecheatet. Jetzt werden wir von beiden gefokust diese Runde und sind tot. Okay, nächstes Play ist ziemlich eindeutig. Ich probiere jetzt den Feuerschlag. In der Hoffnung, dass er Sprungfeder missplayt. Mit Adrenalin sieht es dann gut aus gegen Panzer Eron. Komm. Stahlflügel. Ja, das passt. Komm. Klammer dich ans Leben. Okay, Adrenalinfeuerschlag. Bam. Panzer Eron ist tot. Nice. Okay. Wichtig. Jetzt hittet die Sprungfeder nächste Runde. Also theoretisch könnte man jetzt in Karsten gehen, um die Sprungfeder abzufangen. Aber dann muss ich später in Sarah hart switchen oder in Hannah. Das ist beides extrem mies. Und ihr könnt zu 15% den Bounce messen. Das wäre sehr wichtig, wenn das passieren würde. Nee. Okay, das war's mit Tiano. Es wird hart. Ich denke, Sarah ist hier der Play. Mogelheap auf keinen Fall. Wir wollen nicht, dass ein neuer Gegner reinkommt. Wir gehen voll drauf mit Dampfhals und Spam. Okay. Klappt. Netter Chip-Damage. Nochmal Minus-Init. Elektro-Pixer kommt. Für okayen Schaden. Mitstreiter werden gerufen. Und D-Den ist da. Okay, jetzt ist es wieder 2 gegen 1. Ich mach die Dampfwalze. Damit wir bei beiden nochmal den Speed senken. Vor allem bei D-Den jetzt. Es kommt Schutzstacheln. Okay, das ist dreckig. D-Den mit Charme tatsächlich. Okay. Das ist gar nicht mal so gut für mich. Aber D-Dens-Init ist jetzt weg. Jetzt müsste ich beide outspeeden. Aber jetzt macht Sarah kein Damage mehr. Wir sollten jetzt für den größtmöglichen Schaden gehen. D-Den ist schon verkrüppelt. Feuerschlag auf Torgel-Demaru. Gehört speeden jetzt alle safe. Oh mein Gott, das ist sehr erbärmlich. Iron Head. Okay, der Beeren-Saft triggert sich noch. Jetzt hat D-Den den Beeren-Saft aufgehoben. Ich werde hier in Hannah wechseln. Er macht super Zahn. Er spielt so perfekt. Das ist lächerlich. Es ist, als würde er in meine Plays reinsehen. Und der greift random an, ohne Sinn. Alles klar. Das ist nur lächerlich. Ich sage es nicht gerne, aber wenn Torgel-Demaru jetzt Schutzstacheln macht, bin ich basically Game Over. Es würde keinerlei Sinn ergeben, weil er Kill-Range zieht. Aber wer weiß. Durchbruch macht den größtmöglichen Schaden. Bitte. Okay. Keine Schutzstacheln. Geht nicht. Jetzt kommt Scham. Das ergibt keinen Sinn. Egal. Sprungfedert. Lol. Was ist das jetzt für das Play? Okay. Können wir darauf aufbauen. Gut. Ja, können wir. Ich kann jetzt in U-Turn gehen. Gegen D-Den. Belebekraft aktivieren. Und mit Carsten alles abfangen. Das Problem ist, Carsten muss dann wieder hart in was reinwechseln, um rauszukommen. Das Scham-Play ist so random. Er hat Ladungsstoß. Warum hat er mich nicht gekillt? Okay, ich mache jetzt das Play, was ich nicht machen will. Aber ich muss. U-Turn auf D-Den. Für einen Strich-Chip. Aber immerhin. Ja, und wechsel auf Carsten, I guess. Ja, ich muss. Belebekraft hilft natürlich extrem jetzt. Jetzt kommt wieder Super-Zahn. Du bist so ein Monster. Backentaschen. Backentaschen. Und Sprungfeder. Trifft. Für keinen Damage, logischerweise. Wir können nicht angreifen. Wir können nicht angreifen. Ich kann jetzt Charm spreaden. Das sollte ich definitiv machen. Er ist beim Schutzstacheln. Es ist so ehrenlos. Nochmal Charm. Ich habe gerade eine Idee. Okay, in meinem Kopf zeichnet sich gerade ein Plan ab, Chat. Super-Zahn-Miss. Huge. Okay. Eisenhead. Äh, Ironhead kommt. Die Chance auf Schutzstacheln ist extrem hoch. Wenn ich jetzt hart wechsle in Hanna. Und es kommt Super-Zahn-Schutzstacheln. Kann ich Toggedemaru töten. Eventuell kann ich Toggedemaru mit U-Turn töten. Und dabei Belebekraft aktivieren. Oh, wie heftig wäre das Play. Das wäre ein legendäres Play. Ich werde jetzt hier ein extrem ambitioniertes Play machen. Das kann unfassbar backfeiern und die Challenge zerstören. Aber ich glaube, dass es hier worth es. Die Chance, dass Toggedemaru jetzt Schutzstacheln einsetzt, ist ziemlich groß. Und dass von D, der in Super-Zahn kommt, ist auch sehr, sehr wahrscheinlich. Hart wechsel in Hanna. Los geht's. Sehr gut. Das wollen wir sehen. Das wollen wir nicht sehen. Aber okay. Er hätte doppelt perfekt playen müssen. Hat er nicht getan. Perfekt. So, und jetzt sehen sie doppelt Kill-Range. Und ich kann mit U-Turn eigentlich Toggedemaru töten. Ich hoffe halt, es killt, ne? Ich bin einfach Gott. Dieses Play war auf einem ganz anderen Level. Es ist so gut. Es ist so gut. So, und jetzt müssen wir D dann outplayen. Wir gehen in Karsten. Es kommt Random-Ladungsstoß. Okay, das war zu erwarten. Aber das überleben wir. Wir haben leider ganz, ganz knapp zu viel Schaden genommen. Sonst hätte ich mit Parabol-Ladung mich kurz noch drin halten können im Kampf. Aber es geht nicht. Ich muss jetzt Volt wechseln. Wir müssen hoffen, dass er jetzt nicht den besten Move einsetzt. Ich hab's so gehofft. Gut. Die Chance, dass wir jetzt wieder Dingens fressen, ist extrem hoch. Wieder Scham. Ich mach jetzt ein Play. U-Turn. Jetzt kommt der Saft. Und Sarah muss den Hit jetzt überleben. Ja. Super-Zahn kommt. Wir Mogel heben erstmal. Outspeeden für die Dampfwalze. Und töten ohne weitere Verluste. Raus! Es war einfach Perfektion. Es war so schön. Wie zur Hölle habe ich diese Prüfung überstehen können, ohne mehr als drei Pokémon zu verlieren. Die Taktik gegen Togedemaru ist einfach null aufgegangen und das Ding konnte tun, was es wollte. Es hat hier einfach nacheinander Geowatz gekillt, Tariyama und Skorgler, zwei meiner besten Pokémon und Skorgler, was zumindest netter Support war. Das war ein absolutes Massensterben, was ich mir halt zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr erlauben konnte. So viele Pokémon hatte ich halt nicht über und es werden noch viele Prüfungen kommen und sehr, sehr viele harte Bosskämpfe. Aber hey, zumindest habe ich drei Pokémon am Leben lassen können, weil ich gut gespielt habe. Ja, und ich konnte den Run hier fortführen. Aber natürlich wurde das Spiel hier danach halt nicht leichter. Und ich musste dann sogar schon ohne weitere Encounter im Malia Ziergarten gegen Bromley antreten, den Anführer von Team Skye. Und es war dann noch der erste Bossgegner über Level 30. Ich habe aber gute Nachrichten. Beim ersten Kampf gegen Bromley hat der nur zwei Pokémon. Der Kampf ist noch nicht wirklich ernst gemeint, weil er später halt noch zweimal wiederkommen wird und dann ist er deutlich anspruchsvoller. Und hier hat er bei mir nur Fione gespielt und Schlurpleck, die gar nicht mal so stark waren. Also das war dann doch ganz gut machbar. Aber jetzt kommt halt das absolut Lächerliche. Ich durfte dann nur vier weitere Pokémon-Encountern vor der nächsten Herrscherprüfung, die zum ersten Mal ein Omnibus bekommen wird. Und das war eine Geist-Fee-Prüfung, die man fast gar nicht sehr effektiv angreifen kann in meinem Ruleset. Und was habe ich dann bekommen? Naja, Vashakville, Vibrava, Kastelit und auch Rihorn. Keine schlechten Pokémon an sich. Vashakville beispielsweise ist einer der besten Vögel im Spiel, es hatte aber nicht das beste Moveset der Welt, also musste ich ein bisschen erfinderisch werden. Und Vibrava kann zwar zu Libeldra werden, aber halt erst auf Level 45. Und das hatte ich noch lange nicht erreicht. Ja und Kastelit beispielsweise ist zwar spielstark, aber halt eigentlich nur durch die Attacke Hausbruch. Und die war ja verboten. Und der sechste Herrscher in Pokémon Ultra Sonne hat es wirklich, wirklich in sich. Denn ich musste dann gegen Mimikma antreten. Ein Pokémon, das so mächtig ist, dass ich es sogar für all meine Nuzlocke verboten habe. Denn das Ding bekommt nicht nur einen Omnibus, wie gesagt, auf alle Werte, was komplett lächerlich ist. Es hat auch die Fähigkeit Kostümspuk, dass man es einmalig praktisch gar nicht verletzen kann. Ja und es hat auch noch die Typenkombination Geist-Fee und dementsprechend nur zwei Schwächen. Gegen die Typen Geist und gegen Stahl. Ich hatte mir aber für die Gen-Doc praktisch alle guten Stahl-Pokémon verboten. Und deswegen war es praktisch unmöglich, das sehr effektiv mit Step anzugreifen. Außer man benutzt Geister, die aber auch wieder Geistschwäche haben. Diese Prüfung hier war also potenziell ziemlich unfair. Und Mimikma trägt sogar eine Prunus-Beere, damit man es nicht verbrennen kann beispielsweise. Und als Partner hat es Banette und Apoqualyb, die auch nicht übel sind. Banette beispielsweise kann potenzielle Pokémon, die man einwechselt, einfach verfluchen oder massiv abschwächen durch ihr Licht. Was das Ganze halt nicht leichter macht. Und Apoqualyb ist ein Wasser-Geist-Pokémon, auch mal wieder mit einer der besten Typen-Kombinationen, die es jemals gegeben hat. Und das Ding ist auch noch tanky und hat gute Attacken. Und meine Taktik war dann ein bisschen merkwürdig. Und zwar wollte ich mit Kangama lieben für Mogel-Heap, um Kostümspuk zu brechen. Und tatsächlich hatte Kangama hier die Fähigkeit, um mit Normal-Attacken Geister treffen zu können. Und das war ziemlich praktisch. Und dann wollte ich halt nur Situationen einsetzen, wenn es geht mit Kangama, um Mimikma anzuchippen oder vielleicht sogar fast komplett mit Kangama zu besiegen. Das war zumindest die Theorie. Und dann wollte ich halt auch noch Elphoon spielen und Deden, um den Herrscher potenziell zu verkrüppeln. Und auch starke Pokémon wie Rameidon oder Brokkolos mit zum Beispiel Eisenschädel, was ich von einem weiteren Tutor bekommen konnte, den ich mittlerweile freigeschaltet hatte. Also zumindest ohne Step mit Stahl-Attacken hätte ich theoretisch angreifen können. Aber ob das Ganze funktioniert hat, dazu kommen wir jetzt. Mimikma, der vielleicht schwierigste Herrscher im gesamten Spiel. Und ich habe keine vernünftige Strategie dagegen. Wir können eigentlich nur beten, dass das irgendwie hinhaut. Mogel-Heap. Zack. Kostümspuk ist schon mal weg wegen Rauflust. Sehr schön, gute Fähigkeit. Wir können Geister damit treffen. Und wir bekommen das Vanette ins Gesicht. Hallo. Jetzt die Frage, wie es weitergeht. Wir haben jetzt die Qual der Wahl. Ob wir jetzt die Notsituation wie geplant zünden oder nicht. Okay. Wir machen jetzt das Play, was wir uns vorbereitet haben. Der Knudler kommt, wie erwartet. Er macht tatsächlich zu wenig, aber Notsituation hilft gut. Netter Chip-Damage. Okay, ihr Licht kommt. Wir müssen jetzt nochmal versuchen, Notsituation zu treffen. Mal gucken. Jetzt kommt wieder Knudler. Wir sind Rangekill. Ja. Es ist alles so abgelaufen, wie erwartet. Aber Mimikma ist zumindest zur Hälfte tot und der Spuk ist weg. Also das war ein guter Start. Wir bleiben beim Planen. Riku kommt rein. Strolch-Init-Senkung. Er ist auf plus 1 auf allen Werten. Das werden wir jetzt ändern. Baumwollsaat. Auf beide. Minus 2 für den gesamten Kampfraum. Er ist mit Sträuch natürlich sehr, sehr strong. Knudler kommt. Tut extrem weh. Können wir überleben. Es kommt Screech. Okay, wir leben noch. Wir leben noch. Ich könnte es nochmal machen. Okay, weil alles besser geklappt hat als erwartet, beziehungsweise nach Bilderbuch verlaufen ist bis hierhin, werde ich hier es mir rausnehmen, Riku zu schonen. Und ich gehe hart in Dominik, lege den Sandsturm und versuche mit Iron Head Mimikma weiterzuchippen. Vielleicht klappt es. Knudler Miss. Hier Licht. Wir haben Lumberry einmal. Ist blöd, dass wir jetzt in die Lumberry gewechselt haben. Strolch wäre Free gewesen. Kann man natürlich nicht ahnen. Aber der Chip-Damage wird sich extrem summieren vom Sandsturm auf Dauer. Wir gehen jetzt auf Iron Head für den maximalen Damage. Vielleicht misst ja ihr Licht. Knudler kommt. Macht sehr viel. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Holy Shit. Fluch, er killt sich selbst. Oh mein Gott, das läuft so perfekt gerade. Okay, schaffen wir es ohne weitere Tode. Wir gehen jetzt, weil wir können, in Razor. Wir verlieren fast keine Ressourcen, wenn das jetzt alles perfekt läuft. Oh mein Gott, läuft das nach Bilderbuch. Knudler. Boah, die Moves tun so weh, ne? Finte. Aua. Okay, er stirbt jetzt im Sandsturm gleich. Jetzt stehen die Zeichen sehr, sehr gut für einen Carsten-Switch. Der resistiert hier einiges. Bitte lebe, Carsten. Ich hab dich so lieb. Knudler. Ja, sehr gut. Backentaschen. Finte. Sollte wenig machen, sehr schön. Sandsturm-Schaden. Mimigma lebt noch. Okay. Wir machen jetzt Volt-Switch. Carsten tötet Mimigma. Wer hätte das gedacht? Kommt zurück. Bekommen XP. Geh in den Pout. Und Banette hat ein riesiges Problem jetzt. Überbrückung. Er killt sich mit Curse. Wir gewinnen das mit einem Tod. Das lief so perfekt. Als ob das so perfekt gelaufen ist. Einfach heftig, wie gut das Ganze geklappt hat, oder? Ich mein, das Kangama hat sich schon von der ganzen Weile gefangen und ich war immer wieder bereit dazu, das theoretisch zu opfern, bei diversen Herrschern. Es hatte aber immer irgendwie überleben können, auch bei Togedemaru und dann konnte ich das tatsächlich gegen Mimigma hier gut einsetzen und das Ganze zu einem Sieg führen, wo nur ein Pokémon gestorben ist. Und ich denke, Kangama hier zu opfern, war ein sehr, sehr würdiger Tod für das Pokémon. Ich konnte den Run weiterführen und hatte den ersten Herrscher mit Omnibus tatsächlich klein bekommen und das ohne weiteres Massensterben. Nach der geschafften Prüfung durfte ich dann aber sogar noch zwei weitere Pokémon-Encountern, aber die waren dann gar nicht mal so gut. Denn ich habe dann Bidiza bekommen und Schluckweg. Und vor allem Schluckweg war doppelt bitter, weil das Pokémon ist halt ziemlich mies gewesen, aber viele Gift-Pokémon können zumindest Clairsmog lernen, eine Attacke, die Stats resetten kann und damit könnte man Herrscher schießen. Aber Schluckweg konnte sowas einfach gar nicht und deswegen war es doppelt nutzlos. Das war ziemlich bitter. Nachdem ich aber dann auch noch Fran geschafft hatte von Team Skalma wieder, die dieses Mal nur Bisa Flow und Hypno hatte, also ausnahmsweise mal kein Legi oder so, durfte ich noch zweimal Encountern, aber die Pokémon waren dann wieder nicht so gut. Denn ich habe dann Weimar bekommen und Arbok. Versteht mich nicht falsch, Weylord ist nicht unbedingt das schlechteste Wasser-Pokémon der Welt, es hat ja auch einen sehr krassen KP-Stat, allerdings hat es praktisch gar keine Verteidigungswerte und dementsprechend dann doch nicht so viel Bulk. Ja und Arbok konnte halt mal wieder kein Clairsmog, also war auch der Encounter nicht so krass. Nun aber nach all den Prüfungen mal wieder zu richtigen Bosskämpfen und so musste ich jetzt in die kleine Stadt gehen von Team Skull, um dort ein weiteres Mal gegen Bromley anzutreten. Und er war jetzt schon deutlich ernster als zuvor, im Alie-Ziergarten, weil er jetzt drei Pokémon gespielt hat. Und lächerliche EVs und DVs wie die Inselkönige hatte der natürlich auch mal wieder. Er begann hier mit Arcani und ich wollte schauen, wie viel Schaden ich mit Vishu machen kann und er hat praktisch gar keinen Damage gefressen. Die Verteidigungswerte sind schon wirklich absurd von den Gegnern stellenweise und das kann man hier ganz gut sehen. Ja und der Feuerzahn hat Vishu hier fast gewoneshottet, ich konnte aber dann zumindest rüber wechseln auf Broccoloss, um das Ding sehr effektiv anzugreifen über Gesteinsattacken. Und wer sich fragt, nein, Arcani hatte keinen Bedroher, ich hab einfach nur so, so wenig Schaden gemacht. Bromley hatte aber auch ein Out gegen Broccoloss im Team und zwar Tangoloss, ich konnte aber dort rein wechseln in Senlong, weil das hatte die Fähigkeit Vegetarier, um immun zu sein gegen Pflanzenattacken. Tangoloss hatte aber auch Antikkraft für Omniboosts, also musste ich ein bisschen vorsichtig sein, ich konnte aber speziell angreifen auf den schlechten Verteidigungswert von Tangoloss und dementsprechend hatte ich dann ganz gute Karten. Ich musste aber zumindest noch Erholung Maronbeere einsetzen, um wieder auf gesunde Karpelwerte zu kommen und dann kam auch noch Choriogl. Und das ist dann ziemlich eskaliert. Das hatte Luftschnitt, um potenziell sogar flinschen zu lassen und einfach sehr viel Spezetech scheinbar, ja und dann auch noch Wegtanz. Das Ding ist ziemlich ausgerastet und hat unglaublichen Schaden verursacht. Ich wollte das dann irgendwie in den Griff kriegen mit Deden, aber Choriogl hatte auch Ruheort, um sich immer wieder gegen zu heilen und es wurde echt ein bisschen gefährlich, vor allem wegen Crit-Potential. Ich bin aber dann später nochmal in Brokkoloss gewechselt, um das Ding endgültig zu besiegen und dann war Bromley irgendwann down. Ich kann aber froh sein, dass der hier keine 6 Pokémon hatte, der war so schon ziemlich unangenehm. Bevor ich aber auf der vierten Insel vom Spiel dann endlich wieder Pokémon encountern durfte, geschah noch eine ganze Menge. Ich musste beispielsweise noch ein weiteres Mal gegen Gladio antreten, der aber wieder kein gutes Team hatte, da hatte ich ziemlich viel Glück gehabt, denn der hatte nur Tengu List, Guck mal da und Shaman, ohne krasses Moveset. Aber dann musste ich auch noch gegen den Inselkönig Yasuo antreten und was mir die Inselkönige bis hierhin angetan hatten, das habt ihr ja bereits mitbekommen. Ich hatte also auch vor Yasuo massiven Respekt, obwohl der wieder nur 3 Pokémon hatte, der hatte aber halt auch mal wieder potenziell einen Z-Stein auf seinem Ace, um vielleicht irgendwas zu one-shotten. Doch dann ist was passiert, was ich niemals erwartet hätte. Der begann einfach mit Impurgator und dort konnte ich mit Vishu erstmal draufhauen und ich hab mit Eiszahn gar nicht mal so viel Schaden gefressen. Und dann hab ich Ableithieb gedrückt, um ein bisschen Kabel wiederherzustellen und er hat einfach zu 5% Eiszahn gemisst und ich hab keinen Schaden genommen. Und dann konnte ich Impurgator hier mit Vishu einfach komplett auslöschen und sein zweites Pokémon war dann Geradax, was mit Bauchtrommel auf Plus 6 gehen wollte, um praktisch mein gesamtes Team zu speeden. Aber gegen Vishu hat das natürlich nicht geklappt. Unser letztes Pokémon war dann einfach Regi-Eis mit einer fetten Kampfschwäche immer wieder und halt eher Spezialverteidigung. Ich hab also das auch noch komplett mit Vishu besiegen können, um Yasu einfach wegzusweepen. Und dass ich einen Inselkönig so leicht besiegen konnte, hab ich selbst kaum glauben können. Aber es hat funktioniert. Aber dabei schon ziemlich erleichtert, muss ich sagen. Aber wie ich halt schon sagte, es passierte noch einiges, bevor ich wieder neue Pokémon auf der vierten Insel fangen durfte. Und so musste ich dann zunächst mal zu Aether Foundation, zum Story-Finale könnte man sagen, mit einigen weiteren Bosskämpfen. Und dort gab es zunächst mal ein kleines Event zusammen mit den Rivalen gegen einige Angestellte von der Aether Foundation und die haben sogar fünf Pokémon gespielt. Dort hatte ich aber Glück. Tali war hier ein sehr guter Partner und die Gegner hatten keine so krassen Pokémon. Aber das war halt alles nur der Anfang. Danach gab es noch weitere kleine Rüpel und später dann einen weiteren Bosskampf gegen Bromley mal wieder, der dieses Mal dann vier Pokémon gespielt hat, die wieder komplett gedopt waren. Bromley fordert dich heraus mit vier Pokémon. Wir wissen, seine Stats sind unfair. Golgantis. Oh, der wird ballern. Direkt ein Geist in die Fresse. Aber wir haben zwei Wasser-Pokémon. Nightshade, Dynamic Punch, Magnitude und Megapunch. Bei Golgantis machen wir erst einmal U-Turn. Ich habe Angst vor dem lächerlichsten Magnitude-Schaden, den ich hier gefressen habe. Wir gehen auf Waters. Jetzt kommt Wuchtschlag. Okay, er trifft. Dann bin ich halt instant verwirrt. Problem ist, Verwirrung wurde genervt. Wir verlassen uns drauf. Mega Heap. Boah, der macht so insane Damage. Okay, wir kommen durch mit Bubble Beam. Huge. Sollte ganz gut Schaden machen. Ja, das geht. Boah, wenn ich jetzt irgendwen einwechsel, habe ich das Problem direkt, dass wir dann auch krass vorbelastet werden. Das ist beim ersten Pokémon direkt zwei Pokémon halb tot, Alter. Alter, der Bromble Fight wird Zerstörung werden. Ich weiß es jetzt schon. Okay, Golgantis wird jetzt zum riesigen Problem werden. Ich muss praktisch rein wechseln in Wali oder so. Und werde, wenn ich outspeedet werde, durch die guten EVs und DVs eventuell zwei Hits fressen und beide Wasser-Pokémon sind beim ersten Pokémon mega angechippt. Alter! Boah, das ist so unfair. Jetzt tauche und hoffen, dass es killt. Was will ich machen? Okay, wir outspeeden. Knapp. Ja, die Iron Fist tut halt mega weh, ne? Auch wenn es nur ein Mega-Heap ist. Gut, wir haben Golgantis besiegt, aber jetzt kommen halt noch drei Pokémon und meine Wasser-Pokémon sind schon übel angechippt. Das ist ein sehr schlechter Start für den Fight. Mein Lead war halt eine Katastrophe. Mega Rex-Blissar jetzt in die Fresse, oder? Ne, normales. Okay, gut. Das könnte ein Geschenk des Match-Ups sein. Er hat keinen Hagelsturm gemacht. By the way. Das ist tatsächlich ziemlich angenehm für mich. Random Wetter ist immer ein Problem. Funkenflug. Bitte sei einfach tot. Danke. Sehr schön. Noch mehr solche Gegner. Brokkoloss. Und schon haben wir was, was saustark ist. Und meine Wasser-Pokémon haben ein riesiges Problem. Okay, das wird ein unangenehmer Gegner werden. Okay, er hat nur Gesteins-Moves. Keine Boden-Coverage. Dann hat Hannah gute Chancen. Wir gehen in den Resist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er missplayt mit Tarnsteinen. Ja, weil logischerweise Glurak One-Shot gewesen wäre. Wir machen jetzt auf jeden Fall Uplight-Heap. Er hat eh wieder Robustheit. Wie er gerade so Two-Shot ist. Sandsturm ist okay, I guess. Ist in Ordnung. Ich gehe jetzt hier Sprungkick. Auf Nummer sicher. Wir missen. Oh mein Gott, nein. Ich bin tot, oder? Ich werde jetzt Uplight-Heap gegen Brokkoloss einsetzen müssen. Wir haben extrem unwahrscheinlich gemisst im schlimmsten Moment. Uplight-Heap. Bitte kill. Letztes nicht. Okay. Letztes Pokémon. Flunkiefer. Mega-Flunkiefer. Oh, Gott sei Dank. Scheiß auf Bedroherr. Ist okay. Ich werde jetzt hier gar nichts mehr riskieren. Ich weiß, dass ich eigentlich U-Turnen könnte. Ich gehe lieber in Damien. Scheiß drauf. Scheiß mir auf den einen KP-Schaden, den ich gemacht hätte. Natürlich krittet er hier nochmal. Funken-Flug. Weg damit. Alter, war das schrecklich, der Fall. Bromley hat hier schon wirklich einen guten Kampf hingelegt, muss man sagen. Ich kann froh sein, dass ich so gute Match-Ups hatte, und gute Outs finden konnte gegen sein Team. Aber trotzdem wären hier fast ein, zwei Pokémon gestorben, wenn ich ein bisschen mehr Pech gehabt hätte. Und vor allem halt bei Vichu war das schon wirklich sehr, sehr knapp. Aber die Aether Foundation war danach halt immer noch nicht zu Ende. Denn ich musste dann auch nochmal gegen die Ultra-Forscher antreten, die aber wieder nur einen Pokémon hatten, aber dann halt auch noch gegen Samantha. Und das war die Mutter von Lilli jetzt mit fünf Pokémon und die war der letzte Boss der Aether Foundation. Und die ist ziemlich, ziemlich brutal gewesen. Ihr müsst bedenken, die hat auch wieder die gedaupten Pokémon-Stellenweise, also wirklich extrem gute Werte. Es kommt aber hier noch was dazu. Die KI von Samantha kann einen krass trollen und das muss man wissen. Das Ding ist halt, die kann stellenweise einfach random Attacken einsetzen, obwohl sie eigentlich eine solide KI hat. Und das kann jegliche Taktik komplett zerstören, wenn man davon nicht weiß. Und das muss man ganz zufällig auf dem Schirm haben. Das ist eine ziemlich gemeine Gegnerin und die kann einen ohne weiteres Game Over ziehen. Und die muss sich dann auch noch schaffen. Bosskampf gegen Samantha. Einer der schlimmsten Kämpfe im Spiel gefühlt. Mit Mogelbaum. Aufpassen vor Konter. Aber an sich kein so schlimmer Gegner. Wir haben Stone Edge, Double Edge, Sucker Punch und Konter. Ja, scheiße. Wäre doch schön blöd für ihn, wenn er das nicht machen würde. Wir wechseln hart in Bali und lassen uns hier nicht verarschen. Wenn wir jetzt in Steinkante wechseln, habe ich ein riesiges Problem, by the way. Wir wechseln den Risiko-Tackle. Okay, auch nicht ideal. Wir machen Frontänen. Er macht Sucker Punch gegen uns. Okay, ja, clever. Tod ist das Ding trotzdem wegen Crit. Okay, netter Start eigentlich. Aber erstes Wasser-Pokémon ist schon halbiert vom Leben. Zwirfinst. Es besteht eine große Chance, dass hier Zwirfinst nicht gut spielt. Deswegen werde ich jetzt hier Erholung-Maron-Behre spielen. Exakt. Wir werden outspeedet übrigens. Der Nagel tut weh. Aua. So, Hard-Wechsel in Dave für Spukball. Deine Spillfinst auf jeden Fall tot. Farge ist aber uns wieder verflucht. Er macht Confuse Ray. Okay. Aber Confuse Ray ist genervt. Das heißt, wir greifen zu 66% an. Bitte send long. Verkack's nicht. Wie es halt trotzdem ständig mettert. Okay, nochmal. Okay, landet er auf einem KP oder tötet er sich? Ein KP natürlich. Okay, aber wir killen. Wunderschön. Jetzt werde ich einen Fluch-Damage fressen. Wieder 25%. Aber das geht schlechter. Es geht eigentlich gut los gegen Samantha. Plus den Verwirrungsschaden halt, logischerweise. Aber jetzt muss ich rauswechseln. Ibitak. Wir kriegen echt faire Gegner. Der hat Drill Run. Als ob er random eine Bodenattacke gegen Karsten hat. Okay, das ist schlecht. Ich wechsle den Karsten. Und habe einen Plan. Einen sehr guten sogar, würde ich sagen. Es kommt Drill Pack. Es kommt random Schlagbohrer. Das ergibt keinen Sinn. Leben am Limit. Warum hat sie das gemacht? Es hat keinerlei Sinn ergeben. Es ergibt absolut keinen Sinn, dass sie gerade nicht Drill Pack eingesetzt hat. Aber okay. Wir gehen in Damien. Versuchen immun zu sein. Wie die halt übertrieben brutal ist mit den Scheiß-Pokémon. Er macht... Okay, wir können hier gar kein sicheres Play machen. Es ist so unfair. Sie macht einfach irgendwas. An dem Punkt muss was sterben gefühlt. Ich habe Donnerschlag. Lohnt sich Donnerschlag? Ich mache es. Er macht Energie-Fokus. Oh Gott, wenn er crittet. Sie macht einfach random irgendwas. Dagegen können wir nicht vernünftig spielen. Hier wird was sterben. Keine Chance. Jetzt kommt Borschnabel. High Crit Rate. Okay, alles gut. Paralyse. Ja! Oh Gott, das ist eine gute Paralyse. Weg mit dir. Ganz, ganz gruselig. Die Paralyse war sehr, sehr wichtig. Starmie. Starmie hat kein richtiges Moveset. Bei Starmie gehen wir rüber in Waters und killen mit Blutsauger. Ich weiß nicht, warum die so gespielt hat, wie sie gespielt hat. Confuse Ray. Bitte Meta nicht. Okay, nice. Killt das? Das wird sehr, sehr wehtun auf jeden Fall. Die hat wieder absurde Werte. Okay. Nochmal. Ja gut, das ist kein Genesungsspam, aber das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das Battle wird sie irgendwann verlieren. Spätestens mit Crits. Sehr schön. Okay, letztes Pokémon. Nein. Warum so? Warum so? Es ist unbesiegbar. Wenn das jetzt Primal ist, es ist unbesiegbar. Dann sind wir tot. 50% Chance. Dass wir überhaupt uns wehren können. Es ist normales Kyogra. Okay. Okay, okay. Origin Pulse Ice Beam. Aqua Ring Body Slam. Die sieht nicht gut aus. Wenn der diese unfassbar geboosteten Werte hat von den Bossen hier, dann weiß ich nicht, ob der überhaupt besiegbar ist. Aber ich gebe mein Bestes. Es ist zumindest kein Primal. Blutsauger. Body Slam kommt. Ich bin immer noch verwirrt halt. Ich werde jetzt mich selbst. Jetzt schon Erholung Maronbeere. Sonst habe ich vielleicht keine Zeit mehr dafür. Es kommt Wasserring. Oh Gott, der wird unsterblich. Wie lang bin ich noch verwirrt? Blutsauger. Ursprungswoge miss. Okay, gut. Okay, das macht nicht viel, aber es macht ein bisschen was. Also die macht einfach Random Moves, ne? Warum zur Hölle hat dieser Trainer eine Random KI? Warum ist jeder Trainer gefühlt Ultra Big Brain in dem Spiel, aber Samantha hat einfach Random Moves? Ice Beam. Wenn ich einfriere, ne? Die Regen ist weg. Wieder Ice Beam. Wieder nicht eingefroren. Kommen schon immer so weiter. Vielleicht hofft sie auf den Freeze. Ja, offensichtlich. Ja, so Random scheint es nicht zu sein. Nein, sie macht immer dasselbe. Sie ist jetzt tot. Ich glaube, wir haben sie, oder? Bodyslam. Wir haben sie. Oh mein Gott, ich habe Kyogre besiegt. Hätte ich Proto besiegen können? Ich hätte vielleicht sogar die Proto-Form besiegen können, so, ne? Alter, es ist so eine weirde Challenge stellenweise. Ja, Genlock ist schon wirklich was Besonderes. Ein würdiges Finale für die Ever Foundation, würde ich sagen. Samantha hatte Kyogre und ich habe es komplett ausdollen können über Aranestro. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich war, Aranestro gefunden zu haben. Das ist einfach so ein gutes Pokémon gewesen. Ich weiß, es sieht grauenvoll aus, das Design gefällt mir auch nicht, aber spielstark war es allemal. Und ich habe halt tatsächlich bei diesen ganzen aneinandergespannten Bosskämpfen einfach gar keine Pokémon verloren. Wie wahrscheinlich war das bitte? Und das hat mir an dem Punkt wieder ein bisschen Hoffnung gegeben. Und als ich dann endlich auf der vierten und letzten Insel angekommen bin, durfte ich wieder Pokémon entcountern. Ich wusste aber auch gleichzeitig halt, dass ich bald wieder eine Prüfung machen muss mit Typ Drache Kampf, also habe ich extrem auf Feen-Pokémon gehofft. Und ganz wichtig Leute, das hier waren jetzt mit die letzten Encounter im gesamten Run in Gen 7. Und das Spiel war noch sehr, sehr lang, also habe ich jetzt auf gute Pokémon gehofft. Und ich habe dann Shiggy bekommen, Voltula, Nidoking, Picochilla und Primarine. Und das war schon eine gute Ausbeute, aber es waren halt nicht nur krasse Pokémon. Das Ding ist, Shiggy wird zu Turtalk, ein vollkommen solides Wasser-Pokémon mit aber wenig Besonderheiten. In Gen 1 war das noch prima, in Gen 7 war es halt nur solide. Voltula war auch hier mal wieder ein prima Elektro-Käfer-Pokémon mit guter Init und Facettenauge, um Donnerhalt praktisch immer zu treffen, das war nett. Und Nidoking war ab Gen 6 halt zu einem deutlich besseren Pokémon geworden, weil es ja jetzt Feen gab. Also hat mich das auch gefreut. Chilabelle war aber auch hier mal wieder nur mittelmäßig, also wirklich nichts krass Besonderes. Das große, große Highlight aber war natürlich Primarine. Und das Ding ist einfach unglaublich gut. Einer der besten Starter aller Zeiten mit der Typenkombination Wasser-Fee. Viel besser ist gar nicht möglich bei meinen Nuzlocke. Und das Ding war halt auch noch ein Feen-Pokémon für die nächste Herrscher-Prüfung. Also habe ich mich doppelt und dreifach gefreut. Und danach kamen dann erstmal relativ leicht die Events. Zunächst mal musste ich diese ganzen Rüpel hier besiegen, die ein kleines Massen-Event darstellen, die haben aber keine guten Pokémon bekommen, also waren die nicht so schlimm. Und dann kamen mal wieder die Ultra-Forscher, die aber wieder ein schlechtes Pokémon bekommen haben. Das sind halt keine richtigen Boss-Gegner normalerweise, auch wenn die X-Items nutzen können. Ich durfte aber dann nochmal ein weiteres Pokémon fangen, im Canyon, und das war dann Paririsu. Also wirklich nichts Besonderes. Man muss aber sagen, das hat zumindest Support-Attacken, wie eine Donnerwelle oder Super-Zahn theoretisch, um vielleicht was bei Herrschern zu machen. Möglich wäre es. Wie ist jetzt aber die Prüfung im Canyon aufgebaut? Man muss zunächst mal gegen den Herrscher Grandiras kämpfen, der wie gesagt Drache-Kampf ist, also der hat eine große Mafia-Schwäche gegen Fee, er trägt allerdings eine Anti-Feen-Beere, um einmalig eine Feen-Attacke ziemlich gut abschmettern zu können. Und natürlich hat auch Grandiras mal wieder einen kompletten Omni-Boost auf alle Werte und das Pokémon ist im Pseudo-Legendary also, das hat auch an sich extrem gute Basis-Werte. Und Grandiras hat auch noch als Coverage die Attacke Gift-Deep, um Feen halt sehr effektiv angreifen zu können und auch ansonsten ein sehr starkes Moveset, also das Ding hat einiges zu bieten. Und was kann Grandiras als Partner rufen? Naja, zunächst mal Ohavnir, ein Drache-Flug-Pokémon, was über Schallknall spammen kann, nur unglaublich starke Attacke. Und Grandiras hat natürlich die Fähigkeit Lärmschutz, um da gegen Immun zu sein, weil es sonst auch davon erfasst werden würde. Ohavnir kann aber auch beispielsweise einfach Kreideschreis spammen, damit Grandiras praktisch alles One-Shotten kann und das ist auch nicht gerade angenehm. Ja und dann kann Grandiras auch noch Xerox reinholen als Partner und das ist ein Käfer-Stahl-Pokémon, was Feen sogar mit Steps sehr effektiv angreifen kann. Ihr merkt also schon, auch diese Prüfung hier kann unglaublich unfair sein, aber das hier war meine Strategie. Mein Plan war es, möglichst viele Support-Pokémon zu spielen, um den Sieg über die Herrscher-Prüfung hier, wenn es geht, irgendwie zu garantieren. Und so wurde ich halt mit Elphoon leaden und Schutzschild, damit sofort der Partner reinkommt. Und da wurde ich mit Strolch, also der Fähigkeit von Elphoon, einfach Baumwollsaat legen, um beide Pokémon gleichzeitig zu verlangsamen. Und da wurde ich Elphoon praktisch opfern, um beispielsweise in D-Dance zu kommen für Wangengrubbler, um die Pokémon zu paralysieren. Und ich hatte auch Mobites noch dabei, um mit Trugträne die Verteidigung der Gegner zu senken, um den Herrscher gegebenenfalls über Primarine später über eine Feenattacke an der Beere vorbei zu Bonshotten. Ja, und ich hatte halt auch noch Altaria dabei, unter anderem mit Feuercoverage gegen Sherox, wenn das reinkommen sollte, und noch Pachirisu, um gegebenenfalls Superzahn zu nutzen oder so. Ihr merkt schon, ich war ein bisschen verzweifelt, aber die Prüfung hier ist halt auch nicht so einfach. Ich muss aber noch zwei Sachen erklären. Auf der letzten Insel bekommt man neue Items, und die sind ziemlich elementar. Man bekommt die Möglichkeit, die Anti-Bären zu spielen, die auch Grandiras beispielsweise getragen hat, gegen Fee in dem Fall, und es ist dementsprechend möglich, die Pokémon so auszurüsten, dass sie einmalig eine sehr effektive Attacke sehr wahrscheinlich überleben können. Und was man auch bekommt auf der letzten Insel, zumindest ein einziges Mal, ist ein Fokusgurt. Und damit kann man einmalig nicht gewonshottet werden. Und das ist ein Item, mit dem man eine Prüfung nach Wahl so ein bisschen schießen kann, ich wollte das aber unbedingt aufheben für eine spätere Situation, und deswegen habe ich das hier nicht verwendet. Aber wie die Prüfung dann gelaufen ist, das seht ihr jetzt. Grandiras Herrscher greift an. Er ist sehr, sehr stark. Er bekommt einen sofortigen Omni-Boost, auf alle Werte. Aber ich habe auch hier wieder eine Strategie. Protect. Gifty paired up. In der ersten Runde wird immer ein Mitstreiter gerufen. Welcher ist es? Ohavnir, okay. Wir haben auf Sherox gehofft, Ohavnir geht auch. Jetzt Baum-Bolzart. Mit Strolch-Prio auf beide. Minus 2 Init, Minus 2 Init. Damit ist Ohavnir auf Minus 2 und Grandiras auf Minus 1. Wir sind One-Hit. Und der erste ist tot. Okay, soweit alles geplant. Aber das war auch 100%. Das konnte nicht schief gehen. Jetzt die Frage, wie es weitergeht. Der nächste Schritt wäre jetzt Wangenrubbler gegen Grandiras für Paralyse. Und der allmächtige Carsten wird vermutlich geopfert. Aber wer weiß. Er hat uns schon einige Male überrascht. Wichtige Paralyse. Okay, was passiert jetzt? Überschallknall war zu erwarten. Das ist Carsten relativ wurscht. Gift-Heap mit Anti-Gift-Beere. Lebt Carsten noch? Ich glaube nicht. Oh, Carsten lebt noch. Das ist huge. Alter, Carsten ist so ein Biest. Ähm, Carsten bekommt ein zweites Play raus. Das ist das bestmögliche Play. Paralyse auf Ohavnir ist natürlich huge. Ich sehe hier in dem Fall, obwohl wir viele Möglichkeiten haben, Wangenrubbler auf Ohavnir als bestes Play an. Die Sache ist, Knudler würde auf Grandiras die Beere brechen, was wir aber für unsere Strat nicht unbedingt benötigen. Das wäre Bonus. Und es kann missen. Das ist das Problem. Dann würden wir unsere Bonusrunde wegschmeißen. Charme auf Grandiras ist auch cool, aber gar nicht so zentral letztlich. Ich sehe den Wangenrubbler auf Ohavnir als bestes an. Und es ist möglich, dass beide Fullparren diese Runde. Das wäre natürlich insane. Kreideschreim-Display. Okay, oh mein Gott, jetzt muss Ohavnir nur das Pech haben, dass Grandiras Fullparad und wir werden durch, aber nee. Das ist Carstens Tod. Carsten hat unfassbar gedient. Deden war der Meister der Gen 7-Naslog. Hier ist es für ihn zu Ende. Ist okay. Carsten die Legende, Chat. Carsten wird nie vergessen werden. Dann geht es jetzt weiter mit Angela. Die Trugträne. Auf Grandiras, V3. Und hat Speeden natürlich auch. Minus 1, Verteidigung jetzt auf dem Ding. Kreideschrei kommt. Und es kommt leider keine Paralyse. Damit ist Angela leider One-Shot. Angela lebt noch. Okay, das ist insane. Ich habe nicht geplant, hier noch zu stehen. Das ist ein netter Zufall wieder. Wir haben jetzt noch eine zweite Chance für eine Trugträne. Einfach for free. Das ist extrem huge. Wir können die Anti-Feenbeere jetzt vollständig ignorieren. Damit müssen wir Paterizo nicht opfern. Weil da mettern die Fullparas überhaupt nicht. Das war klar, aber egal. Ist in Ordnung. Alles verläuft nach Plan. Kira kommt rein. Mondgewalt und Kill. Hoffentlich. Kira hat auch eine Anti-Giftbeere. Als kleinen Bonus. Mondgewalt auf Grandiras. Anti-Beere, aber mal vier Schwäche. Bam. Weg. Einfach in die Hölle geschickt. Sehr schön. Okay, wunderschön. Screech von Ur-Hafnir geht komplett ins Leere. Der greift speziell an. Und damit bestehen wir die siebte Prüfung mit Bravour. Und haben nur Support-Mons verloren. Wie geplant. Nice. Die Taktik hat hier schon ziemlich gut funktioniert, würde ich sagen. Aber es war schon traurig, so viele Pokémon zu verlieren. Grandiras war halt wirklich ein verdammt starker Gegner und ich musste mich sehr gut darauf vorbereiten. Ich habe den aber besiegen können, sogar ohne den Fokusgurt aufzubrauchen. Und das war ja schon mal was. Aber die drei Tode haben trotzdem halt gesessen und vor allem der Tod von Deden hat mir sehr weh getan. Das Pokémon hatte mich wirklich unglaublich unterstützt halt, bereits seit der zweiten Prüfung und es war immer wieder eine Riesenhilfe. Aber hier ist es letztendlich down gegangen und der Todes-Counter ist um drei weitere Pokémon gestiegen. Aber auch der Tod von Elphoon hat ziemlich gesessen, weil Strolch hatte ich damit auch verloren. Da es aber natürlich viel zu einfach wäre, jetzt direkt zur nächsten Prüfung weiter zu dürfen, ist da noch eine ganze Menge passiert vorher. Und so kam es dann beispielsweise zum richtigen Story-Finale mit Necrozma. Und zwar ist dann folgendes passiert. Es kam nach dem Canyon von Pony eine sehr lange Cutscene zusammen mit Lilli und dort hat sich dann tatsächlich das Pokémon von Lilli entwickelt, was sie schon von Anfang an bei sich trug und es wurde zu Solgaleo. Und dann tut sich tatsächlich eine große Ultra-Pforte auf und Necrozma kommt und absorbiert Solgaleo, um zu Necrozma Abendmähne zu werden. Ein komplettes Überlegi mit einer Basiswertsumme von 680. Das Ding ist wirklich heftig und auch wenn es mal wieder die KI hatte von dem wilden Pokémon, kann da durchaus was sterben. Necrozma erscheint in der Pussy-Version. Die coole kommt dann gleich. Erdbeben. Bitte macht Damage. Oh Gott, das ist wenig. Nacht-Heap ist okay. Wir bleiben drin. Erdbeben. Psychoklinge lebe bitte. Okay, Beere kommt. Ich denke, wir machen jetzt Ruheort. Ich hoffe, er spielt nicht Morgengrauen. Er macht Morgengrauen. Okay, dann sind wir wieder bei Square Null. Aber Morgengrauen ist ein bisschen vorbelastet. Erdbeben. Das Ding ist schon krass. Nacht-Heap kommt. Und Mit Crit leider. Okay. Roost. Psychoklinge kommt. Ist okay. Roost. Macht Nacht-Heap. Komm. Nacht-Heap ohne Crit. Will ich sehen. Da ist Stahlgestirn. Boah, das war viel. Vielleicht haben wir ihn unterschätzt. Ich denke, wir müssen jetzt raus wechseln. Ich habe einen Save-Switch mitgebracht. Larry. Larry wird noch versuchen zu tun, was er kann. Nacht-Heap. Das geht klar. Wir haben eine Beere dabei. Und wir machen jetzt Nacht-Heap, nicht Roost. Weil dann hat Larry noch einmal die Chance anzuchippen. Sehr schön. Leider kein Crit. Larry ist tot. Okay, es kommt Morgengrauen. Aber jetzt wieder Morgengrauen einmal raus. Hat nur 5 AP. Wenn Larry kann, wird er Roosten, oder? Wobei, ne, nicht Wurf. Larry ist tot. Wir gehen auf Damien. Und haben Roost. Er hat nicht mehr viele Morgengrauen. Flammenwurf. Vielleicht kommt der in Burn. Das wäre natürlich huge. Es kommt sofort Stahlgestirn. Ja gut, der ist resisted. Da wir gerade sehr viel Druck ausüben können und es sehr unwahrscheinlich ist zu sterben, also wirklich extrem unwahrscheinlich, bleibe ich hier in Flammenwurf-Spam. Und kriegen den Burn. Sehr, sehr schön. Okay, damit ist Necrozma stehen tot. Beziehungsweise ist tot. Denn der Burn hat es gerade beendet. Da kein Morgengrauen kommt. Nice. Ja, hat perfekt funktioniert. Ist halt kein vollwertiger Herrscher, aber schon ein gefährliches Pokémon. Und wir haben gesehen, wie unfassbar schlecht man in die Weltra ist. Ist leider so. Man muss sich halt an der Stelle mal überlegen, dass das noch nicht das richtige Necrozma war, denn das Ultra-Necrozma kommt ja gleich noch. Aber gut, ich habe hier einfach taktisch Porrenta geopfert, was kein wirklich großer Verlust war. Das war in Gen 7 praktisch unspielbar. Und ich habe Necrozma Abendmähne dementsprechend gut umspielen können. Ja, aber jetzt wie gesagt zum richtigen Necrozma, denn ich musste dann natürlich in die Ultra-Pforte reingehen und gegen Ultra-Necrozma antreten. Aber hier ist halt die Sache. Das Ding ist unspielbar. Ultra-Necrozma ist bei diesem Story-Event einfach auf Level 60. Meine Level-Cap allerdings war bei Level 50 ungefähr, weil die Bosskämpfe danach halt auch nicht Level 60 sind. Und die wollte ich mir halt nicht zu einfach machen. Ich musste also auf Level 50 ungefähr antreten. Und das ist praktisch undenkbar. Das Ding hat absolut lächerliche Basiswerte, es hat ein heftiges Moveset und ja, es hat keine gute KI, aber es bekommt sogar noch Boosts. Man kann damit nicht vernünftig kämpfen. Jetzt aber die Sache. Ich hatte mir bei Grandiras den Fokusgurt aufgespart, um einen Kampf zu cheesen. Und das war dieser hier. Also viel Spaß damit. Necrozma erscheint. Hallo Ultra-Necrozma. Omniboost-Ultra-Necrozma. Gegen Vibor. Erst 10 Level über meinem gesamten Team und 37 Level über Vibor. Notsituation. Photonen-Geysir. Huch. Fokus-Dash. Bam. Wenn das jetzt irgendwie verkackt, killen wir mit Gift-Schock. Nein, Vibor ist tot. Robin hat gut gekämpft. Alles gut. Zoe. Das Kecleon, was wir seit Tag 1 mit uns schleppen. Schattenstoß. Schade, Ultra-Necrozma. Vielleicht beim nächsten Mal. Die einzige Möglichkeit in meinem Ruleset hier, Ultra-Necrozma verlässlich besiegen zu können, ist Notsituation mit Fokusgurt, den man einmal im Run bekommt, into Prio-Attacke. Und so konnte Kecleon nach dem Opfer von Vibor tatsächlich Ultra-Necrozma besiegen, obwohl es komplett überlevelt war und praktisch unbekämpfbar. Und ja, das ist verdammt lame, das ist die eine Schießstrategie, die ich anwenden musste. Ansonsten wäre potenziell zu 50% oder vielleicht sogar zu 80% mein gesamtes Team gewoneshottet worden und die gesamte Gen-Log wäre tot gewesen. Das ist eine der dümmsten Stellen im gesamten Franchise, aber das Ganze ist schaffbar, wenn man sich die richtigen Pokémon aufhebt. Wenn man die aber niemals finden sollte, hat man halt Pech gehabt. Jetzt aber halt mal wieder das Lächerliche bei dem Ganzen. Wenn man den Fokusgurt aufbrauchen sollte bei Ultra-Necrozma, dann hat man ihn safe nicht mehr, weil er sich verbraucht, bei der letzten Prüfung. Und die ist genauso lächerlich wie Ultra-Necrozma, die ist absolut unspielbar, wenn man das falsche Team haben sollte und die musste ich auch noch schaffen. Und um überhaupt die letzte Prüfung freizuschalten, musste ich zunächst mal 5 kleine Minibosse besiegen und zwar die Inselkapitäne. Und die hatten jeweils 3 Pokémon, die mal wieder allesamt lächerliche Basiswerte hatten, die natürlich wieder vollentwickelt waren, ja und da war wieder alles möglich durch den Randomizer und ihre Ace-Pokémon hatten sogar jeweils einen Z-Stein, um wieder potenziell was zu Bonshotten. Und die musste ich jetzt alle noch schaffen, bevor ich beim Herrscher überhaupt antreten durfte. Und wir beginnen, würde ich sagen, mit der ersten und das war Mazzurica. Mazzurica fordert dich heraus mit... mit was? Mit Shale Smash Kastelit. Sehr angenehmer Gegner. Okay, das ist kein guter Start. Wenn der Shale smasht, wird er komplett unbesiegbar gefühlt. Und er hat wenig Schwächen. Was machen wir gegen den? Mein einzig gutes Player an der Stelle ist halt... Ja gut, oder sofort Steinhagel. Aber ohne Step? Nee, wir machen U-Turn. Oh komm, ein gutes Stück Chip. Bruchrüstung ist klar. Und dann... gehen wir in Waters. Er hat keine Gesteinsattacke, das heißt, mit Siedewasser sollte der Tod sein. Hausbruch war klar. Steinhagel könnte doch flinchen, oder? Ja, aber das hätte nicht viel gebracht. Ist schon gut so, was ich gemacht habe. Siedewasser. Kritt würde sehr, sehr wehtun. Aua. Ich habe gehört, Hausbruch ist Spaß und ist fair. Hausbruch ist wohl der unfairste Move aller Zeiten. Maske Regen. Okay, das geht doch. Alter, der ist ein Level vor Quiverdance. Was soll das denn? Bei Maske Regen gehen wir rüber in Bianca. Bedroher ist nutzlos, aber egal. Er macht Luftschnitt. Und Mist! Okay, das ist sehr lucky. Fliegen. Ich bin langsamer. Das Minus-Speed-Wesen macht jetzt schon großen Spaß, Kappa. Und raus. Okay. Letztes Pokémon. Das hat ein Z-Kristall. Radikal. Ich schlage vor, wir machen erstmal einfach Roost. Okay, sofort Z-Move. Und ich werde von Radikal outspeedet. Tot. Das war ein kurzes Brutalander an der Stelle mit Minus-Speed-Wesen. Ich meine, das war eh ziemlich kacke, aber aua. Wir gehen in wen jetzt am besten? Ich würde sagen, einfach in Damien. Jetzt sollte Radikal eigentlich kein Problem mehr sein. Wer im Fokus-Stoß? Das lasse ich lieber. Ja, der hat wieder komplett absurde Edith-Werte und so wahrscheinlich auch. Gerade so Two-Shot mit Flammenwurf. Ja, moin. Nur Situation. Ja, das war's. Ja, ja. Es wird heute noch sehr, sehr spaßig werden, wenn ich nicht irgendwie noch ein komplett overpowertes Liga-Team zusammenbaue, dann werde ich zerstört werden in der Liga. Es wird sehr schmerzhaft werden. Einfach fantastisch, oder? Radikal mit einer Z-Attacke besiegt mein Brutalander, auf das ich eine Ewigkeit warten musste, bis ich jetzt endlich entwickeln konnte. Und dann verreckt es natürlich beim ersten Kampf auf die lächerlichste Art und Weise, die man sich irgendwie vorstellen könnte. Und ja, es hatte Minus-Speed-Wesen, also es war nicht ganz so optimal, aber der Tod hat trotzdem wir getan. Der Brutalander ist eigentlich immer spielstark. Nach dem Kampf gegen Mazzurica wurde es aber dann wieder deutlich angenehmer. Denn ich musste dann auch nacheinander gegen Elima antreten, gegen Maho und gegen Chiave. Und ich hatte gegen alle drei eine gute Zeit und die haben keine so guten Teams bekommen. Der letzte Captain, den ich dann aber noch schaffen musste, bevor ich endlich bei der letzten Prüfung antreten durfte, war Chris. Und das war dann mal wieder kein so leichter Kampf, denn wir wollen es ja nicht so leicht haben. Chris mit einem weiteren halben Team. Bitte sei nicht wie Citro. Zytomega. Ich hoffe, er macht nicht sehr. Das wäre echt unnötig. New Turn. New Turn sollte gut viel Schaden machen. Oh ja, das ist einiges. Okay, dann rüber in Waters. Bitte mach nicht Seah, sondern Psychic. Oder mach Misplay. Er macht Seah. Okay, das wird unangenehm, in Kombination mit einer potenziellen Z-Attacke, die kommt. Brutesauger. Und Pain Split. Aber der ist tot, oder? Okay. War Crit auch. Ich hoffe, dass der Seah uns jetzt nicht irgendwie alles ruiniert. Ich habe nicht mal einen Unlichtbrock gemacht. Magbrandt. Oh Gott. Z-Feuer mit Seah wird Spaß für die ganze Familie. Ja, das ist jetzt potenziell extrem gefährlich wegen dem Seah, der noch kommen wird. Ich gehe in Erik. Aber ich tue es nicht gerne. Ahab wäre doch verkraftbar, wenn er drauf geht. Ja, aber Ahab hätte gar keine Chance. Dann würde ich Savers opfern. Es gibt die Chance, dass sie missplänen oder gar kein Z-Move jetzt kommt. So, jetzt kommt der Seah. Boah, der Seah ballert so sehr. Junge. Okay, der hat 83 Speed mit den absurden EVs und DVs. Mal lieber nicht roosten. Mach mal lieber nicht. Nee, komm. Wir gehen in Kira. Passt schon. Passt schon. Kira kommt klar. Plummenwurf macht kein Damage. Oder wenig zumindest. Immer noch ein gutes Stück, Wir machen jetzt einmal Erholung Maronbeere, weil wir uns speedet werden. Oh mein Gott, der Drop-Bannon. Töte mich nicht, bitte. Es wäre so unnötig. Es ist so unfair, Junge. Es ist so unfassbar unfair. Du es nicht. Komm. Ein KP. Ich lebe noch. Kein Crit. Es ist wirklich so unfair. Wie sie den Move noch zwei, drei Runden delayen können und ihn dann einfach zünden aus dem Nichts und sich umbringen. Es ist so lächerlich. Jetzt Glurak und gegen roosten. Das ist wahrscheinlich das sicherste. Habe ich selbst einen Flammenwurf einfach an jede Runde? In der Sonne? Ich probiere es mal. Macht das Damage? Äh, geht so. Ich probiere mal Fokusstoß. Ich treffe sogar. Wie viel macht das? Ist jetzt auch nicht wirklich besser und trifft nicht konstant. Ja, wie gesagt, der Tod vom Brutalander war noch halbwegs okay, weil das hatte ein grauenvolles Wesen. Das wäre furchtbar gewesen in der Liga. Aber Kira ist halt echt hart. Agoyon. Ultrabestie. Wenn der jemanden tötet, wird er immer stärker und spiraled out of control. Ja gut, wir gehen hier rüber auf Ahab und machen Erdkräfte. Das sollte passen. Ich glaube, Agoyon ist hier nicht so gefährlich, ehrlich gesagt. Ja, kann er Setupen, ne? Ne, aber das Setup für den 2 Hidmus passt schon. Gift-Heap ist physisch. Das ist wahrscheinlich der angenehmste Kill, den wir heute machen. Alles gut. Weg. Wie er noch lebt, einfach. Es ist so lächerlich, Junge. Ja, komm, wir sterben jetzt. Gift-Heap. Was er noch lebt, war einfach der Mittelfinger noch im Gesicht. Ist in Ordnung. Es wird angenehmer. Diese verdammten Set-Attacken sind einfach nur lächerlich. Das sind einfach One-Shot-Moves, die theoretisch alles auslöschen können und da kann so leicht was draufgehen. Und hier ist es jetzt wieder passiert. Magbrandt hat hier einfach so ehrenlos mein Wasser-Pokémon niedergebrannt und über 100 Schaden verursacht. Das ist halt wirklich heftig gewesen. Und damit hatte ich hier bei Chris einfach Primarine verloren. Wahrscheinlich mein bestes Pokémon überhaupt. Mit Wasser-Fee war das wirklich unglaublich spielstark. Und das hatte ich jetzt später für die Liga, wenn ich die erreichen sollte, halt auch nicht mehr. Und ich will nur nochmal kurz daran erinnern, jedes verdammte Top-Vier-Mitglied hat auch einen Set-Stein. Also in der Liga wird das auf keinen Fall aufhören. Aber gut. Zumindest konnte ich lebendig die letzte Herrscher-Prüfung erreichen und die werde ich jetzt mal kurz erklären. Es handelt sich hierbei um eine fehlende Käfer-Prüfung gegen Bundleby. Und das ist hier der Herrscher. Und das ist ein ziemlich schnelles Käfer-Fee-Pokémon mit einem Doppel-Omni-Boost. Ich mach keine Scherze. Es bekommt einfach ein Plus-Zwei-Push auf alle Werte und es spammt Falterreigen. Und das ist komplett unfair. Das ist eine Boost-Attacke, die einfach Init, Spezialangriff und Spezialverteidigung erhöht. Also drei Stats auf einmal. Das ist also sofort schneller als das gesamte Team was man spielt praktisch egal was man hat und one-shottet alles. Das ist fast unspielbar wenn man das eskalieren lässt. Man braucht Outs dagegen. Und das Ding hat natürlich auch noch Partner. Es hat Pelipper mit Niesel was einfach sofort Regen aufsetzen kann und es kann mit Siedewasser auch Pokémon verbrennen. Wenn man also beispielsweise starke Gesteins-Pokémon spielen möchte um physisch Bandelby am Falterreigen vorbei zu killen oder so ist das gar nicht mal so einfach. Ja und Pelipper kann auch Horta einsetzen um noch defensiver zu werden und es gibt noch Haltera als Partner was ein riesiger Healtank ist der ebenfalls nerven kann. Das ist wahrscheinlich die unfaireste Prüfung überhaupt und ich hatte keinen Fokus-Sash mehr. Ich konnte das nicht schießen. Aber dann ist mir eine Sache aufgefallen. Wisst ihr noch als ich die beiden Gift-Pokémon gefunden hatte also Schluckweg und Arbok und mich darüber aufgeregt hatte dass sie keinen Klairsmog hatten ich hab ne Info für euch. Auf Level 51 also wirklich ganz ganz kurz vor dieser Prüfung hier lernt Arbok auf Level 51 Dunkelnebel eine vergleichbare Attacke und damit kann man auch Boosts aufheben. Ich konnte also damit in der Theorie leiden hoffentlich nen Move überleben bzw. Dunkelnebel rausbekommen um die Boosts vom Herrscher zu entfernen also den Doppel-Omni-Boost und gegebenenfalls den Falterreigen den er schon genutzt hat und dann konnte ich Arbok opfern um vielleicht über ein Gesteins-Pokémon den Herrscher zu One-Shotten das war zumindest die Theorie. Das Problem ist nur Steinkante also das bestmögliche Out hat nur ne Genauigkeit von 80% und theoretisch könnte er halt jederzeit Pelepper kommen als Partner und einfach Siedewasser einsetzen und die Gesteins-Pokémon verbrennen das sah wirklich immer noch nicht gut für mich aus selbst mit Arbok aber ich wollte es dann testen und Schluckweg und Voltula habe ich halt auch mitgenommen Voltula vor allem wegen Pelepper der letzte Herrscher Bundleby greift an mit einem ultra fairen Doppel-Omni-Boost hoffen wir alles klappt es sieht echt schlecht aus wenn das jetzt nicht sofort funktioniert Dunkelnebel Käfergebrumm okay das war ziemlich wenig Damage Dunkelnebel klappt wer kommt als Partner es kommt Pelepper okay das wollten wir nicht das ist schon mal sehr sehr schlecht Niesel wir müssen jetzt immer weiter Dunkelnebel spammen er darf nicht zu Falte reinkommen es ist ein Suicide Lead er probiert es okay so wieder weg damit wir werden irgendwann sterben Pelepper hoortet alter Bundleby ist so ehrenlos guckt euch das an hier kann man auf so eine Strat stolz sein mit Doppel-Omnibus zu starten und dann noch Falte reink zu spammen okay ich habe alle Statuswerte auf 0 halten können Regen hört auf wir tun es wir gehen in Dominic aktivieren den Sandsturm und one shot ein Bundleby mit Steinkante vielleicht vielleicht mal sehen wenn nicht dann wird es cringe bitte nicht daneben jetzt kommt Käfer gebrummen okay schon mal kein Falte reink jede paar Siedewasser wir haben Anti-Wasserbeere das macht gar nichts krass und wir treffen die Steinkante oh mein Gott es läuft perfekt er ist weg als ob es so perfekt läuft das war Bilderbuch mäßig vielleicht war die Anti-Wasserbeere doch kompletter Overkill vielleicht hätten wir doch Lumberry oder Zoom-Linse spielen müssen aber gut wir haben den Kill geschafft ich gehe hart ich gehe hart in Andi und versuche mit Ladungsstoß einfach den weg zu räumen bitte kein Burn oh wie es weh tut Volltreffer Burn ach komm Digga okay Ladungsstoß Kill oder ja okay das war absolut perfekt wieder also die Straits gegen die Herrscher sind so gut in diesem Run aufgegangen nicht immer ganz perfekt aber wirklich das lief ziemlich nice ein gigantisches Dankeschön an Arbok an der Stelle man macht sich über das Pokémon praktisch immer lustig weil es wirklich nicht so gut ist aber ohne Arbok wäre die Genlock hier einfach brechend gescheitert ich hatte gegen den Herrscher ohne dieses Dunkelnebel Play einfach überhaupt kein Out es hätte mich ehrenlos 6-0 weggesweept ohne Chancen und es hätte alles outspeedet und gewone-shottet aber Dunkelnebel hat mich hier gerettet und Arbok hat sich für den Sieg geopfert aber wie gesagt Leute hätte ich hier gemisst beziehungsweise die Steinkante einfach nicht rausbekommen wäre einfach wieder Faltereigen gekommen und ich wäre einfach dennoch weggesweept worden und das ist schon ziemlich grenzwertig da wir jetzt aber den leichten Teil des Spiels abgeschlossen haben kommen wir jetzt würde ich sagen zu den schwersten Kämpfen des Spiels und da beginnen wir zunächst mal mit der letzten Inseekönigin Hapuu oder wie auch immer man die ausspricht gegen die musste ich jetzt auch noch gewinnen und die hatte jetzt vier Pokémon also eins mehr als die anderen Inselkönige und natürlich hatte die auch mal wieder die absolut absurden Basiswerte und einen Z-Stein auf ihrem Ace um potenziell was zu One-Shotten Inselkönig Nummer 4 bitte lass mir zumindest dieses halbwegs gute Team für die Liga mega Aerodakteur in die Fresse direkt ja natürlich aufs Maul okay geht ja toll los ich denke wir müssen hier sofort in Wali gehen und von Tränen einsetzen ich vermute es kommt freier Fall ja lol ich bin zu schwer das war schon eine Beleidigung gegen Wali finde ich Siedewasser lieber Siedewasser wir werden einiges an Schaden fressen ja Siedewasser war gut bitte Burn ich mach keinerlei Schaden und keinen Burn cool das war ehrlich gesagt ein bisschen Fatshaming ja ja was soll ich jetzt schon machen Erholung Maronbeere und nochmal Siedewasser bitte gritte mich nicht tot oh mein Gott war das knapp High Range scheinbar war ich in einer sehr sehr unwahrscheinlichen High Range ja mit Megas ist hier nichts zu spaßen Siedewasser killen oder Hypertrank oh das ist vielleicht gut für uns das ist vielleicht sogar sehr sehr gut für uns Burn ja okay das war huge wie es kurz geladen hat ich dachte jetzt kommt eine Z-Attacke der Move von ihr musste erst mal aufladen gefühlt vom Spiel ich dachte es lädt gerade und es kommt ein Z-Move das wäre sehr random gewesen aber das geht eigentlich gar nicht Zygarde oh Gott okay es gibt eine Chance von 33% dass es Optimum Zygarde ist und uns umbringen wir hatten Zygarde beim ersten Inselkönig wie witzig wäre das wenn jetzt das Optimum Zygarde da steht es ist Optimum Zygarde alter was sind die Odds oh Gott habe ich verloren bin ich Game Over jetzt ist es besiegbar okay Zygarde hat tatsächlich nicht so absurde Werte sogar wir machen auf jeden Fall einmal Blizzard dann Sturm okay Alter ich treffe nicht mal Hitte Odengewalt war zu erwarten ja das überleben wir einmal gut Blizzard hittet sehr schön das ist sehr guter Chip Damage ich glaube Zygarde Optimum ist nicht so schrecklich wie erwartet wir gehen in Erik den gefällt der Sandsturm sogar Odengewalt macht gar nichts wegen Schwebe und wir haben Dragon Claw und wir killen Optimum Zygarde war nicht so schlimm tatsächlich okay habe ich ein bisschen überschätzt ich dachte jetzt kommt wieder die übelste Verarsche alter jetzt hat da noch Entei was ist mit ihr ja gut aber Entei macht nicht viel gegen mich ne Erdbeben ich wünschte wir hätten kein Minus Attack Wesen auf Li Veldra dann wäre das so geil ich kann gerade so Two-Shotten ja okay Z-Move kommt jetzt hier aber das ist jetzt nicht so schlimm oder Z-Normal wie viel macht das ja ist vollkommen in Ordnung wir machen einmal Ruheort heftiges Team von ihr aber hier hat sie noch so ein Brecher gefühlt dabei Amphira ja okay das ist jetzt nicht mehr so krass aber eigentlich auch kein schlechtes Pokémon hat er nur ein furchtbares Matchup hier Erdbeben ich fand's mega cool dass der letzte Herrscher jetzt wieder Zigarre hatte das ist ein schöner Abschluss irgendwie für die Herrscher äh für die Inselkönige das Team von der letzten Inselkönigin war wirklich unfassbar stark ich fand's aber hier wie gesagt besonders cool dass sie einfach Optimum Zigarre hatte nachdem ja bereits Haller als erster Inselkönig einfach das schlechte Zigarre hatte aber obwohl hier Hapuu wirklich komplett mit ihrem Team eskaliert ist hat sie nichts killen können und das hat mir für die Pokémon Liga dann doch wieder ein bisschen Sicherheit gegeben und das obwohl ich halt Brutalanda und auch Primarine nicht mehr spielen durfte Leider konnte ich aber dann bis zur Liga nur noch ein weiteres Pokémon einfangen und das war dann einfach Schnurrgast ein komplett nutzloses Normal Pokémon aus Gen 4 das ich garantiert nicht bei der Liga spielen wollte also hat mir das überhaupt nichts gebracht ich habe aber auch gute Nachrichten und zwar konnte ich dann wenigstens die Liga erreichen ohne weitere Verluste denn ich musste dann zwar noch einmal gegen Gladio antreten aber der hat dann wieder ein schlechtes Team bekommen wie ja bereits im gesamten Run denn er hatte hier einfach Valreiser Barshofft Absol und Inikoro und das war einfach alles nicht gefährlich der hatte einfach im gesamten Challenge Run unglaubliches Pech mit dem Randomizer und da muss ich halt noch durch die Siegestraße durch aber die Trainer dort konnten mir nichts mehr wegnehmen und ich konnte bei der Liga dann antreten ja und was soll ich sagen Leute vor der Liga hatte ich natürlich großen Respekt ich wusste ich muss jetzt 5 Trainer in a row besiegen die immer wieder unglaublich gute Basiswerte haben also EVs und DVs plus halt Z-Steine auf ihren Aces ja und die Top 4 Mitglieder haben hier immer wieder 5 Pokémon und der Champ halt 6 das ist alles nicht einfach vor allem nicht in Gen 7 und ich wusste halt auch selbst wenn ich die Liga schaffen sollte ist das Spiel noch lange nicht vorbei da es auch noch ein umfangreiches Postgame geben wird mit etlichen weiteren Bosskämpfen aber gut das hier war zumindest mein Team für die Pokémon Liga ich wollte weiterhin mit Vishu leaden mit halt U-Turn und Belebekraft also mit einer Fähigkeit die immer wieder Karpi wiederherstellen kann das war ganz praktisch ich wollte aber auch weiterhin Libeldra spielen auch wenn es Minus Attack Wesen hatte damit hatte ich zumindest ein Drachen obwohl Brutalanda gestorben war und bereits beim Kampf gegen Hapuu hatte das ja ziemlich gut abgeschnitten also war es gar nicht übel und dann habe ich auch weiterhin Glurak gespielt als mein Feuerflug Pokémon das ich ja jetzt auch schon eine ganze Weile hatte und das mir auch schon bei der Prüfung helfen konnte also habe ich darauf vertraut und ich habe auch Nidoking wieder mitgenommen als Gift Pokémon wie gesagt Gift im Team zu haben ist ab der 6. Generation durchaus wichtig wenn starke Feen kommen sollten und 2 verschiedene Boden Pokémon im Team zu haben kann auch ganz praktisch sein ja und was ich selbstverständlich auch mal wieder doppelt spielen wollte waren 2 Wasser Pokémon und da kommen wir zunächst mal zu Araquanid mein Wasser Käfer Pokémon was er schon im gesamten Run mit seinem guten Burg überzeugen konnte und das ist halt grundsätzlich ziemlich underrated und ich habe auch Weilord gespielt weil ja Primary nicht mehr ging natürlich ist Weilord vom Karpiestat her gut aber von den Verteidigungswerten eher mittelmäßig aber ich hatte einfach keine bessere Wahl also habe ich mich dafür entschieden und dann bin ich halt angetreten bei der Pokémon Liga von Pokémon Ultra Sonne und es begann mit dem Kampf gegen Marlon und das ist normalerweise ein Stahltrainer und wie gesagt die Top 4 Mitglieder haben jeweils 5 Pokémon und auch einen Z-Stein die waren in Gen 7 verdammt stark aufgestellt Top 4 Marlon wenn ich den schaffe ohne Tode sieht es recht gut aus Alter okay Nomades Nomades das hatten wir schon mal Junge es geht schon wieder so los Niesel oh Gott das wird jetzt aber stärker sein was hat Core Mind Origin Pulse Ice Beam Aqua Ring ein Ultramonster wenn ich jetzt am Steuerrad von Kyokre wäre eins in den Chat ist der Run zu 100% beendet egal was ich drücke das heißt wenn wir jetzt eine gute Gen 7 KI haben beim Elite Vorkampf sind wir Game Over ich kann es versprechen am ersten Pokémon es gibt kein Out wir haben keinen Move in was gehe ich jetzt ich muss eigentlich in Bordos gehen habe ich eine andere Möglichkeit eigentlich nicht die beiden gehen logischerweise nicht und Erik macht auch nichts vor allem nicht gegen Ice Beam ich mache hier keinen U-Turn nicht dass es wegen den absurden EVs und DVs in Gen 7 mich outspeedet mit Origin Pulse dann ist Hanna One Hit also gehe ich hart in Wodas und wenn er jetzt anfängt Core Mind zu spammen wird er unbesiegbar ja was ich gesagt habe alter das macht 62 Damage ohne Core Mind wir sind Game Over der hat 10 AP auf der Ursprungswoge wenn ich jetzt nicht sofort Erholung Maronbeere drücke bin ich sowieso instant raus er macht Wasserring ok es müssen jetzt KI Missplays kommen vielleicht verrennt er sich komplett in Core Mind dann gibt es eine Chance vielleicht Chip Damage und dann Erdbeben Kill von Libeldra oder Turm Kick halt natürlich spammt er Core Mind warum soll er was anderes machen Wodas wird hier geopfert ich mach nichts ich mach Minus Damage ist ok Evil Teil 2.0 Core Mind Winning Condition ist jetzt Turm Kick Crit nach maximalem Vorschwächen von Wodas letzte Chance da ist die Ursprungswoge die wird mein Leben zerstören ja ok jetzt kommt wieder Ursprungswoge es regnet nicht mehr es ist halt kein endloser Regen jetzt hier aber jetzt ist er schon so stark wir sind immer noch in Kill Range für Ursprungswoge ich bin mir ziemlich sicher trotz Regen der weg ist ich könnte jetzt in Wali gehen und noch ein paar Runden weiter stallen das Problem ist er hat Aqua Ring und wird sich dann vollheilen Wali hat dem nichts entgegenzusetzen außer 10% Freeze Chancen mit Ice Beam die nicht eintreten werden wenn wir ehrlich sind und das Problem ist wenn ich in Wali gehe kann ich auch nicht die AP wegstoren weil er wird weiter Call Mind dann einsetzen und einfach unsterblich werden die einzige Chance die ich habe dass er jetzt die nächste Ursprungswoge misst zu 15% dann kommen wir in die Range wo ich noch eine Ursprungswoge überleben kann es kommt noch mal Leech Live und dann kommt irgendwann der Punkt wo ich überlegen muss wie wir Hanna reinkriegen um mit Turmkick zu killen Blutsauger und er trifft ich bin tot okay damit haben wir jetzt die Qual der Wahl er heilt sich gegen ehrlich gesagt finde ich die Freeze Chance realistischer als hier mit Turmkick irgendeine Chance zu haben wir gehen auf Ice Beam Spam und beten 10% Freeze er trifft auch alle Ursprungsbogen natürlich boah ist das unfair kein Freeze damit ist Walli tot ich versuche Erholung Maronbeere wenn der Ursprungswoge misst diese Runde nein das war's unser Team für die Liga ist auch einfach nicht gut genug zu viele Tode gab es in dieser Gen die Encounter waren zu schlecht ich muss in meinen besten Move gehen Turmkick also es auf Speeden hätte geklappt wie viel Schaden das ist einfach nicht genug einfach nicht genug eventuell schaffen wir es noch Kyogre zu besiegen wenn jetzt Eric mit Erdbeben krisstet schaffen wir es noch auf Ehre Kyogre zu killen komm bitte nicht mal das ist mir vergönnt er macht er macht ehrenlos Eisbeam mit Crit noch am ersten Pokémon der Liga Aha wird outspeeded I guess Damien hat noch eine Chance die einzige Chance hat jetzt Glurak mit einem Crit Luftschnitt Crit Ich kriege Kyogre nicht mehr tot keine Chance er ist wie mit Evil Tal wenn das eine Pokémon kommt was du nicht outen kannst einfach vorbei Aha zu krank einfach zu krank es ist insane nach all dem doch von dem Kyogre beendet zu werden nach dem Spiel wäre Kyogre nicht mehr wirklich so sehr vertreten in der Genlock gewesen ich komme wieder Und damit endete der zweite Versuch der Genlock mit insgesamt 66 Toten beim ersten Pokémon von Marlon in der Liga beim ersten Top 4 Mitglied und das war wirklich vernichtend Ihr müsst euch überlegen wie es sich anfühlt wochenlang zu spielen um so hart auf die Fresse zu kriegen Ich muss aber ehrlich sagen dass mich nicht nur das Kyogre gekillt hat sondern vielmehr die ganzen Tode davor Gen 7 lief insgesamt so dermaßen mies stellenweise und ich habe einfach überwiegend so dermaßen schlechte Pokémon gefunden dass es wahrscheinlich nicht für eine schwere Liga gereicht hätte geschweige denn noch für das gesamte Postgame selbst wenn da kein Kyogre gekommen wäre Aber gut hätte wäre wenn der zweite Versuch war damit leider zu Ende und es ging rüber zu Versuch 3 zurück zu Pokémon Gelb auch wenn es weh getan hat Zunächst mal begann der dritte Versuch wieder ziemlich gut Ich hatte erst mal ein relativ ereignisloses Pokémon Gelb denn dort ist erst mal nur ein Pokémon gestorben im Felstunnel bei einem Brennam Trainer und zwar ein Yugong gegen Nidoking wo ich sehr viel Pech hatte und dann ist kurz darauf in Lavandia beim Rivalen noch ein Bibor von mir gestorben gegen ein starkes Tauros aber dann ist in Gelb einfach gar nichts mehr draufgegangen und ich hatte dort nur zwei Tode insgesamt und dann ging sogar ähnlich gut weiter da ich zwar in Pokémon Kristall keinen so guten Start hatte denn in Fleckmon Brunnen sind zwei Pokémon gestorben an Rüpen einmal ein Seemon an einem Magneton und einmal ein Galopper an einem Smogmog was sich gesprengt hat aber das waren die einzigen zwei Tode die in Kristall dann passiert sind danach ist nichts mehr gestorben und wer dachte dass die ersten beiden Generationen schon gut waren naja ich hab dann Smaragd gegen Felicia gekämpft in der ersten Arena und dort einen Tyrakrok verloren gegen ihr Deoxys also sie hat sofort Legi gespielt aber dann ist bis zu Mark in der Magma Höhle einfach kein Pokémon mehr gestorben und Mark hat auch nur deswegen was killen können weil er gegen mein Welser ein wo Ingenau hatte dagegen konnte ich nichts tun aber das waren dann auch wieder die einzigen beiden Tode in Pokémon Smaragd und dann ging's weiter mit Feuer Rot also den Gen 1 Remakes und dort ist nur ein einziges Pokémon gestorben und zwar ein Byreiser bei Pyro bei der mal wieder ein Deoxys hatte also Deoxys hat mich in Gen 3 dort ein bisschen verfolgt Ich hatte somit aber sogar in Gen 1 bis 3 eine noch leicht bessere Bilanz sogar als im zweiten Versuch der Gen Doc der ja schon wirklich gut gewesen war Als ich aber dann wieder in Gen 4 angekommen bin also im Pokémon Platin wurde es wieder deutlich härter und so hatte dann Silvana in der zweiten Arena direkt ein Despota was ein Sonnfell von mir killen konnte also ein starkes Pseudo Legendary und dann kam kurz darauf Commander Jupiter die nicht irgendwie ein weiteres Pseudo Legendary hatte wie Brutalanda oder so ne sie hatte ein Kyogre und das hat dann zumindest ein Pokémon von mir killen können und zwar ein starkes X-Bard was ich zum Mouthspeeden genutzt hatte aber zumindest habe ich Kyogre dort besiegen können ja und dann kam erstmal ne Weile nix ich hab dann erst wieder in Adams Arena einem Denim Trainer einen Megani verloren weil der mal wieder wo in muss man sagen das waren nur 4 Tode auf dem gesamten Weg bis zur Liga hin es hätte also schlechter laufen können aber dann ist folgendes passiert ich bin mit einem sehr starken Team aus Porygon Z Tonupto Kokowai Pion Draghi Lapras und Gastrodon in die Liga gegangen und wollte zunächst mal gegen Herbaro antreten und er hatte dann unglaubliches Glück denn der hat ein Lurak gespielt was einfach ständig gekrittet hat um meinen Lapras direkt zu besiegen was ich eigentlich benutzen wollte um das Feuer Pokémon komplett zu wollen Ich hatte also dann nur noch 5 Pokémon und dann ging es weiter mit Teresa die dann einfach eiskalt Lavados gespielt hat ein weiteres Feuerflug Pokémon was wieder gekrittet hat und dann ist auch Gastrodon gestorben Ich hatte also plötzlich nur noch vier Pokémon für drei restliche Liga Kämpfe und das sah gar nicht gut aus Ja und dann kam Ignaz der dritte von den Top 4 und was hat der dann natürlich gespielt direkt ein Despotar direkt also wieder ein sehr starker Gegner und das war dann der Anfang vom Ende und was kam dann nach dem Despotar einfach ein zweites Despotar was dann meine vier restlichen Pokémon Versuch verwendet wo ich in der Liga von Platin einfach komplett zerstört wurde und das bedeutet der dritte Versuch der Gen Block ist mit 17 Toden bereits bei Ignaz im Platin gescheitert und das war ziemlich vernichtend und man muss sich halt mal zu dem Zeitpunkt in meine Lage versetzen Ich hatte bereits für den ersten Versuch der Gen Block der in Pokémon X in Gen 6 habe ich doch deutlich mehr Zeit benötigt weil ich ja noch weiter gekommen war und dann habe ich Versuch 3 gestartet um nach mehreren Tagen Arbeit wieder im Platin zu verrecken Das war unglaublich frustrierend Denn ich wusste selbst wenn ich bei Versuch 4 beispielsweise irgendwann gewinnen sollte wird ein siegreicher Versuch nochmal mehrere Wochen brauchen um überhaupt wieder dahin zu kommen wo ich war geschweige denn das Stream Projekt war einfach ein Begriff dazu mehrere Monate zu gehen aber gut ich habe mich dann rangewagt an den vierten Versuch der Gen Block und wie ist der gelaufen Ich habe zunächst mal wieder gestartet in Pokemon Gelb und dort ist nur ein Pokemon gestorben und zwar hatte der MSN Rivale in Zapdos und da ist ein Pinzee drauf gegangen aber das war es dann mehr Pokemon sind nicht down gegangen und dann ging es weiter zu Pokemon Kristall wo einfach gar nichts gestorben ist Ich hatte dort großes Glück mit dem Randomizer und ich habe ein wirklich gutes Team bekommen also war das eigentlich kein Problem und das erste Spiel wo dann wirklich mal ein bisschen mehr gestorben ist war Pokemon Smaragd denn dort ist bei Mark auf dem Vulkan erst mal mal Apollo gestorben gegen seinen Sumpax der hatte ein ziemlich solides Team und dann hatte ich zwei Tode gegen Norman weil der unter anderem Brutalanda gespielt hat und Kokowai und dort sind dann meine Arcani und Ampharos gestorben was ein bisschen schade war aber dann ist wieder praktisch für das gesamte restliche Spiel passt gar nichts gestorben der einzige Kill der dann noch passiert war war gegen Juhan in der 8. Arena weil der in genau gespielt hat mal wieder gegen meinen Land Touren und dann kam Feuer Rot mal wieder dran wo wieder nur ein Pokémon gestorben ist und das war Nidoqueen gegen das Lunarstein von meinem Silphko Rivalen weil der gekrittet hat das war extrem unwahrscheinlich Aber wie lief denn dieses Mal Pokémon Platin wurde ich wieder komplett zerstört von der Pokémon Liga naja nicht so ganz Ich hab zunächst mal zwei Pokémon verloren bei Lamina in der dritten Arena weil die in Dragoran gespielt hat und dort sind Krawumms und X-Bart gestorben weil ich einfach ein bisschen Pech hatte Aber das war es dann fast schon Es kam dann auch zu zwei Toden gegen weitere Wohingenaus bei Random Trainern und dort sind Staraptor und Blitzer gestorben was wehgetan hat aber die Liga war dann relativ einfach Ich hatte also nur vier Tode insgesamt im Platin und praktisch keinen davon hätte man irgendwie vermeiden können Und in Pokémon Hard Gold ging's dann ähnlich gut weiter Ich hatte dort zunächst bei Boy Oisin gegen Ho-Oh ein Knorger verloren gut das war halt ein Überlegi aber dann habe ich bis zum Postgame einfach nichts mehr Gen-Block das war ziemlich penetrant ja und Misty konnte damit ein Donphan von mir killen und dann hatte Rocco noch ein Raser auf mit Kritz was ein Glurak von mir gekillt hat aber das waren wieder nur 3 Tode in Hard Gold Ich hatte also zu dem Zeitpunkt nach 4 Generationen nur 13 Tode Das war einer weniger als im zweiten Versuch der Gen-Block der ja bereits wirklich gut gewesen war und 4 dieser Tode waren halt auch nur durch Wo-In Genaus Aber hatte ich dann auch wieder Glück beim schweren Early Game von Pokemon Schwarz 1 Naja ich muss sagen schon so ein bisschen Ich hab bis zur zweiten Arena einfach keine Pokemon verloren und dann hatte dort ein Random Trainer in Zapplerang wo dann ein Elizeba gestorben ist aber das war nicht weiter schlimm und dann hatte Sharon später in Staraptor was ein Symbolara gekillt hat aber ich hatte zu dem Zeitpunkt halt schon längst Fuß gefasst und dann hatte noch ein späterer Sharon Boss Fight ein Reshiram und Panferno was ein Elfuhn und Aquana von mir gekillt hat das war ein schwieriger Boss Fight aber auch dieses Reshiram und so die haben mich nicht stoppen können Und dann für's Ende der Liga also für N und Gezis mein Team auffüllen und dann habe ich bei Gezis ziemlich opferbereit gespielt und gegen den Rex Blizzard von ihm sind noch Shardrago und Pion Draghi gestorben gibt auf jeden Fall schlimmeres Und dann konnte ich mein Team wieder auffüllen für die Postgame Boss und dann habe ich noch ein eigenes Zapflerank verloren gegen einen Poteros von Cynthia wo ich aber wieder ziemlich opferbereit gespielt habe um auf Krampf irgendwie Schwarz 2 zu erreichen Schwarz 1 war nicht so leicht gewesen aber durchaus machbar Und danach lief es dann wieder deutlich besser In Schwarz 2 habe ich dann bis zu Turner also bis zur 5. Arena einfach gar keine Pokémon verloren und dann ist bei Turner an Meister griff mein Porygon Z gestorben weil ich nicht mehr sinnvoll wechseln konnte Und dann kam Random Trainer noch mit einem Gengar wo ich mal wieder einen Zappler Rang verloren habe das war ein bisschen schade und Astor in der Pokémon Liga hatte natürlich mal wieder ein Wo In genau was auch sonst um einen Ra-Mod zu killen Aber der Rest der Liga war dann relativ einfach und dann habe ich nur noch an Akromas Lander und hatte es vergessen Das war ein ziemlich witziges Misplay Aber mehr ist in Schwarz 2 nicht passiert Das waren nur 4 Tode und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nur 25 Tode insgesamt Das waren 4 weniger als in Versuch 2 der Genlock Wo dieser Versuch aber dann noch krasser wurde war in Pokémon X Denn ich habe dort zunächst mal gegen Serena leider in Skalabra verloren weil die in Metagross gespielt hat aber dann ist einfach bis zur Pokémon Liga überhaupt kein weiteres Pokémon gestorben und das war bei meinem krassen Randomizer schon echt heftig muss man sagen Narzisse allerdings der gefährlichste von den Top 4 wie immer hatte einfach mal Dialga und hatten echt Natal von mir killen können Ich hatte also dann leider für den Champ Fight gegen Diantha nur 5 Pokémon übrig und dann ist was ziemlich Lächerliches passiert und zwar hatte Diantha als garantiertes Mega ein Mega Stolos und dieses Mega Stolos war unfassbar defensiv und dann hat es angefangen einfach unzählige Top Genesungen zu fressen und fast unbesiegbar zu werden und ich hatte halt nur 5 Pokémon und dann sind dort einfach Caripas Zumpax und Gewaldro gestorben und ich hätte dann klein bekommen und dann ist auch nach der Liga nichts mehr gestorben also Pokémon X konnte mich nicht stoppen und ich hatte im gesamten Spiel nur 5 Tode das war wirklich wenig und dann habe ich kurz mal wieder ein bisschen Angst bekommen in Omega Rubin denn dort hatte im Blütenburg Wald ganz zu Beginn ein Rüpel einfach in Mewtwo und hat Panikon und Dombrero von mir gekillt aber ich habe Mewtwo besiegen können und dann hatte Walter in der dritten Arena ein Palkia eines der gefährlichsten Legis überhaupt aber dort habe ich dann nur Raichu verloren und der einzige Tod der dann noch passiert ist in Omega Rubin war in Wipkes Arena bei einem Random Trainer weil der mal wieder Wohingenau gespielt hat und das hat leider Staraptor gekillt Ohne Witz wie viele wohingenaus kann ein einziger Nazlocker eigentlich abbekommen das war großes Pech ich hatte aber somit nur 34 Tode in den ersten 6 Generationen als ich aber dann wieder in Ultrasonne angekommen bin war ich natürlich extrem aufgeregt ich hatte locker zwei Wochen gebraucht um wieder an diesem Punkt zu stehen und ich war dann halt bei Ultrasonne nicht wieder direkt vor der Pokémon Liga sondern wieder ganz am Anfang des Spiels ich musste dann nochmal sämtliche Prüfungen gewinnen alle Inselkönige besiegen das Story Finale abschließen und alle anderen Bosse schaffen um wieder zu Liga hin zu gelangen aber wie gut hat das funktioniert Zunächst Mal hatte ich bei der ersten Prüfung gegen Mango Spector dieses Mal Pokémon wie Serapendra Krampshel Mantidea oder auch Aerodactyl also wirklich solide Pokémon und Mango Spector war kein Problem aber das ist ja eh keine so schwere Prüfung das war ja auch schon beim letzten Mal ziemlich einfach und dann wollte ich als nächstes gegen Hala antreten und ich hatte Angst dass es dort wieder zum Massensterben kommen würde der hatte allerdings Pletyamo Alola Raichu und Sternow mit einem Z-Stein das war gar kein so schreckliches Team und mein Glück ganz normale Moveset vom normalen Raichu und Sternow mit dem Z-Stein hat einfach Z-Genesung gedrückt und keine Z-Wasser Attacke oder so und deswegen ist Perhala einfach gar nichts gestorben und meine ersten Tode die dann passiert sind waren erst bei der Wasser Prüfung gegen Aranestro und das waren auch nur die Tode von Visenior und Nebulak ich hatte folgende Strategie ich wollte praktisch eh komplett nutzlos war das war ein sehr schlechter Catch gewesen und da würde ich Save Nebulak einwechseln und das Ding einfach zu Tode verfluchen denn ja ich hatte Pokémon wie Donarion um das Ding so ein bisschen zu outen aber das war alles ein bisschen wackelig ich bin lieber safe gegangen Bei der dritten Prüfung von Alola Knogger ist dann aber leider ein recht gutes Pokémon gestorben und zwar Skorgro Ich denke das Opfer war es aber durchaus wert denn ich hatte zwar noch andere Pokémon wie Aerodactyl Kramschef oder Snibbuna um das Ding sehr effektiv anzugreifen und ich hatte sogar schon Grandiras als pseudo legendary von Gen 7 aber ich bin auch hier wieder safe gegangen um unbedingt weiterspielen zu können Ich wusste halt zu dem Zeitpunkt waren so wenige Pokémon gestorben ich konnte mir halt ein paar Opfer dann durchaus erlauben Und die vierte Prüfung von Mantidea habe ich dann einfach komplett zerstört Ich hatte Glurak Aerodactyl Panferno Donarion Fuegro und Serapendra Also unglaublich gute Feuer Pokémon Flug Pokémon Käfer Pokémon Gift Pokémon Ich hatte alles mögliche dagegen Das war aber fast schon ein bisschen schade muss ich sagen weil Mantidea ist halt eine der leichteren Prüfungen und es war fast schon Overkill was ich hatte Da hätte ich lieber mehr gehabt beispielsweise bei der Wasserprüfung oder bei Knogga Erstaunlicherweise ist dann aber bei den ganzen anderen Bosskämpfen einfach gar nichts gestorben und Mylar die zweite Inselkönigin hatte dann Lether King was ich schießen konnte Piruleo das war recht stark und Wulverrock in der Zwielicht Form mit mal wieder ziemlich Probleme hatte war bei Togedemaru Ich hatte durchaus Boden Pokémon wie Grebbit oder Sandama aber die waren halt nicht wirklich gut und Grebbit ist dann auch leider gestorben Ich denke das war aber kein Riesenverlust das ist einfach kein sonderlich gutes Pokémon es konnte aber zumindest viel effektiv treffen aber auch die anderen Pokémon die ich so hatte wie Panferno zum Beispiel sogar oder wie Glurak die halt mit Feuer oder Kampf sehr effektiv angreifen konnten haben den Tod nicht abwenden können das ist einfach ein sehr schwieriger Herrscher wo selten gar nichts stirbt und dann kam es tatsächlich mal zu einem random Tod und zwar hatte einfach ein Rüpel ein Ho-Oh was ein Lasho King von mir gekillt hat aber ich muss sagen sowas wie Ho-Oh zu umspielen und aber nur ein Pokémon zu verlieren das ist ebenfalls vollkommen in Ordnung gewesen Wenn man sich jetzt aber mal meine Prüfung anschaut gegen Mimigma dann merkt man wie wichtig Support Pokémon sind Denn ich hatte dagegen einfach Koiwaff einen Hund aus Gen 6 mit Koller Augen eine Prioritätsattacke die den Angriff des Gegners senken kann und das hat Mimigma einfach komplett zerstört und ich hatte sogar noch ein Pikachu dabei um es theoretisch weiter zu verkrüppeln wenn es denn notwendig sein sollte Ich habe bei Mimigma einfach gar nichts verloren Wer dann aber wieder ein größeres Problem war war der dritte Inselkönig Yasu Bei der hatte zunächst mal ein sehr starkes Donarion mit unglaublichem Spezialangriff und es hat leider mein Panferno gekillt Das war einer der schmerzhaftesten Tode weil Minion mit einer Z-Attacke die nicht gefährlich war und dann Stami ohne Moveset weil es eine Wasserstein Entwicklung war Also da hatte ich dann wieder ziemlich viel Glück Aber dann wurde dieser Run hier einfach immer und immer heftiger Denn ich habe dann bei der gesamten Aether Foundation mit Brombley Samantha und so weiter einfach kein einziges Pokémon verloren Und der letzte Tod war dann erst wieder bei der vorletzten Prüfung von Grandiras und das war nur Koi Waff was ich wieder mit Kulleraugen reingefeuert habe und dann einfach geopfert habe weil ich wusste dass ich es nie wieder brauchen werde Bei richtigen Boss kämpfen wäre das praktisch nutzlos gewesen Ja und ich hatte gegen Grandiras Pokémon wie Mobites oder Primarine und ja ich hatte Primarine ernsthaft wiedergefunden Und das war mal wieder ein Pokémon weggeschmissen um Ultra Necrozma zu cheezen über Fokus Sash in dem Fall in Ariados und dann war ich auch schon bei der letzten Prüfung von Bundleby wo ich erneut ein ganz gutes Matchup hatte einfach weil ich ein X-Bard besessen habe und das war praktisch ein Hard Counter weil es physisch angreifen konnte und halt Käfer und Fee resistieren konnte ich habe trotzdem Pokémon verloren weil ich in Sazenia opfern konnte um Save X-Bard behalten zu können und auch meine anderen Pokémon aber das war kein Riesenverlust ja und dann war ich an dem Punkt mit nur 43 Toten insgesamt wieder bei der letzten Inselkönigin Hapuu und die hat dann Mammutl gespielt Hariyama Zebritz und Enekoro mit Z normal das war mir einfach und so stand ich nun nach wochenlanger Arbeit ein weiteres Mal vor der Pokémon Liga von Gen 7 mit einem deutlich besseren Team als das letzte Mal weil der gesamte vierte Versuch der Gen Block einfach deutlich besser verlaufen war und natürlich auch Gen 7 Ich hatte bis hierhin wie gesagt nur 43 Tode insgesamt und das ist unfassbar wenig wie so viele Spiele in a Row und das auch noch in meinem Rule Set mit den ganzen Auflagen und so weiter und das hier war dann mein Team für diesen Liga Versuch Zunächst mal wollte ich mit Grandiras lieben ein mächtiges Drachen Pokémon an der Spitze um sofort vorne ein zwei Kills machen zu können wenn der Kampf gut für mich eröffnen sollte Ich habe aber auch Fuegro gespielt den Feuerstarter von Gen 7 und der ist halt Feuer Unlicht also hatte ich sofort die Psycho Immunität im Team die äußerst praktisch ist in meinem Randomizer das habe ich hier schon diverse Male erklärt um aber noch mehr Immunitäten zu haben habe ich auch ein Geist gespielt Golgantus Das Geist Boden Pokémon aus Gen 5 mit Normal Kampf und Elektro Immunität und einem sehr guten Angriff Stat kann sich ebenfalls sehr krass sehen lassen Was ich aber auch verwenden wollte war X-Bart eines der besten Gen 2 Pokémon überhaupt mit unglaublich gut erinnert und praktisch alles zu Revenge killen was so existiert und es konnte halt auch Kehrtwende und selbstverständlich wollte ich auch mal wieder zwei Wasser Pokémon spielen und da haben wir zunächst Mal Capaloris als dieses Mal halt nicht vor der Liga gestorben war und deswegen hatte ich halt ein Wasser Feen Pokémon bei der Liga mit dabei mit unglaublich guten Basis Werten und wer jetzt genau aufgepasst haben sollte dem ist vielleicht eine Sache aufgefallen ich hatte sehr viele Immunitäten dabei wie gesagt Psycho Immunität auf Hoegro und halt normal kam von Elektro Immunität auf Golgantus aber das war es halt nicht ich hatte auch die Boden Immunität auf X-Bart und die Drachen Immunität auf Primarine einfach weil das eine Fee war man merkt also schon ich war auf viele Typen extrem gut vorbereitet und das Team war sehr stark gebaut und ob das dann ausgereicht hat um die Gen 7 Liga zu schaffen das sehen wir jetzt und ich bin dann zunächst mal aufgebrochen zu Marlon der mich ja das letzte Mal komplett zerstört hatte mit Kyogre um mich endlich zu rächen und ich hab dann sehr gehofft dass er dieses Mal halt kein Kyogre spielt Top 4 Marlon fordert dich heraus es beginnt Fruyal okay Fruyal ist unglaublich stark hat ein sehr mächtiges Moveset mit High Jump Kick Power Whip und allem aber wir spielen mittlerweile X-Bart und er outet ihn hart Turm Kick macht gar nichts oh mein Gott wir machen fliegen und wenn er jetzt Turm kicken sollte verletzt er sich okay Blattgeißel wir werden halt niemals irgendwas one shotten in dieser Liga boah ich kann froh sein dass es Two Shot ist Blattgeißel das Problem ist ich würde gerne roosten aber dann verliere ich eine meiner Resistenzen und mache wieder genauso wenig aber Blattgeißel kann missen ich darf auch nicht alle Roost AP jetzt verschwenden aber einmal noch komm das ist wirklich das letzte Mal weil wenn ich gekrittet werde brauche ich auf jeden Fall noch mindestens einen extra Roost ja ok er trifft alle Creep ist spielsüchtig wir müssen tryharden wir müssen tryharden ok wenn ich jetzt fliegen misse ist nicht schlimm dann kann ich nochmal roosten ok raus mit dir bitte was faires bitte was faires Dioxis ok ich habe ein undicht Pokémon extra mitgenommen werde ich belohnt Dioxis Speed den werden wir definitiv nicht outspeeden auch nicht mit X-Bud also kein U-Turn actually ist das hier jetzt schon die PB so weit waren wir noch nie so weit waren wir noch nicht ein einziges Mal Dioxis hat gar nichts gegen mein Unlicht Pokémon Gott sei Dank wir gehen in Big D und machen Dark Lariat ich habe ein so gutes Immunitätenteam aufgebaut um möglichst viele Matchups zu wollen ich wollte unbedingt Unlicht dabei haben Dark Lariat gut Sternschauer ist natürlich Müll und rein in den Trunk Waste sehr schön Tränke raus von Marlon dass wir nicht einmal die Oxe Speed One Shotten können ist wieder bodenlos aber egal wir haben jeweils noch zwei Top Genesungen wie Top 4 Trainer es ist so asozial diese Liga diese Animation ok noch drei Pokémon von Marlon Meditalis Mega Meditalis normales Meditalis ok Meditalis hat nichts gegen meinen Geist ich glaube die Strategie geht auf zumindest jetzt noch es gibt so viele Matchups die wir safe gewinnen können mit diesem Team das ist halt die Belohnung wenn man die Prüfungen so gut schafft ohne viele Verluste dass für die Liga das Beste vom Besten übrig bleibt und man so ein Team bauen kann und es lief bei dem Run hier echt gut er geht raus geht in Sabayone okay es kommt von Sabayone höchstwahrscheinlich Energy Ball wir gehen auf Melissa wunderbar jetzt kommt Play Rough wir roosten hier einmal weil wir können x-part geht es wieder besser es kommt Knuddler Miss okay das ist huge Matschbombe da war der Mist den wir die ganze Zeit wollten okay jetzt kommt natürlich Dingens wieder rein ah ne Agro Stella das ist das Z-Attacken Pokémon ekliger Gegner ist verboten für uns in der Naslock für die KI natürlich nicht das Problem ist der hat 140 Verteidigungswerte jeweils ja ich könnte jetzt hier in den Geist gehen aber ich glaube ich bleibe ein bisschen wir machen erstmal Fliegen mal gucken was passiert ich werde den Minus Damage machen oder mach echt wenig ja Heefteap macht wie viel er ist halt nicht stark der ist nur defensiv und in seiner Genesungsrunde wie er gleich machen wird weil er auf Lowlife ist U-Turn wie ins Erdbeben von meinem Geist ah nice und jetzt Z Genesung oder kommt Z Gift Move ah ja vernichten der Säure Regen der sollte okay sein alter die Animation Junge ein Level höher und er hätte Liquidation das wäre halt gar nicht gut für meinen Geist aber so geht's will U-Turn natürlich sofort die Vergiftung okay das ist bad bitte killt schnell nice ja das kann er nicht wegstallen einfach mal so auch er nicht wie die Thales kommt er kann auch mit Genesung gegenstallen aber es bringt ihm nichts macht so viel okay geschafft wir haben Marlon besiegt ein Top 4 mit Lead Down noch dreimal so ein Glück und dann Champ halt Marlon hatte dieses Mal ein weitaus leichteres Team und eben kein Kyogre er hatte zwar gute Pokémon stellenweise aber die habe ich prima outen können und das meinte ich halt mit diesem Team der Immunitäten bzw. mit den ganzen Resistenzenzen die ich Pokémon sofort outen kann auch wenn die recht stark sein sollten und deswegen waren halt auch so Pokémon wie die Oxys Speed bspw. mit meinem Team bekämpfbar und ich hatte damit nun einen neuen Highscore aufgestellt für die Gen Block und zum ersten Mal den ersten Fight bei der Gen 7 Liga erfolgreich gewinnen können Und damit ging es jetzt auch schon zum zweiten Kampf gegen die Top 4 gegen Mylar und wer sich jetzt fragt hä das war doch eine Inselkönigin ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht aber die ist auch ein Top 4 Mitglied und selbstverständlich hatte ich auch hier mal wieder große Angst vor dem Fight denn ich wusste wenn ich 1-2 Pokémon das meinem Team verlieren sollte dann geht meine Strategie hier mit den guten Matchups einfach überhaupt nicht mehr auf also durfte auf gar keinen Fall was sterben Mylar mit 5 Pokémon jetzt weiter von den Top 4 Metri Hornior Direkten Bollwerk in die Fresse Okay das wird schwer zu besiegen sein Ich hatte Angst dass es Hornbohrer hat Okay das hat es zumindest schon mal nicht Megahorn Earthquake StoneEdge Tagdown Okay wir haben Nass Schweif drauf es kommt Erdbeben Ich könnte theoretisch könnte ich wechseln in Melissa Erdbeben predikten dann StoneEdge predikten in Viola und dann Erdbeben nutzen aber Rionio hat so viel physische Defense dass es nicht gut wäre Ich muss halt jetzt neutral Erdbeben überleben was ordentlich wehtun wird Nass Schweif Wir treffen gerade so Hälfte Erdbeben kommt auch gerade so Hälfte Also folgende Situation Wir können jetzt mit Nass Schweif oder mit Nah Kampf denselben Schaden machen Das ist aber höchst Wahrscheinlich ein Range Kill Wir sind in Crit Range für Erdbeben was uns komplette Liga zerstören würde und damit wahrscheinlich die Jane Lock Der Wechsel von Melissa into Viola ist immer noch nicht so geil weil wir da nicht finishen Das wissen die jetzt ziemlich sicher Ich wechsle jetzt in Vodas der 30 Base Punkte schneller sein sollte für Giga Drain Kill und predikte wieder Erdbeben Boah wie das halt so immensen Schaden macht Wehe der ist nicht tot Ja wir sind schneller und es muss reichen oder Natürlich reicht das Sehr schön Okay den down gefühlt wäre weg und alles Pachter Riso Ja genau solche Gegner will ich genau solche Gegner wollen wir haben Okay der kann tatsächlich gar nichts gegen den Geist das heißt ich kann in den Geist gehen ihren Wechsel predikten und ihr nächstes Pokémon komplett in Erdbeben reindaufen lassen einen meiner stärksten Moves Super Zahn ist auch wieder dreckig bitte wechsel Dammit Okay schade in dem Fall hätte ich lieber die Tränke gezogen aber es irritiert mich etwas warum sie hier nicht wechselt Marlon hat es ja ruhig ausgetan Egal Hat sie gar nichts mehr gegen meinen Geist möglicherweise Nee Metagross Ja der hat definitiv was Normales Metagross Gott sei Dank Schreit nach Erdbeben Iron Defense Meteor Mesh Agility Psychic Boah wer weiß wie viel dem sein Meteor Mesh machen wird Dadurch dass leider Metagross Iron Defense und so hat glaube ich nicht dass Fuegro hier vernünftig den Kill alleine hinbekommt wenn ich da jetzt einen Iron Defense rein wechsel Viola hat hier den Kill Button hier tut halt Meteor Mesh am meisten weh oder trifft mich halt neutral mal nicht da ist der Mesh huge Crit aber damit ist Metagross raus das kann er nicht überleben was wow okay wir haben ein gerandomizedes physisch defensiv investiertes Pokémon von ihr als Metagross bekommen das ist worst case sie hat perfektes sie hat das perfekte Metagross das absolut perfekte über Metagross hat sie jetzt wir könnten versuchen mit Big D zu killen aber es kommen noch zwei Pokémon und eins wird Z attacken ich fürchte ich muss hier den Doppel Crit ehrlich gesagt so ein bisschen riskieren weil das Problem ist einfach dass sie zwei Top Genesungen hat und halt so physisch defensiv ist klar ich könnte in Waters gehen Stern Heap resistieren und Siedewasser spammen aber Siedewasser haut ihn einfach nur in die Heal Range und dann spam der Psychic neutral gegen mich klar da könnte ich safe in Big D gehen aber da habe ich wieder die physischen Probleme ich brauche das Erdbeben bitte mach es wir leben es ist weg okay wir stehen noch jetzt bitte kein Verfolgungspokémon Nido King er ist das Ace der kann Z attacken okay der hat potenziell Z Fuchtler mit 190 Basisstärke ja ist sehr angenehm wir gehen Melissa predikten erstmal Erdkräfte ist ein Anfang okay Z Move kommt in dem Fall hat er verschissen oder kommt jetzt Z Gift oder so jetzt kommt Z Boden wir waren uns nicht sicher ob er Z Doppelkick hat oder Z Gift Stachel oder so hat ganz viele Level 1 Moves wieder gut Z Move ist raus jetzt kommt noch normal Fuchtler das ist nicht so stark ich ich kann ich kann am Gift warn mit Fliegen nicht verletzen weil ich Gift bin das ist gut wir machen erstmal ein bisschen Fliegen Damage ja Fuchtler war jetzt relativ klar wie viel Damage mache ich dann ok 70 Damage er ist jetzt in Fuchtler gelockt ok was wir jetzt tun werden ist zu roosten bis er in der Verwirrung steht und dann hat Nido King nicht mehr so viel Spaß ich denke wir haben noch so viele AP of Roost dass ich weiter roosten kann bis er sich selbst verletz sie spielt Hyper Hi Hi lol wow und zack nochmal und jetzt selbst verletzen bitte ok schade ich find es ganz gut wenn Nido King die Tränke nimmt wer weiß was noch kommt ist schon ok nimm nimm wir U-turn jetzt clever in den Geist der fast tot ist prädikten dass logischerweise keine Bodenattacke kommen kann und prädikten dann Erdkräfte beim Wechsel in Waters und killen mit Siedewasser gar nicht kompliziert selbst selbstverletzt ok da wäre der Safe Switch gewesen Wechsel in Waters nicht mehr verwirrt Erdkräfte kommt boah macht den Minus der Match das ist sehr schön und wir machen Siedewasser guck da tut erstaunlich wenig weh nice ok Nidoking weggestalled und die Tränke sind raus letztes Pokémon von Mylar Knudelhoff der hat nichts gegen meinen Geist glaube ich oh der hat vielleicht Play Rough ich glaube das ist ein verlorener Level 1 Move aber wir nehmen das mal ernst einfach und tun so als würde er den haben just in case ich habe eh nicht viel zu verlieren wir gehen einfach ins Wugo und wollen wir hatten hier zum Glück ein paar Nieten dabei Mylar is down 2 Top 4 Midi da noch und Champ Fight dann haben wir es geschafft Der Kampf war schon deutlich schwieriger als der Erste Erste Rihornior als großes Bollwerk mit extrem krassen Moveset aber zum Glück ohne Hornbohrer und dann später auch noch Metagross als Pseudo Legendary mit Sternenheb Psychokinese und so weiter Ich habe aber alles von Mylar ebenfalls bezwingen können mit meinem sehr starken Team ohne Pokémon zu verlieren Ich konnte also weiterhin die Liga fortsetzen und ich wurde immer mehr aufgeregt Es sah langsam wirklich gewinnbar aus aber ich war noch lange nicht am Ziel Und so kommen wir nun zur dritten von den Top 4 und zwar Lola die einen begleitet hat bei der Mimikma Prüfung weil das ist normalerweise eine Geist Trainerin und die wollte ich jetzt ebenfalls besiegen wenn es geht ohne irgendetwas zu verlieren Ich wollte halt wirklich irgendwie das 6 gegen 6 rausholen gegen den Champ aber auch dieser Kampf hier war nicht einfach Dritter Bosskampf gegen Lola mit Silvaro Es wendet sich gegen uns weil wir es daheim gelassen haben kann ich verstehen Kein schlechter Lied von ihr Irgendwie macht Komuro keine so gute Figur bis jetzt Brave Bird Feather Dance Leaf Blade Sucker Punch oh der ist gut gut da Banette normalerweise ihr erstes Pokémon ist wird das Ding krass physisch investet sein und es wird Leaf Blade und Sturzflug Spam komplett ehrenlos und unfassbaren Damage machen vermutlich gehe ich jetzt von aus wir gehen hier in Viola die kann eigentlich relativ gut Brave Bird wegstecken hoffentlich und da kommt Leaf Blade und wir können in X-Bart gehen ja das war eigentlich nicht schlecht er muss jetzt Leaf Blade machen alles andere ergibt keinerlei Sinn wir gehen in Melissa ja nice ok der Crit hat weh getan jetzt bin ich bin nicht mehr sicher ob wir Sturzflug safe überleben mit Crit und so er macht schon mal keinen Sucker Punch es kommt definitiv Brave Bird an die Daunenreigen kommt ok das ist gut für uns gratis Damage danke er ist tot wow das hätte ich nicht erwartet dann war der so krass offensiv investet dass er gar gar nicht in den bulk geht oh danke Melissa Mitheno der hat den Z Kristall oh nein der hat wieder dieses Shell Smash Moveset er macht sofort ehrenlos Hausbruch und wie geht's dann weiter Mitheno ist potenziell extrem gefährlich wegen Shell Smash und seiner Fähigkeit auch und so hat aber nur Powerjam und Normalattacken wir gehen in Viola den Geist der Gestein resistiert und machen Ramboss was 120er Vase Stärke haben sollte wenn ich jetzt in Powerjam rein wechsle könnte einfach die Beere getriggert werden was sogar gut wäre für mich ne ich wechsle den Hausbruch das dachte ich mir aber dadurch sinken die Verteidigungswerte Ramboss oh Gott ich hoffe ich überlebe das ich hoffe ich überlebe das das ist Burst Case Szenario oh mein Gott töte ihn Alter ich habe gebetet dass in so einem Szenario wir überleben können ich war mir nicht 100% sicher er hat den perfekten Z-Stein erhalten er hätte auch einfach Z-Normal haben können Suikun ist als nächstes dran wir sind noch lange nicht durch hier der hat nur Eisattacken und Spiegelcape ich könnte den theoretisch Wallen über Zvugo aber wegen Spiegelcape nie wirklich für Kill drücken das heißt das macht nicht wirklich Sinn ich wechsle jetzt eine Runde ins Vugo um das Spiegelcape rauszubaiten und dann gehe ich rein in mein Feuer Pokémon um die Eisattacken wegzuresisten es ist ärgerlich dass es Spiegelcape hat Eis Zahn er wird halt 0 Damage machen gegen mich Dark Lariat zum Glück physisch damit kann er theoretisch meinen physischen Angriff senken was natürlich sofort passiert wow das will wieder Spaß für die ganze Familie werden wir gehen kurz ins Vugo zurück Aurora Beam ok kein Decrease dieses mal bitte mach Schaden ich meine es ist kein guter Schaden aber es ist Schaden imagine der hätte einfach Hydro Pumpe im Moveset jetzt gerade und rein in den Trank natürlich oh kein Trank ok nice dann stirb wieso kein Trank egal Hauptsache raus jetzt bin ich halt auch schon wieder halbtot ne Rosana als nächstes das macht Rosana gegen Poeco dadurch dass ich tatsächlich wenig KP habe wird sein Ausbringen keinen Damage machen also kann ich ja einfach killen mit Feuerschlag tatsächlich es kommt abgesang Missplay ok jetzt muss ich in drei Runden raus aber das ist nicht weiter schlimm der ist tot er kann auch sonst was für Stats haben der ist tot klickdeclack macht den Abschluss der könnte auch setupen mit meinem Gesicht Shift Gear Metal Sound Discharge Screech oh mein Gott einzelne Chat der hat nichts gegen meinen gegen meinen Boden Pokémon oder ok der kann extrem setupen aber er hat keinen Move gegen meinen Geist dieses Immunitäten Team war so eine gute Idee noch ein Top 4 Mitglied Kahili und dann sind wir beim Champ Fight 6 gegen 6 bitte lass nicht sterben alter Viola hat so viel gemacht dass sie hier ein Level abbekommt hier wäre es wirklich fast passiert Metheno mit Hausbruch einer der unfairsten Attacken aller Zeiten und dann auch noch nem Z-Stein und natürlich war es Z-Gestein also nicht nutzlos gegen mein Team wenn ich hier nicht random Golgantis gehabt hätte um das ganz knapp im roten Bereich zu überleben wäre da einfach safe ausgestorben ich habe aber auch diesen Kampf hier irgendwie abschließen können ohne ein Pokémon zu verlieren und damit war ich jetzt schon beim letzten Top 4 Mitglied angekommen und das war dann Kahili die normalerweise Flug-Pokémon trainiert und die kommt im gesamten Playthrough praktisch gar nicht vor vermutlich weil irgendwelche Gebiete gestrichen wurden die mal geplant waren für das Spiel aber ja die musste ich jetzt auch noch schaffen und die hatte dann wieder 5 Pokémon und wieder nen Z-Stein aber ich wusste wenn ich diesen Kampf jetzt auch noch schaffen sollte ohne ein Pokémon zu verlieren dann habe ich halt ein 6 gegen 6 gegen den Champ Top 4 Kahili die letzte von den Top 4 wenn jetzt nochmal nichts sterben sollte haben wir ein faires 6 gegen 6 gegen Tali und den Champ-Thron Stami okay Stami ist gut für mich der dürfte nur das Wasserstein-Move-Set haben ich glaube das ist ein sehr guter Start ich denke wir gehen hier in Kapaloris und wollen den mit Gigadrain weg selbst wenn er Hydro-Pumpe hätte was ich mir nicht vorstellen kann obwohl das ein Level 1 Move ist wäre selbst das nicht so schlimm es kommt Confused Raid das habe ich mir gedacht wir wollen definitiv dass der die Heilung spielt und nicht jemand anders ich drücke jetzt hier ein Ice Beam jetzt so ne Top-Genesung Kahili okay komm lol sie geht raus in was geht sie rein Intacta lol okay der hat Liquidation Pin Missile Iron Defense Sucker Punch okay es ist das Ace er kann Z-Attacken benutzen Luki resistet alles von dem bitte mach jetzt einfach Z-Käfer oder so das wäre okay er macht gar nichts so das hat bis zu 125er Base so hat es eine 50er das ist äh ziemlich fair tatsächlich mit Step rein da ich mach 0,0,0 gar kein Damage er geht in den Rückzug so die Schuppenrasseln habe ich ihnen jetzt äh rausgezwungen ich bin jetzt aber auf Minus Verteidigung wir sollten Knierfisch eigentlich outen indem wir Psychic Fangs predikten durch den Switch-In in Big D und jetzt die Wasserattacke predikten durch den Switch-In in Waters Giga Rain oh mein Gott Kreide schreiben ist das sind genau die Dinge die ich heute sehen will und weg mit dir die geht raus und geht in Mega Brutalander hallo oh Gott wenn der Double Edge mit seiner Fähigkeit hätte wäre jeder von mir One-Shot gefühlt das wäre nämlich dein Flug mit extra Damage und 120er Base sowieso schon hat er aber nicht er hat nur ein paar andere gute Attacken aber er wird Dragon Claw machen was soll er sonst einsetzen wir gehen hier rüber in Primarine und sind immun und haben Mondgewalt es kommt ziemlich sicher Dragon Claw ja das Team der Immunitäten ist so gut Mondgewalt jetzt kommt halt sein Headbutt für Flinch im Zweifel aber muss ich riskieren bitte mach Schaden komm ja er ist weg okay mega besiegt Schlurpleck ist ihr letztes Pokémon was wir nicht wissen das fühlt sich gerade an wie ein Competitive Battle und nicht wie ein Battle gegen die KI wir kennen einfach ihr ganzes Team weil sie hin und her switcht und so was soll das denn der hat nichts gegen Melissa tatsächlich er spielt Power Whip hier deswegen ist er reingekommen aber das bringt ihm nichts also Blood Geisel wieder oh jetzt wird er greedy jetzt wird da jemand greedy das dachte ich mir fast nochmal Matschbombe okay dann nimmt sie jetzt Top Genesung wir U-Turnen jetzt mal kurz raus um unsere Stats zu resetten gehen kurz in Luki nehmen eine Blood Geisel und gehen wieder zurück vielleicht macht sie sogar nochmal äh Screech ne jetzt kommt die Blood Geisel jetzt könnte ich Nahkampf drücken Krillt das nervt natürlich ich könnte jetzt Nahkampf drücken und killen ich überlege gerade ob da was gegen spricht eigentlich nicht wirklich ne sie hat keinen Switch-In mehr Nahkampf Knierfisch dann kommt wieder Psychic Fangs das predicten wir wieder und gehen kurz in Big D dann kommt wieder die Wasserattacke das predicten wir wieder und gehen kurz in Waters und fressen den auf gegen Tektas habe ich nicht wirklich was wobei Gigadrain killt an dem Punkt ne auch Tektas glaube ich Tektas ist wieder da wie viel Leben hat Tektas noch nicht mehr viel da sollte mit Gigadrain nichts passieren können ja wir cleanen jetzt einfach mit Waters wir schaffen die Top 4 wirklich ohne Verluste wir haben ein faires 6 gegen 6 gegen Tali den Champ das Team der Immunitäten hält sich wacker würde ich sagen Waters hat einen sehr guten Job hier gerade gemacht es ist genauso wie ich es schon in der Live-Szene gesagt habe wenn das Mega Brutalander hier einfach Risiko-Teckel gehabt hätte um es mit seiner Fähigkeit zu Typ Flug zu machen hätte das einfach alles zerstört es hätte praktisch mein gesamtes Team One-Shotten können ich hätte nicht mal einen Resist dagegen gehabt es hatte allerdings kein Risiko-Teckel es hatte nur Drachenklaue und dagegen hatte ich halt Primarine dabei um das Ding eiskalt zu outen ich habe also auch bei Kahidi einfach kein einziges Pokémon verloren und konnte dann fair gegen den Champ antreten und das war dann Tali in Pokémon Sonne und Mond war es noch ein bisschen anders da musste man ursprünglich gegen den Professor antreten aber in Ultrasonne Ultramond also den Spezialeditionen wurde das zu Tali geändert also dem Hauptrivalen und der hatte dann logischerweise wieder 6 Pokémon für ein faires 6 gegen 6 auf Augenhöhe allerdings auch mit Z-Steinen einer der härtesten und unfairsten Kämpfe in der gesamten Generationen-Log aber das musste ich jetzt auch noch durchstehen Tali 6 gegen 6 Champfight in Gen 7 in der schwierigsten Liga der Generationen-Log mit Chevron okay nicht ganz das was ich erwartet hatte sieht okay aus ich denke das allerbeste was wir tun können ist Double Edge zu predikten wir gehen rüber auf Viola und seinen Geist und dann den X-Bard und sind gut positioniert Leaf Blade für keinerlei Damage wir sollten hier physisch gehen für Fliegen nice wir treffen für sehr guten Schaden Risiko Tackle er begeht Selbstmord wahrscheinlich nee nicht ganz okay jetzt könnte es sein dass er Heilung spielt wir roosten definitiv krank raus sehr sehr wertvoll wir fliegen nochmal und machen ordentlich Damage jetzt die Frage wird er noch einen Trank wasten bitte wasten noch einen Trank loosed okay er geht raus Rotom er hat Rotom Heat oh cool okay er ist leider kein Geist mehr sonst könnte ich in Viola gehen er hat Schwebe also geht Erdbeben nicht wir werden hier raus U-Turnen für ein bisschen Chip Damage und rein in Waters er steckt den Elektroball gut weg und macht dann Siedewasser Delegator ist nervig aber den kann ich ja die ganze Zeit brechen das sollte in Ordnung sein Ladevorgang kommt okay das ist unangenehm der Delegator stallt mich mit Ladevorgang lol Siedewasser nochmal aber das wird schwierig für ihn mich so zu besiegen und nochmal Siedewasser ja okay das war's für Rotom boah das sieht so gut aus wir haben es fast geschafft Flambyrex boah der ist äh ein ziemlicher Golem Head Smash Flamethrower alter Roar Head Smash Flamethrower Assurance ich kann nicht mal safe sagen ob Head Smash kommen würde ehrlich gesagt alter Luki kann eigentlich alles gut wegstecken ne warte mal Luki ist alter Luki ist der Hard Counter WTF okay wir gehen in Luki 1 in Chat wir haben Glück gehabt der hat Head Smash und Flamethrower und alles aber Luki kann alles resisten und wir haben Nachschweif vielleicht Kopfstoß miss es kommt Brüller okay er kommt rein ne der hat ganz sicher keinen Bock auf Kopfstoß dann kommt jetzt Kopfstoß ziemlich sicher wieder rein in Luki nur nicht verdrücken hier weil jetzt über ein Team hin und her geswitcht ja da ist der Kopfstoß wird selbst mit Resist ein bisschen Damage machen ja wir drücken Nassschweif sollten schneller sein ja guter Damage nochmal Kopfstoß er hat mich leider nicht in die Beere stirbt auch nicht am Recoil kommt jetzt Heilung wieder machen einfach weiter Nassschweif okay das war ärgerlich es kam keine Heilung und ich habe Nassschweif gemisst sehr unlucky das solls kleiner Rückschlag man könnte Luki vielleicht opfern wenn es unbedingt sein muss nein alter nicht hier welches okay es ist nicht Ultra Necrozma hat er was hat er was gegen Unlicht Iron Defense Stealth Rock Quoton Galsir Automatize der hat nichts oh mein Gott der hat tatsächlich nichts gegen meinen Unlicht Pokémon ich war mir so sicher dass wir Unlicht brauchen weil es gibt so viele Über Pokémon die Psycho sind keine Wirkung und es ist das Ace das Z Pokémon Dark Lariat er geht raus in wen geht er jetzt rein ah Chevron kommt wieder rein okay ja gut er stirbt jetzt einfach Chevron wurde zu Tode geopfert was noch Lat alter Junge aber der ist wieder Psycho hat der wieder nichts da hätte er nicht eingewechselt er hat Dragon Pulse Unpsychic alter ja aber warte wir sind immun gegen Dragon Pulse auf unserem Feen Pokémon kann ich nicht hin und her switchen und einfach gewinnen wenn irgendwann die AP leer sind alter sein Team Junge okay Latias Mega ist komplett übertrieben eins der unfairesten Pokémon überhaupt und hat Dragon Pulse und Psychic wir spielen aber gegen beides eine Immunität wir wechseln jetzt so lange hin und her bis die AP leer sind es geht nicht anders wir werden sonst 6-0 gefickt von dem Schutzteiler das ist in Ordnung für mich immer hin und her jetzt nur kein Miss-Klick Psychic 1 ist weg er ist der Dragon Pulse weg Latias wird komplett verarscht so die 10. Psychokinese ist raus er hat jetzt noch einen Drachenpuls er hat keinen Psychic und keinen Drachenpuls mehr beides komplett leer jetzt sollte er anfangen sein Headbutt zu machen wir gehen in Big D und Big D kann einfach killen Drachenattacken hat er keine mehr ja und Dark Lariat Big D tötet hier Mega Latias und Necrozma im Champ und rein in die Top Genesung ich glaube das ist entschieden wir haben Big D vor so langer Zeit gefunden er ist nie gestorben im Run war hin und wieder mal dabei und ich dachte mir schon dass wir wenn er es bis zur Liga schafft den ganz gut spielen können und der fehlende Speed ist auch nicht so schlimm wenn es einfach nur um die Immunität geht Kobalium Alter wie viele Legis willst du noch ok das ist unser Raid Boss der letzte Gegner hier der hat Metal Burst Work Up Quick Guard und Sword lol der hat keinen Schadensmove ähm ich darf keinen direkten Schaden machen nicht einfach so nicht unbedacht ich denke wir machen jetzt einfach Dark Lariat ein bisschen mach ich dann halt Null Damage Ice Beam von Wodas könnte auch ein bisschen schippen ohne Metal Stoß zu sehr auszulösen wie viel macht Dark Lariat ja das ist ok Redlichkeit ok und jetzt killen wir einfach mit Flammenblitz ich bin zu 1.000.000% safe gegangen damit Metal Stoß auch nicht irgendwie mettern kann und du bist weg wenn der einen Schadensmove gehabt hätte wäre das katastrophal gewesen Wutanfall nein ist ok der Wutanfall wäre jetzt funny gewesen gegen Ultra Necrozma das wäre so lo- Alter das wäre so passend gewesen den hätte ich gerne gedrückt naja egal Dark Lariat Stealthrocks Alter wenn der die Stealthrocks gelegt hätte oh mein Gott eins in den Chat wenn der die Stealthrocks gelegt hätte vor meinem Hin und Her switchen eben hätte ich das nicht machen können mit Tarnstein wäre das gefühlt Game Over gewesen und er war ja eben schon mal drin jetzt Feuerschlag für Kill Alter wie viele Top Genesungen kommen jetzt noch sie ist ein das ist vorbei das war ein sehr sehr heftiger Champfight ok da ist der Burn das musste irgendwann passieren jetzt wird Charlie langsam zerstört einfach langsam zerstört wir machen das genüsslich mit dem Feuerschlag Autonomie wir gewinnen ohne Verluste 6-0 die gesamte Ultra Sonne Liga und haben generell in Ultra Sonne bis hierhin fast nichts aus Versehen verloren ungeplant es sind gefühlt alle Strategien sauber aufgegangen Mit 95% aller möglichen Liga Teams wäre dieser Champfight einfach praktisch unmöglich gewesen ich musste einfach gegen morgenschwingende Krosma antreten und gegen Megalatias beim selben Fight und das beim Champ Battle im wahrscheinlich mit schwierigsten Spiel der gesamten Generationenblock und die einzige Möglichkeit das zu gewinnen war ein Out zu haben gegen Psycho Pokemon und gegen Drachen durch eine Immunität das Team der Immunitäten hat mich hier einfach komplett gerettet aber vielleicht ist euch eine Sache so ein bisschen entgangen das morgenschwingende Krosma hatte Tarnsteine und wenn es die gelegt hätte 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 ich diese Switch Strategie überhaupt nicht machen können zumindest nicht auf Dauer und dann hätte ich hier eiskalt verloren das heißt dass ich hier überhaupt gewinnen konnte war nochmal viel viel unwahrscheinlicher und ich hatte einfach auch noch Glück bei dem Ganzen ein absolut absurder Kampf muss man sagen aber ich habe die Liga damit gewinnen können und das sogar ohne Verluste und das hätte ich niemals erwartet aber damit können wir schon mal festhalten dass ich im vierten Versuch der Gen-Block mit nur 43 Toten die Liga gewinnen konnte aber wie gesagt dieser Run hier war halt noch lange lange nicht zu Ende denn Gen 7 hat ein wirklich ausgedehntes Postgame mit der gesamten Rainbow Rocket Episode und noch vieles vieles mehr und natürlich wollte ich all diese Bonus Bosskämpfe auch noch schaffen um überhaupt das nächste Spiel freizuschalten also ich war an der Stelle hier noch lange nicht durch mit Ultrasonne das erste was ich im Postgame machen durfte war erstmal drei weitere Pokémon zu fangen und das war jetzt nicht wirklich eine Riesenausfolge aber zumindest ein bisschen was und ich habe dann Araqua bekommen Taubos und Schwalbini also praktisch zwei Nieten und ein weiteres gutes Wasser Pokémon das ich ja auch bereits im ersten Versuch von Gen 7 gespielt hatte also habe ich mich darüber durchaus gefreut ich hatte damit wieder Aranestro als mögliches Backup Bevor wir jetzt aber sofort zu Rainbow Rocket kommen gab es noch ein paar andere Bossgegner die ich vorher machen wollte und da kommen wir zunächst mal zu Game Freak denn man kann auch hier mal wieder gegen einige Game Freak Mitarbeiter antreten sogar in dem Doppelkampf 6 gegen 6 und dort wollte ich dann antreten mit meinem Team der Immunitäten man muss aber sagen dass Immunitäten in dem Doppelkampf halt nicht so spielstark sind weil man gedoppelt werden kann und das Ganze war dementsprechend ziemlich gefährlich Doppelkampf gegen Game Freak Morimoto und Iwao oder so ähnlich wie in Gen 5 oh Gott in Gen 5 ist es halt kein Doppelkampf sondern zwei Einzelkämpfe okay das ist ein harter Anfang tatsächlich krass das Problem ist ich habe nicht wirklich Angst vor Dragoran ich habe mehr Angst vor Zappleran weil wegen Dragoran äh wegen Zappleran können wir nicht wirklich in Zvugo gehen ich habe ein großes Problem wenn ich jetzt Schuppenrasseln drücke wird meine physische Defense gesenkt ich bin aber minimal schneller als Dragoran vermutlich vielleicht aber auch nicht wenn ich von den absurden Werten der Gegner ausgehe dann wahrscheinlich nein ich drück's ich glaube nicht dass wir diese Runde sterben werden wir machen U-Turn damit zumindest ganz sicher Multischuppe gebraked ist mal gucken was passiert diese Runde wir gehen hier in Waters für Ice Beam wir sind langsamer lol der hat Waters angegriffen mit Drachenstoß alter das ergibt null Sinn okay jetzt sinkt meine Defense und da kommt Zermalmklaue okay die machen einfach irgendwas alter das wird Chaos das wird komplettes Chaos werden das wird Spaß für die ganze Familie dieser Fight okay folgender Plan wir machen jetzt den Wechsel auf Viola predikten den Save Switch und gehen hier für Ice Beam auf Dragoran damit der schon mal weg ist sonst werde ich halt Drachenstoß eventuell treffen äh getroffen werden oh Gott der ist zweimal Drachenstoß das ist sehr sehr wichtig Dragoran weg okay der Save Switch hat nicht funktioniert und ich werde gesenkt mal wieder der Anker kommt rein also Viola muss jetzt Save rauswechseln in Big D das ist klar Kapaloris könnte noch eine Runde drin bleiben wird aber spannend für ihn bei Kapaloris würde ich lieber wechseln ich habe allerdings keinen Switch in der wirklich gut ist Luki würde gehen der würde in die Beere gehauen werden dann gehe ich für den Moment wieder in Luki Phantomkraft Zaplarang macht Säure alter ich kann hier nichts predikten okay Phantomkraft ist jetzt auf beide nicht allzu gut es müsste alles gut ausgehen wir machen Dark Lariat diese Runde auf jeden Fall gegen Zaplarang schon mal und Luki macht nichts was seine Verteidigungswerte senken kann einfach Flammenwurf der kann ich missen auf Zaplarang das passt erstmal so die Phantomkraft prockt zuerst okay die trifft Fuegro das ist sehr gut für uns dann kommt Lariat äh Lariat und Zaplarang ist down gut die Anfangsbeiden sind schon mal weg jetzt steht Moruda alleine da und ist sehr langsam das ist sehr schön wir sind eigentlich gut positioniert jetzt Mogelbaum ja dann war Herzmärch Digga alles klar wir gehen mit die Big D in Viola und Kumuo macht würde ich sagen Flammenwurf auf Moruda also schwer das hier ohne Verluste zu halten das Game Phantomkraft kommt wieder random okay da ist der Head Smash der misst Viola okay das ist relativ egal tatsächlich jetzt kommt Phantomkraft wieder potenziell gegen Viola was mich wieder sehr effektiv treffen würde das ist halt das Bittere ich mache jetzt hier ein riskantes Play wir machen Ramboss auf Mogelbaum und Nassschweif auf Mogelbaum ich will Mogelbaum diese Runde weg haben diese Random Head Smashes von der Random KI nicht gut muss weg Problem ist dass mich jetzt Random das hittet lebe okay Ramboss und weg ne stark okay wieder einer weg wir arbeiten uns durch jetzt kann ich mit Luki Moruda töten Simsalah ich kann mit Luki Moruda nicht töten cool und wir müssen eigentlich sofort in Big D eigentlich hat Big D jetzt sehr wenig zu befürchten Big D ist safe okay das ist schön Seah kommt mhm Phantomkraft kommt Pinsterfaust im Salatot tschüss geh nach Hause ach guck mal der steht jetzt alleine da ja wunderbar dann wechsle ich jetzt in was rein was durch Phantomkraft nicht sterben kann also nicht Viola sondern mhm eventuell Zvugo und Fuegro spielt jetzt einfach Feuerschläge bis Moruda treffbar wird aber dort spiele ich hier Moruda mit Fuegro ne nice dann stirbt er schon diese Runde Junge der Damage okay letztes Pokémon kann ich hier alle am Leben erhalten Tortunator okay das ist nervig glaube ich okay zuallererst muss ich den Seah absorbieren wir gehen jetzt rüber auf Viola die ist schön tanky und Fuegro darf nicht physisch angreifen basically darf er gar nicht angreifen Waters für den Moment Double Switch er nützt natürlich die Zeit und macht sofort Dragon Pulse Aua Plus Seah Damage Aua so die Idee ist jetzt wir drücken Erdbeben ich muss und Waters wechselt in Melissa er macht natürlich die Panzerfalle ja moin okay bitte stirb nee okay Viola ist gestorben das ist in Ordnung wir können sie 1 zu 1 ersetzen ist in Ordnung wir spielen einfach die Sandburg selbes Taiping kein Verlust er legt die Panzerfalle wieder und wir gewinnen Alter da musste ich gefühlt ein Magier sein um nicht zu sterben mit einem halben Team oder so was war das für ein Fight ich bin hier wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen Doppelkämpfe sind immer gruselig und wenn die Gegner halt so spät im Spiel mit Zapterang und Dragoran liegen mit auch noch guten Movesets wird es halt wirklich unangenehm es ist aber leider zumindest ein Tod passiert und zwar wurde Gorgantis weggekrittet mein mächtiger Geist der ja bei der Liga schon einige Male die Rettung war ich habe aber tatsächlich gute Neuigkeiten ich hatte bereits früher im Run eine Alternative zu Gorgantis gefunden und zwar Kolossant ein weiteres Bodengeist Pokémon mit dem exakt selben Taiping ich muss zwar gestehen dass ich Gorgantis ein bisschen lieber spiele aber die beiden Pokémon nehmen sich halt nicht so viel und deswegen hatte ich gar nicht mal so viel verloren an dem Punkt ja und dann ging es weiter zum nächsten Bosskampf das war allerdings nur das Rematch gegen Dexio was nicht wirklich schwierig war weil er keine guten Pokémon bekam und das obwohl er sogar 5 Pokémon hatte und eins davon war Mega entwickelt aber da konnte mir nichts entgegensetzen und sein Mega war in dem Fall nur Mega Hundemon wir kommen jetzt also endlich zur Rainbow Rocket Episode aber was ist das eigentlich genau ich will mal kurz erklären es gibt ein wirklich cooles Postgame bei Pokémon Ultra Sonne was komplett eskaliert und zwar wird dort die Ether Foundation eingenommen von Team Rainbow Rocket geleitet von Giovanni und Team Rainbow Rocket ist praktisch ein Zusammenschluss der bösen Teams in einer alternativen Timeline wo sie halt gewonnen haben ich rede also von den Anführern aller bösen Teams die man als Bossgegner besiegen muss und das ist wirklich ziemlich Hype und die haben sogar im Base Game jeweils ihr Cover League um halt wirklich wirklich stark zu sein ja und im Randomizer können die halt alles kriegen um theoretisch komplett zu eskalieren es ist auch hier wieder alles möglich gewesen und ganz am Ende wartet dann natürlich Giovanni als finaler Boss von dem Ganzen ich muss schon sagen der Anfang der Rainbow Rocket Episode lief noch verdammt gut ich musste zunächst mal einen Doppelkampf gewinnen zusammen mit Lily gegen einige Angestellte von der Ether Foundation aber das lief ziemlich rund weil Lily hier ein gutes Pokémon hatte und die Gegner haben nur Loser bekommen man muss aber dort sehr vorsichtig sein weil Lily hat tatsächlich hier nur ein Pokémon und deswegen kann das manchmal ziemlich unfair sein wenn man den Aslock spielt dann ging es aber los mit den richtigen Anführern von den bösen Teams und dort hatte ich auch erstmal einen guten Start ich wollte zunächst mal gegen Adrian kämpfen und die Anführer haben immer jeweils 5 Pokémon aber Adrian von Team Aqua hatte nur Impergator Piondragi Galoppa Froyal und Wummer und es war jetzt kein furchtbares Team aber auch kein wirklich gefährliches und dann bin ich weitergegangen zum Markt von Team Magma um den auch aufzuhalten und der war sogar noch schwächer denn der hat Viskugon bekommen Froyal Elevoltec Kleopada und Kugmada also wirklich stellenweise furchtbare Pokémon die ich auch noch prima outen konnte durch mein sehr starkes Team Wo es aber dann plötzlich deutlich härter wurde war beim Kampf gegen Zyrus von Team Galactic also dem Bösewicht von Gen 4 Ich muss aber hier noch eine Sache dazu erwähnen und zwar hatte ich ein bisschen was in meinem Team verändert denn Grandiras war zwar nicht gestorben ich wollte es aber nicht mehr spielen es war einfach bei der Rambo Rocket Episode immer das schwächste Glied im Team gewesen und auch bei der Liga jetzt nicht unbedingt am wichtigsten und ich hab mich dann dazu entschieden stattdessen mit Alola Raichu zu lieben was ich früher im Run gefunden hatte und schon ein bisschen gespielt hatte und damit bin ich dann gegen Zyrus angetreten Team Galactic Zyrus ist der nächste Papunga irgendwie ist es verflucht ich krieg keinen perfekten Lied hin naja aber Papunga sieht auf jeden Fall nicht so gefährlich aus es kommt wahrscheinlich U-Turn ehrlich gesagt wegen der Melissa resisten den U-Turn und U-Turn selbst raus beim nächsten Pokémon einfach High Competitive Gameplay auf einmal trifft Zeppeli ein Geist Phantom Force Explosion Baiten Pass Amnesie ich hab hier ne nice Idee es kommt wahrscheinlich Phantom Force wir machen jetzt Matschbombe er triggert die Phantom Force dann fliegen wir hoch er trifft der Phantom Force wir treffen ihn und wenn er sich einfach sprengt dann sollten wir das auch überleben Amnesie ok jetzt macht die Matschbombe nicht mehr so viel aber wir bleiben bei dem Plan ich hoffe der sprengt mich nicht zu Tode aber ich glaube es geht nicht er staffettet die Amnesie ja gut aber das ist nur Defense wert Amnesie of Guardivior ok Huhnblast Sword Power Dream Eater und Hypnose Frage ist jetzt ob ich Matschbombe drücke oder fliegen fliegen würde wohl mehr machen Matschbombe könnte vergiften wenn Matschbombe krittet hat Guardivior ein Problem ich seh mich glaube ich eher in der Matschbombe to be honest er ist ok er schaden Hypnose trifft leider das ist extrem bitter jetzt kommt Dream Eater das Gute ist auf Dream Eater kann ich Save Info Ego gehen und dann physisch mit Dark Lariat oder Flammenblitze angreifen ganz genau ich glaube das ist der Moment auf den Big D gewartet hat hier kommt der Flammenblitz jetzt mal zum Einsatz alter Hypnose trifft wieder jetzt wird es echt unfair ok ich mache hier jetzt ein Play es kommt Mondgewalt wir gehen in Melissa für den Resist Mondgewalt kommt und es macht nicht viel Schaden jetzt kommt Traumfresser wir können jetzt Safe in Primarine wechseln wir wechseln jetzt in Spugo weil Traumfresser kommt und können dann Spukball spammen und haben den Vorteil dass wir Maronbeere tragen wir können nicht einschlafen zumindest einmal nicht und er könnte jetzt Runden wasten mit Hypnose oder er spammt einfach weiter Mondgewalt was natürlich wehtun würde alter der trifft alle Hypnosen ist es lächerlich ok ich brauche jetzt einen Crit der wäre so wichtig ok Spezialverteidigung sinkt ist schon mal cool oh Gott ich habe eine Idee die KI wird immer Hypnose drücken und gegen Melissa wird sie immer Traumfresser drücken ich kann die XP leerstollen und wenn wir doch merken er macht manchmal Mondgewalt wild auf Spugo dann nimmt halt Melissa einmal Chip Damage das ist ok das ist das Worst Case Szenario unsere Challenge zerfällt sonst ok wir werden Gardevior jetzt ein bisschen ausdauern ich kann Gardevior zum Glück austricksen hoffentlich ich denke ja es kommt ja immer Hypnose das heißt wir können immer in X-Bard gehen und dann kommt immer Traumfresser also wir können immer in Spugo gehen stimmt das Hypnose 4 ist raus Traumfresser 3 ist raus so das war jetzt der 17. AP von Gardevior Gardevior hat jetzt noch 3 mal Hypnose die muss ich loswerden es kommt jetzt allerdings dort Power und nicht mehr Traumfresser weil Traumfresser leer ist wir wechseln jetzt immer in Vertlor denn Vertlor hat die Psychoresistenz die 2-Go nicht hat und auf Vertlor müsste Hypnose auch immer kommen ja er macht Stort Power wie ich mir dachte 60 Base Power ist nichts Hypnose ist so broken hier gerade ok jetzt beginnt es ekelhaft zu werden sie macht jetzt irgendwas Plan B ist im Vertlor zu gehen immer wieder Kraftvorrat zu tanken und mit Volt Switch rauszugehen das Problem ist X-Watt wird daran zugrunde gehen irgendwann jetzt fängt er an Mondgewalt random einzusetzen na toll Paralyse ich weiß nicht wie sinnvoll Paralyse ist Paralyse klingt erstmal nice das Problem ist wenn dann irgendwann wenn ich ihn nicht vernünftig kille und es kommt Trank ist die Paralyse wieder weg ich mach den Wangengrubbler ok das Problem ist jetzt wenn er jetzt einen Trank zündet haben wir ein riesiges gigantisches super Problem ich geh ins Wogum Worst Case Szenario ok er hat noch dreimal Hypnose ja noch zweimal Hypnose ok folgender Plan wir machen jetzt das Opfer von Bertlor um ins Wugo zu gehen dann kommt die 19. Hypnose wir gehen in Wodas wachen auf save falls er trifft mit der Hypnose dann greifen wir mit Siedewasser an absorbieren die 20. Hypnose hoffentlich und dann sind wir weiter nicht gut Rechu ist tot Hypnose 19 auf Wodas ok die hat er gemisst Siedewasser ok Hypnose ist leer kein Burn natürlich nicht ich dachte kontinuierlicher Schaden wäre schön aber nicht für mich das schöne ist wir haben jetzt Erholung Maronbeere noch und können ein bisschen drin bleiben Mondgewalt ich werde in diesem Leben niemals einen Burn sehen ich weiß ich jetzt schon Erholung Maronbeere ab jetzt sollten wir ernsthaft consider mit Gigadrain gegen zu heilen ich habe nie einen Crit bekommen das ist das Problem er geht raus oh er hat seinen Buff er hat seinen Buff jetzt random verloren ah ok wegen dem Quadruple Resist von Papunga auf ok macht Sinn relativ viel Sinn es kommt vermutlich Bounce Spam das heißt wir haben die Chance dass Melissa aufwachen könnte wenn er jetzt U-turnt in ein Out wieder dann wird es wieder disgusting lol es ist so merkwürdig dieser Kampf Durenguard ich bin gefühlt seit einer Stunde in diesem Kampf Digga der müsste hier Schwertanz und Aerial Ace haben sowie Sanktoklingeln und Königsschild wir wissen nicht was er Turn 1 einsetzen würde ich kann ihm aber auf jeden Fall keine Zeit lassen zu setupen wir gehen in Dominic und spam Erdkräfte und beten dass wir das überleben er geht offensiv hier in den Aerial Ace das ist wahrscheinlich das Beste für uns ehrlich gesagt weil das würde ich keinen Damage machen so aber ich kann nicht riskieren dass er jetzt offensiv dasteht und einfach Sword Dance drückt also muss ich auf Erdkräfte gehen leider ja ganz genau weil die KI nämlich irgendeinen Scheiß macht mit Durenguard Dankeschön weg damit so Nächster kommt jetzt trifft Zeppeli zurück Rabigator kommt rein okay ich bin gerade gefühlt 20 Minuten alles durchgegangen was möglich ist ich habe keine Möglichkeit den Safe zu besiegen wir müssen mit der Sandburg drin bleiben und jetzt mit Gigadrain ernsthaften Damage machen sonst habe ich ein Problem da ist der Schmarotze ich habe keinen guten Angriffswert boah macht der wenig okay nice okay gegen zu healen lohnt sich aber nicht mit Sandsammler oder so wir machen weiter er misplayt den Sandsturm lol das ist so gut der hilft mir extrem damit habe ich jetzt ein Full Heal jede Runde mit Sandsammler wenn ich möchte bleiben noch drei Pokémon übrig wir stehen im Sandsturm das kommt jetzt rein trifft Zeppeli kommt wieder rein weil er mich sehr effektiv angreifen möchte ergibt Sinn okay folgendes Play es kommt Phantom Force oder es kommt Amnesia eins von beiden wir machen Sandsammler er macht direkt Stafette das ergibt keinerlei Sinn okay in wen in Papunga hä warum du hast doch gar keinen Buff okay es wird Gigadrain kommen wir gehen in Melissa jetzt kann ich versuchen aufzuwachen mit Roost Spam wenn Melissa daran verreckt wer Ultrasert jetzt keine Chance Fliegen hittet zack und raus da waren es noch zwei wir kommen zurück wir gehen in Dominic er kann jetzt keinen guten Move machen perfekt hier lesen wir ein Buch er hat die Kill Range gesehen es war ziemlich wahrscheinlich er hat nichts mehr maximal Mondgewalt aber das hätte nicht gereicht das war's wir gewinnen mit einem Verlust mit einem Verlust und es war das opferbare Pokemon hier hat man mal wieder sehr gut sehen können wie unfair Schlaf eigentlich ist das Gardevior ist wirklich komplett eskaliert und ich habe es nur sehr schwer in den Griff bekommen können das war wirklich unglaublich gefährlich ich habe es aber irgendwie ausdollen können um mein Massensterben zu verhindern aber ein Pokemon konnte Zyrus besiegen und das war Alula Raichu aber wie gesagt das war ja sowieso neu im Team und ich war mir eh nicht ganz sicher ob ich das permanent spielen möchte und in dem Fall wurde mir dann die Entscheidung abgenommen und als nächstes musste ich dann gegen Flordelis antreten von Team Flare also aus der sechsten Generation da geht's es aus Gen 5 erst später kommt und Flordelis ist besonders gemein weil der ein garantiertes Mega spielt da die ja aus seiner Gen kommen und das wurde halt nicht wie die Legis von den Teambossen einfach so wegrandomized vom Randomizer es blieb safe ein Mega und ich bin da gegen Flordelis angetreten mit Donarion als Lead ein Elektro Käfer Pokemon mit sehr gutem Spez Attack aber auch schlecht erinnert was ich bereits relativ früh im Run gefunden hatte Flordelis der nächste Boss von Rainbow Rocket der letzte war ja richtig angenehm Mega Glurak das Gute ist Glurak hat tatsächlich Erdbebenschwäche und das haben wir mittlerweile auf Big D wir hatten eben bei einem Rüpel ein Glurak das war aber normales da konnte ich mit Erdbeben nicht angreifen da war das Wallen ein bisschen wackelig hier sollte es jetzt besser laufen Inferno Mist sogar wunderbar Erdbeben nochmal kein Crit gut Citrobeere bringt uns wieder auf einen akzeptablen Kp-Wert und der ist schon mal gebannt was haben wir noch Brana Wards ok das ist ein angenehmer Gegner dagegen haben wir Kapaloris es besteht die gewisse Chance dass wir hier in Drain Punch rein wechseln aber vermutlich in Hydro vermutlich in Hydro ja sehr gut warte willst du mich verarschen jetzt wow das war kein Focus Sesh übrigens komm jetzt wenigstens die Top Genesung wenn du schon so betrügst ok es ist so Scam jetzt haben wir sinnlos Chip Damage einfach gefressen was solls Rex Bizarre kommt rein Mega Rex Bizarre kommt rein hallo Hagel Alarm Rex Bizarre ist eine blöde Situation der outet immer sehr viel und wir können nicht hart in Big D gehen und einfach beten dass wir One-Shotten das wäre ich glaube das wäre dumm ich bin bereit Dominic zu opfern ehrlich gesagt wir haben jetzt öfter den Lead gewechselt ich kann es nochmal tun wir haben noch Backups jetzt kommt der Holzhammer gut wow macht der Schaden ich würde sagen dass wir hier versuchen sollten zu Outspeeden wie gesagt ich bin Opfer bereit alter wir Outspeeden nicht mal was kannst du denn Donarion verrecke einfach ganz ehrlich es reicht mir jetzt mit Donarion es ist so ein Schmutz Pokémon gewesen im gesamten Scheiß Run es hat nichts gerissen mit dem Minus-Bets-Attack-Wesen und jetzt ist es verdient gestorben so jetzt kann Big D nämlich Safe rein wechseln und wir sind relativ zufrieden wir sollten hier den Flammenblitz drücken für den maximalen Damage damit er auch wirklich tot ist eine Branava-Situation kann ich jetzt nicht nochmal gebrauchen ich hoffe der Recoil ist okay ja es ist in Ordnung er ist nicht schön aber das passt Pantagro ist wieder da okay es kommt jetzt eine Kampfattacke wir gehen in Dominic sind immun dann kommt Abgangstirade wir predikten die Abgangstirade und machen Spukball der hätte tatsächlich eine Fähigkeit haben können wo er Geister trifft aber selbst das wäre nicht so tragisch gewesen wir haben nämlich jetzt eine sehr coole Möglichkeit wir können jetzt mit Spukball nach Parting Shot was er nach dem Verhöhner eigentlich machen sollte gratis sein nächstes Pokémon treffen und das kann extrem wertvoll sein ja decrease decrease denn das ist ein mega Galagladi bam guter Bonusschaden die Sache ist es gibt extrem viele Psychomegas deswegen dachte ich mir Spukball auch unbekannt klingt nice okay tatsächlich hat er gar nichts ja umso besser dann sweepen wir jetzt einfach alter der hatte drei Mega Pokémon drei Mega Pokémon einfach was soll das aber das ist entschieden Flordelis ist tot wir haben ein Pokémon verloren wieder aber das ist in Ordnung ja der kann jetzt wie ein Vollidiot Abgangstirade spammen aber das ist gelaufen das haben wir schon witzig wie ausgerechnet Flordelis einfach drei verschiedene Mega Pokémon hatte wo doch in seiner Generation die Megas rausgekommen sind wie gesagt eins davon war garantiert aber drei Stück definitiv nicht ja aber ihr habt schon gesehen ich war kein wirklich großer Freund von meinem Donarion gewesen weil es bereits vorher im Run mich einige Male enttäuscht hatte deswegen hatte ich es auch nicht mit in die Liga genommen ja und es hatte minus Bats Attack gewesen und wirklich gar keine Init und dass es hier dann gestorben ist hat mich nicht wirklich überrascht bevor es aber dann endlich zu Giovanni ging muss ich halt auch noch gegen Gezis gewinnen aus Gen 5 also der Anführer von Team Plasma aber das war der leichteste Kampf von allen mit Abstand ich hatte Aerodactyl als Lead genommen für diesen Fight also ich habe wieder mein Team ein wenig verändert weil Donarion gestorben war aber das Team von Gezis war wirklich furchtbar der hat Schlappor gespielt X-Bart das war ganz nett aber dann auch noch Libiskus Granbull und Chillabelle das war wirklich ein grauenvolles Team und dementsprechend habe ich den komplett zerstören können wir kommen jetzt also doch schon zu Giovanni und das war wie gesagt der Anführer von Rainbow Rocket und er hatte dann wieder 5 Pokémon und wieder ein garantiertes Mega also der war ungefähr so gemein aufgestellt wie Flor Delis ich muss aber hier dazu erwähnen nach Rainbow Rocket ist es immer noch nicht zu Ende es gibt dann noch 2 Boss Battles die ich auch machen wollte und erst dann würde Ultrasonne endlich als geschafft zählen aber ich wollte jetzt erstmal Giovanni besiegen um endlich Rainbow Rocket abzuschließen Bosskampf gegen Giovanni 5 gegen 6 wir sind in der Überzahl er hat Save 1 Mega wenn wir das schaffen ist Rainbow Rocket abgeschlossen aber Gen 7 immer noch nicht Meluetta und direkt ein Legi ins Gesicht aber eins der etwas faireren würde ich sagen Hyper Voice Psychic Wake Up Slap U-Turn warum immer U-Turn wir wiederholen die Strat aus der Liga würde ich sagen mit dem Immunitäten Team ist das halt manchmal die Meta es kommt Psychic wir gehen in Big D 1 AP weg wir gehen in Dominic predikten Schallwelle und es funktioniert was extrem huge ist weil damit haben wir beim Finale von Rainbow Rocket schon mal ein Legi geoutet ist das nicht schön jetzt macht der Random Weckruf es ergibt keinen Sinn dass er hier Weckruf macht Schallwelle sollte deutlich besser sein jetzt macht der Random U-Turn ist in Ordnung wir können das Spiel gleich weiter treiben jetzt kommt erstmal ein neuer Gegner Erokex Erokex macht nichts gegen meinen Geist außer Head Smash was aber ihm nicht wirklich hilft also ist das ok alles unter Kontrolle soweit da ist der Kopfstoß ja das war zu erwarten das würde auch ein bisschen wehtun aber nicht viel ich gigadrain hier einfach gegen das ist relativ egal er hat 5 mal Kopfstoß so das wäre die Heal Range jetzt bin ich gespannt ob er Heal Range macht wir machen auf jeden Fall Sand Sammler sehr schön Trank raus wunderbar es läuft ziemlich nice das interessante ist jetzt er hat nur noch einen Kopfstoß danach wird er vielleicht wechseln oder für den Selbstmord drin bleiben das sind die beiden Möglichkeiten es kommt sehr Piroyal rein oh ok das sieht sehr gut aus für X-Part es kommt Leafstorm das ist klar wir gehen in Melissa mal gucken ob er die Fähigkeit hat naja hallo hallo liebe Fähigkeit machen wir Matschbombe oder fliegen ist die Frage da fliegen missen kann machen wir hier Matschbombe ich kann mir keinen Miss leisten es kommt wieder Blättersturm er wird greedy das ist vollkommen ok alles unter Kontrolle Gott sei Dank mit einem anderen Team werden wir jetzt gefühlt Game Over raus mit dir sehr sehr gruseliges Pokémon Meloetta ist zurück wunderbar jetzt müsste der 6. sein wieder hin und her jetzt er sich wieder irgendwann für U-Turn entscheidet das wird jetzt immer so weitergehen das Spiel ok da ist U-Turn schade zweimal hat er noch Psychic Jan Mega kommt rein wir gehen definitiv in Aerodactyl gut dass es dabei ist es kommt Käfer gebrommen alter ist das Damage was ist das denn er hat keinen Speed Boost mir ist das jetzt nicht dankeschön weg mit dir noch einer tot Iruk Hex ist wieder da wir machen Erdkräfte oder geht er in sein Mega ne er geht in Meloetta das dachte ich mir das war ein bisschen Schaden Spammer Psychic hat sie noch er dürfte keine Psychics mehr haben jetzt das heißt er hat gegen mich nur U-Turn und ich treffe mit Spukball das Mega Save was extrem gut ist weil es gibt extrem viele gefährliche Psychomegas und wenn er in Iruk Hex geht hat es nichts gegen mich er geht wieder in Iruk Hex ok er hat nichts gegen mich ich versuche jetzt möglichst schwach anzugreifen vielleicht nimmt er noch einen Trank oder so lol komm jetzt ins Mega er geht ins Mega aber leider ist es kein Psycho Pokémon es ist Xerox das nimmt auch guten Schaden würde ich sagen er will uns mit Iron Head und Sword Dance beenden Junge wir sollten tatsächlich drin bleiben hier es kommt Sword Dance wir gehen in Erdkräfte da ist der Iron Head es kommt kein Sword Dance erstmal ok damit ist er jetzt in einem sehr kritischen Bereich warte mal ich habe gerade einen extrem cleveren Gedanken ich gehe jetzt in Big D es deckt alle Möglichkeiten ab und plötzlich stehe ich in Big D bin überhaupt nicht vorgeschwächt und er hat noch nicht mal S-D 140 er macht den Sword Dance ich dachte es mir sehr schön und raus tschüss im allerschlimmsten Fall hätte er erst sie gedrückt und dann hätte ich Aerodactyl geopfert spiele ich halt beim nächsten Mal wieder einen anderen Lead und gefinisht mit X-Bad oder so ich liebe es wie diese kleine Schaufel auf der Spitze von der Sandburg sich dreht das ist ein süßes Detail ja und das ist kack Meluetta kann jetzt bestenfalls U-Turn gegen mich spammen für 2kp Damage und das ist alles was es kann der Kampf ist gelaufen Rainbow Rocket ist gestoppt ok ich denke das war gut gespielt auch Giovanni hatte es wirklich in sich erst Sepi Royale mit Umkehrung also die versteckte Fähigkeit um immer und immer stärker zu werden mit Blättersturmen das ist schon eine ziemlich tödliche Kombination und dann auch noch Mega-Sherox als garantiertes Mega mit halt Schwerttanze-Moveset ich habe aber alles von Giovanni einfach ohne Tode umspielen können und hatte an dem Punkt dann endlich Rainbow Rocket aufgehalten aber wie gesagt Leute das Spiel war dann immer noch nicht zu Ende denn wenn man ganz am Ende Richtung Kampfbaum geht also das Duellturm Äquivalent von Gen 7 dann kann man auch noch gegen Trainer Blau und gegen Trainer Rot antreten und normalerweise muss man sich da entscheiden gegen wen man antreten möchte man kann nicht beide bekämpfen wenn man aber vorher abspeichern sollte kann man durchaus beide ausprobieren und ich dachte mir wir besiegen einfach beide um es noch schwieriger zu machen Trainer Blau war aber in dem Fall ziemlich leicht im Blendemizer denn er hatte zwar 6 Pokémon aber das waren in dem Fall einfach nur Unratytox, Aerodactyl, Tropius, Dumiesel, Florgis und Vespret an sich kein grauenvolles Team aber größtenteils sehr gut besiegbar ich wollte aber dann wie gesagt auch noch gegen Trainer Rot antreten in einem letzten 6 gegen 6 in Ultrasonne um das Spiel hier endlich abzuschließen Gen 7 war schon wirklich insgesamt unfassbar lang und unfassbar tödlich gewesen aber es war immer noch nicht zu Ende die letzte Hürde vor Pokémon Let's Go Pikachu Trainer Rot im 6 gegen 6 Snobili Cat ist das 74er Ace das ist schon mal gut für uns es ist allerdings kein normales Snobili Cat es ist das Alola ok Snobili Cat hat hauptsächlich Undicht Attacken wir gehen ins Vugo für Mondgewalt Mondgewalt wir halten die Maronbeere hier nochmal und werden sofort mit dem Crit bestraft toll das soll's zumindest ein Kill und wir haben schon mal das 74er Ace weg wir sind nun in der Überzahl Kabale das musste ja passieren der hat Flareblitz und Solarbeam ja da kommt jetzt wahrscheinlich Solarbeam ne ich denke Solgaleo wird hier eher für den Solarstrahl gehen es gibt die kleine Chance dass er Flareblitz drückt bitte ja ok sehr gut das war sehr strong das Play es war mutig aber es wird extrem belohnt damit geht's meinem Team prima actually die Sache ist Vuegro sollte lieber jetzt eingewechselt werden weil X-Bad würde zwar jetzt weniger nehmen aber dann kommt Sailflareblitz und dann nimmt Vuegro wieder mehr also ist jetzt wohl der beste Zeitpunkt also wenn der der Match macht das wäre schon lächerlich ja ok gut wir machen einfach Feuerschlag drauf und ich hoffe dass irgendwie Damage stickt jetzt kommt Kampfgebrüll ok da werde ich geschwächt puh das ist jetzt echt nicht so viel aber man nimmt was man kriegen kann Kampfgebrüll nutzt doch Dark Lariat es wäre minimal stärker aber wir könnten Burn kriegen ich mache immer noch soliden Damage wir wissen halt nicht ob Trainer Rot Random jetzt doch wieder Tränke hat Blau hatte keine wir machen jetzt Dark Lariat weil jetzt bringt der Burn eh nicht mehr viel Flammenblitz wie viel macht der nix ok sehr schön ja wir haben den eigentlich in der Tasche komm gibs auf dein Kavalegi er hat keinen Trank nice sehr gut dann hau mich in die Beere am besten der mit Psycho-Stahl-Coverage wäre ein ganz anderer Gegner geworden wobei actually nein irgendwo hätte ihn trotzdem gewollt wenn ich drüber nachdenke lol ach komm Junge kein Run ohne wo ihn genau es ist immer Teil des Runs ist in Ordnung ist das jetzt das Ende von Big D ich habe keinen speziellen Move leider sonst wäre ich tatsächlich immun gegen Spiegel Cape und es wäre alles cool ich fühle mich besser in Dark Lariat kann man einfach Spiegel Cape jetzt oder Turn 1 schon Abgangsbund Greedy Bodyguard sehr gut provoziere dass dann einfach nur Abgangsbund Spam kommt gleich wenn ich ihn noch weiter schwäche und es dann nee wir haben jetzt gerade die Chance ihn tot zu kritten nehmen wir die da ist die Konter ja tschüss Big D war schön mit dir du hast einen guten Job gemacht wenn wir jetzt nicht clean killen haben wir ein riesiges Problem wenn der Dominic mit in den Abgangsbund zieht dann sterben hier zwei Pokémon und er hat noch drei ok Zvugo macht hier am meisten mit Spukball er ist mein bester Move ich habe alles durchgegangen wehe du killst nicht wehe du killst nicht gilt wunderschön ok Nominion ja genau solche Gegner genau solche Gegner wollen wir haben wir werden hier einfach neutral mit Mondgewalt rein spammen die Chance besteht dass er raus ah ok die Chance hätte bestanden dass er raus geht mit U-Turn und ich Mondgewalt gegen Unbekannt abfeuert das wäre ziemlich gut gewesen wir bleiben trotzdem bei dem Play ich hoffe dass ich nicht paradisiert werde oh der Mist sogar nice das ist gut jetzt könnte es sein dass Nominion Angst bekommt und raus geht geh raus bitte keine Para ok gut Zvugo geht es immer noch prima wir killen wieder einen Schritt näher Prost Deje Destiny Bond er zieht mich mit er macht den Digga dann ist letzten Pokémon irgendein Legi ich kann nichts gegen dem sein Destiny Bond machen wenn er den jetzt macht dann wird Zvugo mitgezogen Spukball ok er macht keinen Destiny Bond er macht Spukball das ist ziemlich erbärmlich gegen mich also bevor ich jetzt Primarine wegschmeiße versuche ich den zu stallen jetzt kommt Hail ok Abgangsbund 1 ok ja sehr schön er hat 5 Stück ich glaube ich kann Primarine halten Problem ist wir werden jetzt halt extrem angechippt aber das kann ich nicht vermeiden weil Big D halt schon weg ist ist ok Prost Deje down letztes Pokémon in Pokémon Ultrasonne ist ohne Hagel Ramoth er kämpft bis zum letzten Mann Bugbuzz Heatwave Silverwind Whirlwind er kann Omnibusten wir opfern uns hier definitiv rein in Siedewasser damit er gar nicht anfängt zu Omnibusten mit irgendwas mit Silberwind wir leben sogar nochmal Siedewasser ist gratis killen leider nicht Spugo lebt noch Melissa gelesen wir ein Buch Tschüss das war's Jugo lebt wir gehen mit 47 Toten in Let's Go rein und haben Ultrasonne im zweiten Versuch abgeschlossen im vierten Versuch der Genlock Trainer Rot hat ihr nochmal alles gegeben um es mir nicht zu leicht zu machen er hat einfach im letzten Kampf von Ultrasonne noch das Kavaligi von Pokémon Sonne also Solgaleo rausgeholt und dann auch noch Pokémon gespielt wie halt wohin genau um was in den Tod zu ziehen und auch noch Ramoth der hat wirklich ernst gespielt aber auch den konnte ich besiegen leider ist aber tatsächlich hier noch für Egro gestorben als letzter Tod von Pokémon Ultrasonne als Tod Nummer 47 aber an der Stelle war mir wirklich alles egal ich wollte Ultrasonne einfach nur hinter mir haben das Spiel war die Hölle gewesen aber ich war durchgekommen und damit können wir jetzt festhalten ich habe im vierten Versuch der Genlock Pokémon Ultrasonne abschließen können mit 47 Toten insgesamt und das war eine unglaubliche Bilanz der vierte Versuch lief unfassbar gut und auch Gen 7 war ziemlich clean ja natürlich waren einige Pokémon gestorben die Spiele sind natürlich nicht einfach gewesen aber ich hatte es zumindest geschafft einen neuen Highscore aufzustellen und damit ging es jetzt zum ersten Spiel auf der Nintendo Switch und zwar Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Pikachu war schon ein wirklich merkwürdiges Spiel denn man muss das Ganze hier halt erstmal richtig einordnen ihr müsst bedenken dass die Genlock bis zu diesem Zeitpunkt hier einfach immer und immer schwieriger geworden war denn es kam halt immer mehr Pokémon im Pokédex dazu der Powercreep wurde immer schlimmer es gab immer krassere Überlegis und Megas und Ultrabästien und sonst was aber in Let's Go Pikachu existiert das alles nicht mehr es ist ein Remake von der ersten Generation nur mit den ersten 151 Pokémon und Melmetal das war's quasi und dementsprechend wusste ich halt dass das eine der wenigen Phasen in der Genlock werden könnte wo es mal leichter wird aber geschenkt war es halt trotzdem nicht so ganz und hier kommen wir jetzt zu den Regeln Das Erste was ich definitiv nicht nutzen durfte neben den ganzen verbotenen Pokémon die ja bereits in der gesamten Genlock verboten waren war tatsächlich die Zuneigungsmechanik und das ist ziemlich entscheidend Es gibt bei einigen modernen Pokémon spielen die Mechanik dass ein Pokémon was einen besonders mag einfach random Attacken überleben kann oder beispielsweise sich Gift teilen kann oder etliche andere Dinge tun kann Das ist komplett Gamebreaking und die schlechteste und dümmste Mechanik die Gamefreak jemals entwickelt hat Was ich mir aber natürlich auch verboten habe waren diese heftigen Doping Items für die Pokémon damit man die pushen kann Ihr wisst ja bescheid Pokémon Let's Go Pikachu ist angelehnt an die Handy App Let's Go und da kann man halt Pokémon auch über Items extrem boosten und davon wollte ich Abstand nehmen Ich wollte keine heftigen Überwerte haben während die KI nicht mithalten kann Das wäre natürlich unfair gewesen Und um das Ganze noch interessanter zu machen habe ich bei den Gegner auch enabled dass sie mal wieder Megas haben können Denn ja es wurden natürlich unglaublich viele Pokémon hier gestrichen da es halt nur die Kante Pokémon gibt in Let's Go aber die Mega Formen von den Kante Pokémon die sind zumindest einprogrammiert gewesen und die konnten dann bei Und auch bei Let's Go Pikachu gab es natürlich mal wieder ne Starter Wahl Allerdings hatte ich auch hier mal wieder nicht wirklich ne Wahl da es halt nur einen Starter gab und das wäre normalerweise Pikachu Ich habe aber in dem Fall ein gutes Pokémon bekommen trotzdem und das war Amoroso Und das ist halt durchaus ein gutes pulkiges Wasser Pokémon das ich schon einige Male bei der Genlock gespielt hatte mit guter physischer Verteidigung aber nicht so viel Spadstaff aber dennoch ein guter Anfang Und nachdem ich dann ein weiteres Mal meinen Rivalen besiegt hatte der dieses Mal ein Kickley hatte was krass gemisplayed hat durfte ich vier weitere Pokémon einfangen um mich auf die erste Arena mal wieder vorzubereiten also die von Rocko Ich sollte aber auch noch kurz was erklären zu den Encountern und zwar kann man ja in Pokémon Let's Go nicht einfach so im hohen Gras Encountern die Pokémon laufen auf der Overworld rum und wir haben es bei dem Run hier so gemacht dass ich immer das erste Pokémon fangen musste was in mein Bildschirm reingeploppt ist Das kann jederzeit passieren und da musste ich das erst beste fangen Ich hatte jetzt allerdings für dieses Video das Problem dass die Encounter Laufwege sehr hässlich waren und deswegen habe ich später noch mal Laufwege gefilmt wo ich halt bei den Routen rumlaufe im hohen Gras und das waren nicht die originalen Laufwege Es habe ich im Nachhinein aufgenommen damit das Video halt ein bisschen hübscher wird Und ich habe dann Yugong bekommen Enteron Nebulak und Safcon Keine wirklich heftige Ausbeute aber auch keine schreckliche Yugong war ein relativ gutes Wasser Eis Pokémon was natürlich nicht so stark ist wie Labras beispielsweise aber solide war es trotzdem und Nebulak hat mich hier besonders gefreut denn ich konnte zwar dadurch kein Gengar mehr haben da sich das durch Tausch entwickelt aber Alpollo ist halt bereits ziemlich spielstark und damit war ich vollkommen zufrieden und die anderen beiden Pokémon waren für den Anfang vollkommen okay und dann hatte ich sogar endlich mal wieder Glück mit nem ersten Orden denn ich bin dann gegen Rocko angetreten und er hatte nur Kabuto und Mankey zwei kleine Basis Pokémon die nicht mal Wasser resistieren konnten das war ein ziemlich guter Start und danach konnte ich dann sogar noch zwei weitere Pokémon einfangen auf dem Weg zum Mondberg und das waren dann Ratical und Parasek nicht unbedingt die besten Pokémon mal wieder aber Ratical ist zu Beginn des Runs eigentlich ganz gut da es sehr früh Hyper zahlen lernt und eine recht gute Inlet hat damit konnte ich schon ganz gut arbeiten Es gab aber sogar einen kleinen Bosskampf im Mondberg und zwar gegen Jesse und James von Team Rocket weil das Spiel angelehnt ist an Pokémon Gelb Ich muss aber leider sagen das machen was sich auch durchaus anbietet allerdings haben sie halt nicht auf vier Pokémon aufgestockt oder so sondern sie sind auf zwei runter gegangen und bei späteren Kämpfen gegen Jesse und James in laufe des Playthroughs wird das auch nicht wirklich besser und in dem Fall hatten die Kadabra und Smogmog und ich konnte Biss einsetzen mit Ratical um Kadabra fast zu One-shotten und gegen Smogmog hatte ich Konfusion mit Enteron und natürlich könnte man hier was verlieren wenn man beispielsweise gedoppelt wird und gekrittelt wird hat die Kal unter anderem war ja ziemlich fragil aber ich habe hier nichts verloren und nach zwei Runden war dann noch schon Kadabra besiegt und die beiden waren keine große Herausforderung also der Mondberg war nicht wirklich schwierig und dann konnte ich links von Azuriya City noch ein weiteres Pokémon fangen und das war dann Duflor nicht unbedingt die beste Ausbeute aber Giflor kann für später ein relativ bulkiges Pflanzen Pokémon sein das hat aber sehr wenig Init und ist dementsprechend jetzt nicht so spielstark ja und dann wollte ich antreten gegen meinen Rivalen in Azuriya City bevor ich später zur Mystic gehen wollte die ja deutlich besser gelevelt ist ich Grund hat der Haupt Rivale hier einfach nur drei Pokémon obwohl er im Original Spiel vier Stück hätte und er hatte hier bei mir einfach nur Schlurp Nidorina und einfach Raupi das war natürlich keine Herausforderung da ich allerdings oberhalb der Nugget Brücke dann einmal Pech hatte mit der Spezies Claws habe ich nur ein weiteres Pokémon fangen dürfen vor Misty und das war nur Blutzuck und die spielt stark was trotzdem nicht und O-Mod ohne Schlafbruder zu spielen macht halt auch keinen Sinn Als ich aber dann zu Misty gegangen bin ist was ziemlich lustiges passiert Denn Misty hatte halt mal wieder nur zwei Pokémon und ich hatte mittlerweile einen starken Support Move drauf gepackt auf mein Radikal mit dem ich ja auch lieben wollte die ganze Zeit und sie begann hier mit einem Ditto und sie wollte mein Radikal kopieren ich konnte aber dann Donnerwelle einsetzen die Support Attacke und dann ist Ditto in der Full Para verendet und hat seinen Wandler nicht rausbekommen und ich hatte halt sogar Kopfnuss drauf für Flinches also für Para Flinches und das war dann erstaunlich spielstark Ditto ist dann drauf gegangen ohne Verwandlung und dann kam Akani rein was ich ebenfalls weg paraflinchen lassen und sie konnte überhaupt nichts gegen mich tun das war schon ein ziemlich lustiger fight den ich so nicht erwartet hatte ich muss aber sagen dafür dass Missy nur zwei Pokémon hatte war ihr Team hier ganz gut ausgefallen ich hatte aber natürlich auch meine Wasser Pokémon dabei also hätte ich dieses Arcani hier auch anderweitig wollen können und bei der nächsten Encounter Welle hatte ich dann Ich muss dazu sagen Slymog ist leider geflohen denn tatsächlich kann man hier Encounter recht einfach versauen wenn die einfach nicht im Ball bleiben und keine Lust mehr haben und das kann durchaus ein Problem sein bei Naslox aber Slime war jetzt kein so großer Verlust Was mich aber besonders gefreut hat war Kangama weil das ist halt ein tankiges Normal Pokémon was ich jetzt zusammen mit Radical spielen konnte jeweils mit nur einer Schwäche und das ist halt für Kanto Verhältnisse durchaus ziemlich spielstark Als ich dann aber gegen meinen Rivalen antreten wollte auf der MSN hat er zum ersten Mal ein Mega Pokémon gespielt und ich fand es cool dass die auch hier vorkommen können und zwar hatte der ein Mega Tur Talk was ja durchaus ziemlich bulky ist ich konnte aber leaden über Kangama und erst beim Mogel Heap einsetzen und dann Kopfnuss spammen und das mit Step hat da durchaus Schaden gemacht auch wenn der Kill ein bisschen gedauert hat Man merkt aber schon dass Mega konnte mir hier ein bisschen Damage drücken also das Matchup war nicht komplett geschenkt Und wer sich wundert warum der hier stellenweise nur Blubber eingesetzt hat Die Attacke wurde in späteren Generation Konnte ich sogar noch einen weiteren Kill machen mit Kangama und zwar gegen Elect Tag Denn ich habe hier in weiser Voraussicht Schaufler draufgepackt als Boden Coverage um sehr effektiv angreifen zu können Aber dann wurde es ein bisschen merkwürdig Denn als letztes Pokémon hat dann der Rivale hier ein starkes Simsala eingewechselt und das hat einfach krass gemissplayt Ich konnte einfach so in Jugong gehen und dann physische Prio Attacken spammen und es kam kein Konfusions Spam vom Simsala zurück Es hat hier Teleport verwendet und Aussetzer und so und es wollte einfach nicht angreifen Es kann sein dass Gamefreak hier das Moveset verhauen hat oder einfach die KI vom Rivalen oder so auf jeden Fall war es dadurch keine Gefahr Aber an sich war das Team von Rivalen hier ganz gut Dann bin ich aber in die Arena von Majaobob gegangen und er hat nicht wie in Pokémon Gelb nur ein Pokémon gespielt was krass überlevelt war er hatte drei Stück wie in Pokémon Rot und Blau Ja und das waren dann Savcon Rettan und Pantimos Also wirklich nur Loser Die Pokémon die ich dann aber in der Nähe vom Fels Tunnel fangen konnte waren leider auch nur Loser denn ich hab dann Dictry bekommen Ultrigaria und Tentara und ja Tentoxa ist ein bulkiges Wasser Pokémon was an sich recht Spielstark sein kann und es gibt ja sogar Feen in Let's Go allerdings hatte ich halt schon Wasser Pokémon die halt ähnlich gut waren Dann musste ich aber in Lavandia noch ein weiteres Mal gegen meinen Rivalen kämpfen und dreimal dürft ihr raten was Game Week hier gemacht hat die haben dem einfach wieder nur drei Pokémon gegeben Ich meine der Kampf in Azoria City ist ja eine Sache und der auf der MSN ist normalerweise eh nicht so wichtig aber hier immer noch nur drei der hat in meinem Fall nur Basis Formen bekommen und er konnte einfach gar nichts tun Und dann habe ich endlich mal wieder was richtig Gutes bekommen Denn ich durfte dann zwei weitere Pokémon fangen und ich habe Smogmog gefunden und Geowatz Und Geowatz ist halt wirklich für die Verhältnisse von Kanto ein verdammt gutes Pokémon Ja wie gesagt es hat immer vier Schwächen und die sind immer mies aber trotzdem war es ziemlich stark und auch physisch bulky Und das Geowatz war dann auch direkt relevant bei Erika Und das war über Level 30 Das bedeutet die Gegner waren dann wieder safe voll entwickelt und das Spiel wurde ein bisschen schwieriger Und die begann hier dementsprechend mit einem Glurak und nicht mit Glomanda oder so Ich konnte wieder Liden über Kangama und Mogel Heap einsetzen und dann halt Kopfnuss Und ich muss schon sagen dieses Kangama konnte fast alles im 101 besiegen weil es halt wirklich nur eine Schwäche hatte und wirklich guten Bulk das konnte sich sehen lassen Ja und das Glurak hatte auch nicht das beste Move Set Wo aber Geowatz dann relevant wurde war halt bei Smog Mog Ein Pokémon das sich theoretisch sprengen könnte aber gegen Geowatz bringt es halt nichts Und Geowatz konnte hier auch Gift einfach vierfach resistieren und mit Boden sogar sehr effektiv angreifen weil es in Let's Gengar ebenfalls ohne Schwebe aber das hatte Spuk Ball Ich war also dann doch ein bisschen vorsichtig mit Geowatz wegen dessen schlechter Spezial Verteidigung und mir lieber wieder zurück gewechselt in Kangama um Gengar sehr effektiv anzugreifen und das war halt immun gegen Spuk Ball Ich muss aber sagen für Let's Go Verhältnisse war das kein schlechter Boss Kampf Man hat aber hier schon gemerkt dass die Boss Gegner jetzt ein bisschen schwieriger werden Naja zumindest könnte man das erwarten aber wir kommen jetzt zur Rocket Story und das ist leider die größte Enttäuschung die ich jemals gesehen habe Denn ich musste dann in die Spielhalle gehen und zunächst mal gegen Jesse und James antreten die halt nur zwei Pokémon hatten Okay das hatte ich schon erwartet Aber dann kam Rocket Vorstand als kleine Überraschung der auch nur zwei Pokémon hatte und ich war langsam ein bisschen irritiert Warum nicht etwas vollere Teams aber ich habe mich zumindest auf Giovanni gefreut Dann habe ich gegen Giovanni kämpfen wollen und er hatte auch nur zwei Pokémon Warum nerft man einen Boss Kampf mit einem halben Team nach dem vierten Orden auf ein Pokémon weniger Ich verstehe es nicht Und Giovanni hatte auch nur Flammara und Knogga Also nicht mal wirklich krasse Pokémon Aber dann wurde es halt wirklich immer absurder Denn ich durfte dann noch ein weiteres Pokémon Encountern im Lavandia Turm und das war dann Kokowai Eines der besten Pokémon aus Gen 1 zumindest halt für Gen 1 Verhältnisse weil es Psychokinese hat und auch Gigas Sauger und das ist eine sehr gute Kombination Es hat aber auch sehr viele Schwächen Aber dann ging es halt weiter mit Team Rocket oben im Lavandia Turm was wieder nur 2 Pokémon hatte und dann ging es rüber ins Silvco Gebäude für das richtige Story Finale könnte man sagen Und was ist da passiert Ich musste zunächst mal gegen Blaue Eich kämpfen der nur 2 Pokémon hatte Also das war ziemlich vergessenswürdig und dann gab es keinen Pokémon Aber gut dann durfte ich zumindest ein weiteres Mal gegen Giovanni antreten Der war aber auch genervt weil der hatte nicht wie normalerweise 4 Pokémon hier sondern nur 3 Aber das war zumindest endlich mal wieder ein richtiges halbes Team Giovanni hatte dann aber auch unglaubliches Pech Denn er begann hier mit Porygon was Donnerwelle einsetzen wollte Ich konnte aber das Mogel heben über Kangama wodurch es geflincht ist und dann hat es Donnerwelle einfach so gemisst und die Paralyse überhaupt nicht gegen Kangama raus bekommen Und nachdem Porygon dann irgendwann down gegangen ist kam Rizoros rein und das hatte eigentlich ein wirklich gutes Moveset Es hat aber auch mehrfach daneben gehauen und ich konnte mit Schaufeler physisch einfach dieses Rizoros komplett besiegen während das praktisch wehrlos vor mir stand Ich liebe es aber bei Pokémon wie man bei so leichten Boss kämpfen hier immer Misses von der KI bekommt aber wenn es wirklich um was geht treffen die alles und Kritten meistens auch noch Aber gut Rizoros habe ich mit Kangama dann ebenfalls noch komplett besiegen können und dann hatte Giovanni halt nur noch einen Pokémon übrig Und das war dann Ibitak weil ich komplett über Geovats wollen konnte und es konnte mir einfach überhaupt keinen Schaden machen und ich habe es dann sogar über eine Gesteinsattacke komplett gewonshottet Also auch dieser Giovanni Fight war jetzt nicht wirklich schwierig Bevor ich aber dann die riesen Encounter Welle Richtung Koga machen durfte auf dem Weg zu Fuchsania City musste ich erstmal noch gegen Sabrina antreten ebenfalls in Saphronia City und die hatte dann endlich mal vier Pokémon Also die Boss Gegner wurden jetzt zum Ende hin zumindest wieder so schwer wie im Original Sabrina begann hier mit einem Nocchan und ich wusste das hat nur Elementarschläge und nicht wirklich starke Kampf Attacken Ich konnte das also komplett über Kangama mal wieder wollen und es kam sogar Energie Fokus und das Nocchan hat sich ein bisschen verrannt Und gegen ihre nächsten paar Pokémon hatte ich dann perfekte Hard Counter Denn es ging dann weiter mit Galoppa und dort konnte ich einfach Amoroso ein wechseln was vorher sogar vierfach resistieren konnte Da konnte sie natürlich überhaupt nichts machen Ich hab praktisch gar kein Damage gefressen und dann kam Raichu rein was komplett hoffnungslos ist gegen Geowatz Wenn das random im Level Up Moveset hier irgendwie Surfer hätte es potenziell eine Chance haben können aber das war einfach nicht der Fall Und dementsprechend hab ich auch den Kill hinbekommen und dann war ich auch schon wieder auf ihrem letzten Pokémon und das war dann Alola Volnona was ich ganz cool fand Ich konnte aber dort einfach wieder in Kangama zurück wechseln und es kam nur Eis Splitter und dann hatte Sabrina hier eigentlich gar keine Chance mehr Und was reichgehauen ohne es tot zu kriegen und es ist nicht wieder full life gegangen und natürlich konnte sie so dann praktisch nichts mehr gegen mich ausrichten Und somit kam es dann nach relativ wenig Gegenwehr vom Spiel zu der großen Encounter Wälle Richtung Fuchsania City und dort hab ich dann sehr sehr viele Pokémon fangen dürfen und zwar all diese hier Und vor allem eines springt da natürlich sofort ins Auge und das war Stern Duo Denn ich konnte halt einfach Starmie machen mit der perfekten Coverage Scheiß mal auf Genesung oder so Es war theoretisch möglich hier in Starmie zu spielen mit Surfer Psychic Donnerblitz und Icebeam was einfach fast alles sehr effektiv angreifen kann Und dadurch dass das Spiel halt bis hierhin relativ leicht war wurde ich an dem Punkt ziemlich übermächtig habe ich dann die nächsten beiden Arenaleiter praktisch nur noch gedemütigt Kurga beispielsweise konnte gar nichts tun der hatte einfach Kingler Aerodactyl Aquana und Knogga da waren sogar nette Pokémon dabei aber ich habe die komplett vernichtet Und dann kamen sogar noch weitere Encounter auf dem Weg zur Zinnoba Insel weil ich ja dann gegen Pyro antreten wollte Und dort habe ich dann auch Nidoking bekommen Traumato Phlegmon Mankey und Galoppa Ich habe also nochmal wirklich solide Pokémon gefunden und Galoppa hat mich hier besonders gefreut da ich damit auch noch Feuer im Team hatte Und somit war ich dann sogar noch besser aufgestellt Und dann kam Pyro der eigentlich kein so schlechtes Team hatte denn der hatte Amoroso Gengar Enteron und Pixie Ich hatte aber gegen Gengar wieder Kangama für die Geist Immunität und gegen Pixie hatte ich Galoppa für die Feen Resistenz und ich hatte sogar eine Gift Attacke drauf also Gift Heap um das Ding sehr effektiv anzugreifen Zja und Dreimal dürft ihr raten was dann passiert das Ich wollte dann antreten bei der 8. Arena von Giovanni für den letzten Kampf gegen ihn und dort spielt er normalerweise 5 Pokémon Aber in Let's Pikachu sind's wieder mal nur 4 Warum zur Hölle ist das so Ja und dann bin ich bis zur Liga durch marschiert Ich mach's an der Stelle kurz Was hätte mich denn hier noch aufhalten sollen bei solchen erbärmlichen Boss Kämpfen Giovanni konnte gar nichts gegen mich tun und dann kam der Rivale vor der Liga der normalerweise sogar 6 Pokémon spielt und auch der wurde hier wieder auf 4 Warum macht man dann kurz vor der Liga so heftige Nerfs da rein Das ist mega seltsam Aber gut ich bin somit zur Liga durch marschiert Ich konnte aber auch noch zwei weitere Pokémon Encountern um noch mehr Pokémon zu sammeln Und dort habe ich dann noch Sandan und Tauros gefunden und Tauros hätte man definitiv spielen können über Kangama allerdings hatte Tauros in Let's Go auch keine Fähigkeit und dementsprechend kein Bedroher Und deswegen fand ich Mogel Heap Kangama einfach ein bisschen besser Und es hatte ja auch im gesamten Run einfach sehr gut performt Ich würde aber sagen wir kommen jetzt mal zu meinem finalen Liga Team für die Pokémon Liga das ich halt spielen wollte Und wie gesagt alle Top 4 Mitglieder haben hier zumindest wieder 5 Pokémon und es gibt den richtigen Champ Fight sogar mit garantiertem Mega Ja und das erste Pokémon was ich natürlich spielen wollte war Starmie Starmie mit Surfer Psychic Donnerblitz Icebeam hat einfach unfassbare Coverage und ist eines der besten offensiven Pokémon die ich hätte haben können Und dann habe ich Galoppa gespielt als schnelles offensives Feuer Pokémon sogar mit Viel Ender also einer Käferattacke gegen Psycho Pokémon die Inkanto besonders gefährlich waren und dann habe ich auch weiterhin Kangama verwendet als mein Burkino Mal Pokémon Wie gesagt das mit Mogel Heap fand ich ein bisschen besser als halt das Tauros was ich gefunden hatte Und als viertes habe ich dann weiterhin Kokowai gespielt als und immer wieder doppelt Wasser zu haben habe ich auch Amoroso gespielt Und ja dadurch hatte ich eine große Pflanzenschwäche im Team aber ich hatte ja auch Galoppa und Kokowai die Pflanze resistieren konnten Aber man muss halt einfach mal sagen dass ich bis zum Eintritt der Pokémon Liga nicht ein Pokémon verloren hatte in ganz Pokémon Let's Go Pikachu Und das ist schon eine erschreckende Bilanz Pokémon verlieren sollte fehlen die hinten raus Und der erste Kampf war dann gegen Lorelei die ja normalerweise Eis Pokémon trainiert Und ich muss schon sagen optisch ist die Liga hier ziemlich cool Witzigerweise hat Lorelei hier mit Jugong geleadet einfach wie im Original und ich konnte das Two shotten über Stami und es hat sogar mit Bodycheck gemisst zu 15% und mir deswegen nicht mal Schaden gemacht Dann kam aber ein Hard Counter rein für Stami und zwar Magneton und ich konnte dort nicht in Geowatz wechseln weil das Ding Lichtkanone hatte also eine spezielle Stahl Attacke Ich konnte aber in Kangama wechseln für Erdbeben und davor konnte ich auch Mogel Heap drücken Magneton hatte aber auch Light Screen um zumindest defensiv zu Setupen Und dann wollte sie einfach mit einem Smedbo hier eiskalt falterreigen Spam mit Lichtschild um mein Team weg zu sweepen Aber Kangama hat halt physisch angegriffen und konnte das unterbinden Und dann war dieser Kampf hier fast entschieden Ich musste dann noch ein Stami besiegen was aber halt kein so gutes Moveset hatte wie mein eigenes also konnte ich dort einfach Kokowai einwechseln und das komplett zerstören und das letzte Pokémon von Lorelei war dann Nido Queen mit einer fetten Psycho Schwäche Man muss aber schon wirklich sagen hier dass dieser Boss Kampf deutlich spannender war als die ganzen Kämpfe davor Warum man die also so krass genervt hat werde ich niemals begreifen können Dann kam aber Bruno der Kampftrainer der normalerweise immer in der Enttäuschung ist und der hat hier einfach Knuddeluff gespielt Omoth Arbok kann man eigentlich sein Nun aber zur dritten von den Top 4 und das war dann Agathe und das ist normalerweise eine Geistrederin das wisst ihr ja und die hatte dann erstaunlicherweise ein wirklich gutes Team Top 4 Agathe fordert dich heraus mit Tauros okay es kommt vermutlich Risiko Tackle oder so wir gehen rüber auf Riker und versuchen zu One-Shotten über Kraft Koloss Risiko Tackle ich hoffe Kraft Koloss wird reichen hier jetzt kommt Wutanfall okay wir killen nicht ganz das ist ärgerlich jetzt bin ich extrem gedecreased ich könnte jetzt in Kangama wechseln in Damage rein und mit Mogel Heap killen aber dann spreade ich noch mehr Damage auf mein Team ich bleib drin in dem Fall gut anfall kommt der würde jetzt wehtun hee es es ging noch der ist auf jeden Fall down Tauros ist relativ gruselig tatsächlich Lamos okay Lamos hat Zugang zu Surfer und Psychic wir gehen rüber auf Aaron und spammen Mega Drain ich werde halt nicht One shotten leider aber Solar Beam ist dämlich dann will ich keine KP auf Surfer ja Surfer Psychic Erholung auch noch er könnte eventuell Aussetzer machen das wäre extrem nervig ich hoffe er macht keinen Aussetzer okay jetzt kommt Surfer gut dann können wir einfach so killen vielleicht kann jetzt Coco ein bisschen weiter sweepen sie geht raus sie hat Arctos wow okay der ist definitiv nicht zu unterschätzen wir haben einen Legi in der Liga hätte ich mal Psychic gefeuert der hat ein extrem gutes Moveset tatsächlich mit Spiegel Cape und Eisbeam und so drauf aber es kommt jetzt erstmal nur Eisbeam wir gehen in Helix und Swam Steinhagel mag sein dass wir bei weitem nicht One shotten aber Two Shotten Three Shotten oder so wie er Spiegel Cape probiert hat gut dass Steinhagel physisch ist wir sind hier schneller gewesen tatsächlich krass Arctos wurde abgeschlachtet weil wir ein perfektes Out hatten wunderbar Rossana nervt Rossana nervt sogar sehr wegen Todeskuss der kann mich einschläfern wir hatten jetzt die Möglichkeit physisch trotz Psychic zumindest Steinhagel drauf zu kriegen was natürlich nicht funktioniert ok aber in dem Fall kann ich jetzt zumindest safe rüber wechseln auf Galopper und mit Flammenblitz killen ich wechsle halt im Psychic eine oder wir gehen in Maxi machen Mogel Heap predikten Todeskuss geh wieder zurück in Helix dann wieder in Maxi machen nochmal Mogel Heap es fühlt sich etwas sicherer an glaube ich vor allem weil Mogel Heap Crit reichen könnte für extrem wenig kosten am liebsten würde ich natürlich Sucker Punch folgen lassen aber wenn er einfach Todeskuss einsetzt bringt halt ist nix deswegen geht das nicht Mogel Oh Gott das gilt nicht wirklich zweimal Mogel Heap reicht hier nicht gegen Rossana er hat gar keine physische Defense ok wir gehen in Helix kommt ziemlich sicher Todeskuss es kommt Blizzard natürlich kommt Blizzard aber das ist ok Hauptsache kein Psychic Gehe ich dann jetzt in Viola und kill mit Flammenblitz ja sonst versau ich mir Maxi komplett hier für den Fight oh mein Gott das war sehr viel Damage das war sehr sehr viel Damage ich müsste Save schneller sein würde den Flammenblitz kommt jetzt nicht am Recall verrecken bitte das Rosana hat weh getan Lamos so Lamos ist schon fast tot wir gehen wieder rüber auf Aaron ich mag die Kombination aus Flammenwurf und Flammenblitz dann können wir variieren was wir machen wollen Surfer und Megadrain kill und letztes Pokémon ist Nidoqueen okay der hatte ja nichts ja einfach Psychic kill okay wunderbar ja das mit Rosana war ein bisschen oh er lebt noch Rosana war durchaus ein Problem aber damit haben wir drei top 4 Medina besiegt ohne Verluste es könnte schlechter laufen also für Pokémon Let's Go Verhältnisse war das schon echt kein so leichter Boss Kampf Tauros mit Risiko Tackle und Wutanfall kann sehr gemein sein wenn man nicht gerade Geowatz hat Arctos mit Icebeam und Spiegel Cape ist eines der gefährlichsten Pokémon aus ganz Let's Methodiskuss und ebenfalls einem starken Moveset das war schon eine echt gute Kombination Ich hatte aber gegen alles von ihren Out und habe dementsprechend nichts verloren Und dann ging es weiter mit Siegfried dem letzten von den Top 4 und dort wurde es wieder leichter Denn der hat Magma gespielt Alola Diktri Razav Golbat und Alola Kokowai und das war definitiv ein bisschen besser als Bruno zum Beispiel aber auch nicht wirklich gefährlich Wir kommen jetzt also tatsächlich schon zum Champ Fight gegen den Rivalen in einem fairen 6 gegen 6 Ich hatte bei der Top 4 mal wieder keine Pokémon verloren Man darf aber nicht vergessen Der Rivale hat hier einige Tränke um seine Pokémon potenziell gegen zu heilen und er hat ein garantiertes Mega direkt an erster Stelle des Teams Und das war natürlich potenziell die größte Gefahr Finale Champ Fight gegen den Rivalen Er hat Simson da als Mega Das ist das absolute Worst Case Szenario Das hat ein absolutes Broken Moveset Wir reden von Delegator Reflektor Erholung also Genesung und Psychokinese Wir haben uns dagegen vorbereitet ein wenig aber man kann sich darauf nicht perfekt vorbereiten Es kann sein dass wir down gehen Wir gehen in Maxi versuchen mit Mogel Heap dagegen zu gehen Sucker Punch Potenzial Er geht in den Delegator Mogel Heap Delegator ist weg Jetzt kommt Reflektor Das ist das perfekte KI Play Jetzt haben wir ein großes Problem wenn er weiter mit Delegatoren rum spammt und die nicht mehr brechbar sind und er kann sich gegen genesen Er spielt legit perfekt Simsela kann hier bis zu 10 Atombomben abfeuern mit Psychokinese Ich habe zwei Psycho Pokémon Ich könnte versuchen die weg zu tanken aber wir sollten nicht sofort aufgeben den offensiv zu stoppen Das ist nicht klug Weil wenn wir es nicht schaffen haben wir sonst ein riesiges Problem Der hat ein volles Pokémon Team Mein größtmöglicher Schaden ist Kopfnuss Oh mein Gott wir outspeeden Was Ich habe keine Worte dafür Ich habe keine Worte dafür Was Das hat gerade auf 20 Ebenen die Genlock sowas von gerettet Es muss sich um eine Handvoll Punkte gehandelt haben wie wir das outspeeden konnten Und der Crit hat übel gemattert Also klar ich hätte mit Flinches gewinnen können weil ich jetzt minimal schneller war vielleicht war es auch speed wer weiß Aber egal ist noch nicht vorbei Geo war als nächstes Explosion Risiko Tackle Erdbeben Stein Hagel Der ist auch Monster Alter was hat der für ein Über Move Set Aber keine Geo Fissur immerhin Sein bester Move sollte für ihn Erdbeben sein Deswegen setze ich in Aaron Er könnte sich auch einfach sprengen Es kommt Stein Hagel Wir gehen auf Mega Sauger Ich verstehe den Stein Hagel jetzt gerade nicht so wirklich muss ich sagen Weil Erdbeben wäre auf Kangama besser gewesen Aber gut Glurak kommt Okay aber normales Glurak Mehrere Megas wären jetzt aber schon dreist gewesen Ich gehe in Helix würde ich sagen Helix ist das absolut perfekte Out hier Flammen Wurf Reflektor hört auf wir machen Steinhagel Okay Sazenia kommt Er hat keine wirklich gute Gift Attacke also können wir hier in Aaron gehen Seike killt und und es bleiben noch zwei Gegner übrig Relaxo als nächstes Okay der hat Body Slam Erholung das ist extrem anstrengend wir können aber in Riker gehen für Kraft Koloss und eigentlich hat Relaxo wenige Chancen gegen uns wir kommen gegen das starke Team echt gut zurecht Body Slam kommt werden paralysiert wir gehen für Kraft Koloss Chor Speede noch weil Relaxo absolut null in it hat ist ja hier die generfte Paralyse und Austaus kommt rein als finales Pokémon von Let's Go in der Liga zumindest er ist ein Watergun und damit haben wir die Liga abgeschlossen weil wir sehr lucky waren gegen Sims Slam das hätte vollständig anders laufen können ich denke ich sollte hier mal kurz aufklären was hier eigentlich passiert ist Mega Simsala hat eine Base Init von 150 das ist eigentlich unfassbar schnell und Kangama hat nur eine Base Init von 90 also wie konnte ich das outspeeden und weg ritten naja zunächst mal hatte mein Kangama hier ein Plus Init Wesen was ziemlich gut war ich hatte aber auch extrem viele DVs auf der Init und auch EVs weil ich halt kein Gamma im gesamten Run gespielt hatte immer und immer wieder das hat sich extrem angestaut das Simseller allerdings vom Champ hatte einfach 0 EVs auf sämtlichen Werten denn Gamefreak hat zwar dran gedacht den Pokémon hier einige DVs zu geben also die Gene von den Pokémon aber keine EVs und das hat sich hier extrem ausgewirkt scheinbar zumindest kann ich es mir nicht anders erklären man muss aber halt auch dazu sagen dass ich auch zwei Psycho Pokémon gespielt habe die Mega Simseller ein bisschen hätten ausdollen können Also selbst wenn das mit Kangama hier nicht geklappt hätte wäre vermutlich gar nicht so viel passiert auch wenn das restliche Team vom Champ gar nicht mal so schlecht war Wir können aber an der Stelle festhalten Ich habe im vierten Versuch der Genlog auch Pokémon Let's Go abschließen können und es war in ganz Pokémon Let's Go bis hierhin einfach kein einziges Pokémon gestorben Das war eine verdammt gute Bilanz muss man sagen aber logischerweise war halt auch Pokémon Let's Go nicht unbedingt das schwerste Spiel der Gen Doc Ich muss aber auch dazu erwähnen das Spiel war noch nicht so ganz zu Ende Denn im Gegensatz zu Pokémon Gelb was ja gar kein Postgame hat gab es bei Pokémon Let's Go Pikachu durchaus noch einiges zu tun Beispiel kann man auch hier mal wieder gegen Game Freak antreten allerdings war das dieses Mal nicht so relevant weil dort keine starken Pokémon kamen Was aber dann wieder deutlich interessanter war waren die letzten drei Kämpfe im Spiel gegen Trainer Blau Trainer Grün und Trainer Rot und die hatten jeweils 6 Pokémon und sogar ein garantiertes Mega am Ende um mal wieder Highlights zu bieten Und wir starten zunächst Mal mit Trainer Blau der nach der Kinderleiter Blau fordert dich heraus in einem 6 gegen 6 Snow Billy Cat Okay normales Billy Cat das ist ein fairer Gegner Danke für die ganzen Subs die reinkommen Er hat nicht allzu viel gegen meine Gesteins Pokémon logischer Weise Wir gehen in Riker und machen Kraft Kul aus schätze ich mal für den One Shot Die Chance dass er hier missplayt über Nasty Plot ist recht groß aber es passiert leider nicht Kraft Koloss Ah nice ist passiert wunderbar Ja die KI denkt ihr natürlich dass sie stärker werden möchte aber hat gar keinen speziellen Move Da hat zu Billy Cat Pech gehabt Als nächstes haben wir Turtalk Mal wieder ein Mega Turtalk Okay mehrere Megas mal wieder bei Blau Es kommt eine saftige Hydro Pumpe rein Allerdings kann ich mit Aaron den komplett weg wollen würde ich sagen Ich halte Turtalk für eines der faireren Megas hier definitiv Wobei die ohne die OP Fähigkeiten stellenweise gar nicht so schrecklich sind Kommt immer drauf an Der hat schon mal kein spezielles Investment Okay sehr gut Protect und Megasauger Und wahrscheinlich kommt noch mehr Protect Spam Kann das sein Nein tatsächlich nicht Okay gut Turtalk ist down Nummer 3 ist Chansey Okay Am besten Maxi würde ich sagen Ja Weil es wird Lightscreen kommen Und mit Mogulip kann ich eine Lightscreen Runde direkt wasten Das ist eigentlich ganz gut Es kommt immer Lightscreen von Chansey Immer Und jetzt langsam über Headbutts killen Oder du bist direkt tot weil du gar keine Defense hast Ja okay dann stirb halt Kein Bock mit Gesang eingeschläfert zu werden oder so Nidoqueen ist das nächste Das hatten wir einige Male in der Pokémon Liga Ich hab's immer besiegt über Kokowai Wahrscheinlich kommt Kraftkoloss Es kommt Rutenschlag Natürlich Wahrscheinlich weil Kraftkoloss nicht One-Shot gewesen wäre Ergibt irgendwo Sinn Pantimos kommt Warum immer Psychic Delegator Reflektor Mann Das ist so ekelhaft Okay Der kann extrem nervig werden mit Delegator und den Schilden und so Vielleicht sollte ich einfach drinbleiben ehrlich gesagt und gegen spammen Ich hab ja Psychic nichts zu befürchten Stunts kann ich mir auch sparen wenn Delegator kommt Ich spam Megasau Okay Ich bin schneller Lightscreen kommt Was wir nicht zulassen dürfen ist dass die Schilde aktiv sind bei Mega Wir machen jetzt einmal Psychic und wasten dann Turns würde ich sagen Weg mit dir Und das Mega ist Alter wie sie die unfairesten Über Megas bekommen Okay Das ist ziemlich schrecklich ehrlich gesagt guillotine kraftkoloss fuchtler schwertanz geil digga es hat keinen käfer move tatsächlich das ist gut für uns sofort stun spore Ich hoffe er macht sofort fuchtler und nicht schwertanz und nicht glutine vor allem Minus Okay Kannst du bitte dich nochmal messen Okay wichtig 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 Paralyse ist drauf Der wird wehtun Ja Aaron ist tot No Chance Okay Aber Jetzt ist ein Fuchtler gelockt Wir gehen jetzt in Riker und One Shot mit einer Gesteins Attacke Koko weiß ein Opfer was es mir wert ist in Ordnung Weg 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 Okay Sehr gut Ich konnte nicht wechseln Hätte ich in mein Out gewechselt und er hätte Guillotine gedrückt Was dann Okay Nicht ohne Tode durch Let's Go Aber das habe ich eh nicht unbedingt erwartet Mega Pinsir ist schon ein sehr krasses Pokémon Ich mein natürlich es hatte hier nicht seine krasse Fähigkeit dadurch war es ein bisschen fairer aber mit Schwertanz und Guillotine und sogar Kraftkoloss Coverage gegen Gesteins Pokémon war es halt trotzdem brutal Ich kann froh sein dass ich hier Stachelspore rausbekommen habe aber dabei ist leider Kokowai gestorben Und damit kommen wir tatsächlich zum ersten Tod in Pokémon Let's Go zumindest im Post Game Irgendwann musste es passieren Dann bin ich aber gegen Trainer Grün angetreten in der Azuria Höhle und Absatz Xenia dann in mein Team genommen als Ausgleich für Kokowai was ich verloren hatte und der Kampf lief wieder deutlich besser Die hatte aber auch nur ein Giflor ein Galopper ein Snobili Cat ein Nidoqueen ein Dodri und ein Megabisa Floor Die war also wesentlich fairer und nicht wirklich gefährlich Wenn man aber dann immer noch weiterspielen möchte kann man auch noch gegen Trainer Rot antreten auf dem Indigo Plateau als letzten Kampf von Let's Go Pikachu und der hatte dann wie gesagt auch 6 Pokémon und ein garantiertes Mega und auch so ein bisschen gedopte Pokémon muss man sagen der hat mal wieder Pokémon Trainer Rot fordert dich heraus mit einem vollen Pokémon Team Er hat unfaire Stats stellenweise die aber sehr random verteilt sind Das kann alles bedeuten Alter das hat Hausbruch Das hat auch Hausbruch Meins hat gerade Hausbruch gelernt Das ist nicht gut Hausbruch Hydro Steinhagel Schutzschild Alter Der hat zum Glück Schutzschild im Moveset das heißt er könnte damit misplayen aber Hausbruch mit Hydro und Steinhagel ist ultra gruselig als Lead einfach mal so Ich mache hier keinen Donnerblitz ich gehe hart in Sarzenia rüber und bete dass er Protect misplayt Aua jetzt kann ich nur hoffen Sarzenia ist recht schnell ne ich bin langsamer ich lebe noch nicht flinchen oh mein Gott wäre ich geflincht wäre ich geflincht wäre vielleicht alles zerstört worden okay wir leben noch das war unfassbar gruselig ich hätte dann sehr awkward irgendwie die AP weg stallen müssen aber dann hätten wir mit sehr vorgeschwächtem Team da gestanden O-Mod ist das nächste der hat Falterreigen alter wie dreckig willst du denn spielen wenn ich Stunts vor mache und misse bin ich gefühlt tot wir machen den Hartwechsel im Viola für Flammenblitz der muss sterben Falterreigen Trainer Rot meint es todernst heute bitte töte den okay wir haben auch Plus Init Wesen Junge der lebt einfach ist Viola tot Viola lebt okay gut er hätte mich auch ein bisschen gewundert das wäre sehr viel damage gewesen ich mache Flammenblitz nicht dass er random Tränke hat loil er geht raus den flammen blitze ich jetzt schon wieder mega tot wie viele mega tot wollen der noch kommen es ist so scam okay er hat wieder dieses hydro moveset könnte auch protect misplay kommen wenn er eine recht schlechte KI hat kann ich mir nicht vorstellen ne hydro kommt macht schon ein bisschen was an damage wir machen mega drain gegen mega sauger er schortet halt nur logischerweise er lädt die schädelwurme auf das ist das best case szenario dann stirbt er einfach ohne noch was zu machen kommt jetzt omod wieder rein für die psychokinese es würde sinn ergeben omod kommt wieder rein hoffentlich war das nicht ein random mega es war ein random mega sonst wäre es noch nicht transformiert gewesen er hat noch ein mega chat er hat jetzt mindestens noch ein mega ich calle jetzt dass er wieder falchereigen machen wird ich gehe hart in viola oder damit cover ich auch einen möglichen trank ja es ist das beste play gebt safe ja gelesen wie ein buch wunderschön wir machen einfach flammenblitz ob viola jetzt 85 leben hat oder 75 ist dann auch egal 72 dragoran ok wir haben icebeam auf meinen wasser pokémon das ist das gute aber der ist halt strong und es kommt auch noch ein mega und noch ein pokémon es kommt wahrscheinlich wutanfall er zumindest kein dragon dance oder so hier wir gehen in helix es geht vom schaden her icebeam ok der hat scheinbar der hat scheinbar spezielles defense investment man sieht das weil multiscale ist hier keine sache fedex ist damit auch schon fast raus aus dem fight bleiben noch zwei eins davon ein mega schon wieder nido queen wie viele nido queens hatten wir jetzt seitdem die liga begonnen hat wir predikten kraft koloss ich gehe niox für psychic vollkommen korrekt ok und nochmal und das mega ist ein mega glurak ok wir wissen nicht welches von beiden ist das problem wir drücken surfer in hoffnung auf das feuerflug mega glurak es ist natürlich feuerdrache war klar das treffe ich neutral immerhin er wird schon ein bisschen chip damage machen wow so viel zu meinem chip damage luft schnitt macht recht wenig ok wir bleiben nochmal drin jetzt kommt flammenblitz ja mach ruhig gibt da ein bisschen recoil damage geschenkt so und jetzt gehen wir rüber in ryker es gibt keinen grund hier was weg zu schmeißen er hat beben killt er hat keine schwebe damit haben wir let's go abgeschlossen mit nur einem tot vor allem weil grün so dermaßen geschenkt war und wir geben uns in die achte generation von pokémon den pokémon schwert und duraks speed wurde mal wieder verarscht weil er random null auf innelt hat scheinbar es ist so random die stats in diesem spiel trainer rot wollte mich hier ernsthaft noch tot sehen er hat hier wirklich einfach amoroso rausgeholt mit hausbruch und wollte mich zu todes bieten und ich bin zum glück nicht geflinscht und konnte das one shotten über sarsenia aber dann kam auch noch falterreigen omoth was mich wieder sweepen wollte und dann später sogar auch noch mega glurack in der drachen version was ja auch kein schwacher gegner ist das ding hatte sogar luftschnitt und flammenblitz und einfach ein heftiges moveset aber nichts davon konnte pokemon von mir besiegen und er konnte schon gar nicht meinen run stoppen es ging einfach weiter und damit können wir nun endlich festhalten ich habe ganz gern 7 schaffen können im vierten versuch der gen block mit nur 48 toten insgesamt und es war nur ein Pokémon gestorben in Let's Go Pikachu eine verdammt gute Bilanz muss man sagen ja und damit konnte ich nun einziehen in die 8. Generation von Pokémon ebenfalls auf der Nintendo Switch und es begann mit Pokémon Schwert das erste Pokémon Spiel mit dem Dex Cut und dementsprechend einer absurden Legi Dichte Ich würde aber sagen das war's für heute mit diesem gigantischen Part und das hier war eines Gen 7 war wirklich unglaublich umfangreich und dass dann auch noch eine Niederlage drin war hat das Ganze nicht besser gemacht Aber gut ich habe versucht das Ganze hier so gut wie möglich zusammen zu fassen und nicht zu viel zu kürzen oder so Ich wollte die ganzen Live Szenen für sich stehen lassen und ich denke es wurde ziemlich unterhaltsam Aber gut eure Meinung hierzu gerne die Kommentare Der sein weil durch den Dex Cut sehr viele nicht so starke Pokémon entfernt wurden aber die ganzen heftigen Legis und so weiter sind eiskalt drin geblieben Die Megas zwar nicht mehr die wurden entfernt aber viele viele andere heftige Dinge wie beispielsweise Sächien kamen halt auch dazu Aber gut wie gesagt Leute ihr doch bald mal wieder eine große Gen Vlog also lohnt sich das würde ich sagen doppelt und da würde ich sagen Leute sehen wir uns bald und schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor Holy Und an dieser Stelle auch Und so